willkommen zu civilization 6 die große revanche mit den piz mit moris von der gamestar und mit mir und mit euch es wird ein langer langer abend ich habe es mir zu hause sehr gemütlich gemacht und ich bin schon im server browser ich muss gleich mal gucken welchen server die jungs aufmachen ich freue mich sehr ich habe total bock auf den kompletten abend nachher 18 30 nebenbei muss ich fußball gucken aber das müsst ihr ja nicht wissen ja ich bin mal gespannt was diesmal so passiert und ich muss erst mal gleich wieder den server mit den jungs suchen das war ja letzt mal schon so ein debakel aber pass auf ich habe diesmal was geiles gebaut und zwar habe ich das habe ich ja gar nicht mehr oder ich bin jetzt wieder woanders drin naja pass mal auf ich habe mir doch was geiles gebaut zack jetzt kann ich nämlich hier rumschreiben jetzt muss ich mal dem bram gerade noch mal eben schreiben welchen steam key ich habe damit er mich einladen kann auf so wie beim letzten mal dran nur das ergebnis wird sich ändern das mal gucken was er mich mal einlädt hier auf nachricht senden an bram kann ich dir meine nachricht senden nachricht senden wenn ich will abwesend ist nicht abwesend da muss ich ihn halt zum handeln einladen na homie was los das hat letzt mal nicht gut geklappt pass auf wieso klappt das denn nicht na da bist du doch na wieso klappt das nicht kann ich mir auch nicht beitreten so war das aber nicht geplant wir beitreten nochmal so ah so geht's sehr schön jetzt müsste es geklappt haben schön dass ihr dieses dass ich so geiles hintergrundbild gebaut habt dann müsst ihr nämlich nicht die ganze zeit mitbekommen was ich hier technisch noch versuche für euch zu fixen so so leute seid ihr heiß heiß so da bin ich auch schon geil jetzt gehe ich mal in den team speak mit den anderen boys team speak so jungs hört ihr mich jetzt seid ihr ready ist auch für dich in ordnung dass ich dich im zweifel mal ziehe und eine frage stelle als so spektator dafür für dich zu info j streamt nur ich bin ich bin spektator und guck mir das ganze ganzen spaß an verrät uns anderen was ihr so macht nein das tue ich nicht ich verrate nur nils sachen ey dankeschön aber jetzt nicht verraten dass wir zusammen mit nuris eine allianz bilden wollten achso ja okay perfekt also nils und ich wir sind ja jetzt seit letztem mal eigentlich beste freunde es gibt glaube ich kein das ist der wahnsinn ne unsere vertrauensbasis ja voll das ist wirklich der hammer nils ich muss ja eine sache mal noch anmerken ja das habe ich ja letztes mal nicht entdeckt was ich habe ja dann deinen stream noch mal im nachhinein geschaut ja und da gab es ja diese eine stadt die so ein bisschen einen namen hatte den man in frage stellen könnte du ich habe tatsächlich diese stadt im bürgerkrieg mit meinen truppen erobert und alle verantwortlichen ähm personen hingerichtet das ehrt dich sehr das ist nobel ja also das war wirklich ein riesen nein 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 das kann man in der geschichtsschreibung nachlesen das ist genau so passiert tacitus hat das auch auf steintafeln festgehalten für die ewigkeit auch nochmal für dich nils zur info ja und moris äh apokalypse modus ist activated das heißt größere naturkatastrophen am start und du kannst so eine einheit bauen die naturkatastrophen hervorrufen kann beim gegner das kommt noch dazu genau wie soll das denn gehen ja das wird ganz verrückt keine Ahnung der modus ist komplett neu ganz frisch durch dieses durch diesen neuen pass durch dieses neue DLC was letzte Woche veröffentlicht wurde ist dieser modus ganz neu ins Spiel gekommen wir kennen den alle nicht keiner von uns hat bisher ein Spiel gespielt aber er klang lustig das heißt wir sind quasi wieder genau in der Situation wie wir mit dem Religionssieg letztes Mal waren niemand hat wirklich Ahnung was abgeht genau nur dass du damit nicht gewinnen kannst und Moment aber es ist sogar nochmal und es war Peets Idee das heißt ich hab das Gefühl der gute Mann hat schon wieder irgendwas geplant er hat sich eine Taktik befreit ne damit kannst du nicht gewinnen also ich weiß nicht wie man den Seher baut ich hab keine Ahnung die Statist äh die die Einstellung der Spielsetup ist dasselbe wie letztes Mal seid ihr bereit dann würde ich einfach ja klar wollen wir Prinz machen oder ähm König ändert das bei den Barbaren was sind die dann ich glaub das ändert nur die Barbaren oder und wir dachten letztes Mal König wenn ich mir recht entsinne ja und die Barbaren waren schon relativ dreist letztes Mal ja fand ich das fand ich aber ganz gut weil das dann so weil man dann von Anfang an direkt Konflikte hat und nicht so ja das ist ja so ist ja auch für die Zuschauer glaub ich spannender wenn man äh nicht jetzt erstmal 20, 30, 40, 540 runden nebenher siedelt und dann ey ich seh uns auch direkt auf Gottheiten also ja ja natürlich bei allen Dingen jetzt mit den Naturkatastrophen also das wird eh jetzt du musst nur noch auf König stellen also ich muss haben wir uns da drauf geeinigt okay das ist ja auch eine Sache die ich tatsächlich mal anmerken muss äh es ist natürlich hier alles lustig und hey Naturkatastrophen Chaos ich will aber eigentlich auch nochmal meine zutiefste Verachtung für Naturkatastrophen in jeder Form von Spiel das irgendwas mit Aufbau zu tun hat zum Ausdruck bringen äh hört ihr das auch? ja 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 ey ich hoffe ihr werdet alle von Meteoriten hinweg geflogen ich bin ich freue mich für jede Katastrophe die es gibt eigentlich müsste man ja ich freue mich darauf Nils Nils Entschuldigung Entschuldigung jetzt ich möchte mich entschuldigen ich bin doch sowas von bereit schon seit einem Monat er versucht jetzt unschuldig zu tun ja ja die Sonne basht euch später ja so sieht es aus ja versuchen wir so oh jetzt bin ich richtig aufgeregt und nervös bitte gut ist es bitte gut ist es komm bitte 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 jetzt ist der Moment wo alle kurz äh oh interessant oh ich bin Spectator krassend geil was bin ich denn hier oh nicht gut ich glaube ich bin auch irgendwas was schlecht ist aber ich weiß es nicht jetzt haben wir auch die Rocket Beans in dem Dings mit drin Godstream mit drin sehr gut warte ich scrolle in der Liste mal nach ganz unten okay das ist eigentlich ganz okay was ich hier habe ich glaube ich hab voll die Kacke ich bin sogar in der Zivilisation die letztes Mal schon am Start war interessant okay das ist jetzt nicht die geilste Startposition hier ich hab nicht mal eine Startposition ich hab ein Lademenü was ist denn zum Rechner da ey ich hab mir letzte Woche einen neuen Rechner gekauft der darf jetzt auch bitte mal ein bisschen was zeigen hier alter lol ich sporn der Original direkt neben einem Barbaren nice das ist ja die Lächerlichkeit in Person ich bin so richtig albern am Meer hier das ist irgendwie oh shit ich bin auch am Meer das gefällt mir auch nicht so gut das ist relativ beschissen oh Gott da werde ich jetzt eine Weile im Gehen ich hab kein Wasser kein Süßwasser um mich rum zwar ein Fluss aber nur Tundra oh Gott da kann ich nie im Leben siedeln hier das ist ja der letzte Crap an Fürchterlichkeit nicht zu überbieten also ich hab auch nur Küstengewässer holy shit was ist denn das für eine Scheiße das ist echt schlimm ich hab also ich hab einen Fluss aber das ist echt überschaubar ne meine Güte auch was auch in Russland sagt jemand bei uns im Chat ja völlig richtig oh warte mal die sollten aber nicht spoilern hier was wird passiert ne nur weil sie den Overall sehen wär cool wenn sie nicht alles ne ich bin nämlich Russland du kannst gar nicht Russland sein nein sie sagen es wäre ein schlimmer Start für jede Fraktion außer Russland ah jetzt hast du dich verraten ne ich glaub der Chat der hat da schon was kundgegeben na 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 das ist natürlich die Gefahr wenn wir so ein Overall haben dass der Chat dann im Zweifel Sachen verboten ne ich ja nicht gut mh mh im Norden, also mein Volk macht jetzt Völkerwanderung in der Hoffnung, in der Wagen, dass irgendwo im Norden bessere Ländereien sind, weil wenn nicht, dann sind wir am Arsch. Ja, ich verstehe das. Im Norden? Bei uns ist aus irgendeinem Grund im Süden die Tundra und im Norden verheißen Felder, fruchtbares Land. Wir schauen mal, was passiert. Es ist ja, ich sag da nix mehr zu. Oh Gott, das wird im Norden auch nur so mittelbe... Oh Gott! Kommt da nochmal Tundra? Jetzt ist hier direkt ein See, der das Land blockiert, sodass ich nicht weiter kann. Ja gut, aber hier kann ich eigentlich hin. Ich mach jetzt so eine schöne Küstenstadt zwischen Küste und See und über mir ein Feld. Da sind zumindest ein paar Felder mit so bisschen Nahrung, bisschen Produktion. Ich wollte mal kurz eine Sache testen, ob sie das vielleicht geficktes haben. Ich mach mal einmal zum Testen eine Landkartennadel. Oh nein, nicht gut, Peter. Nein, bitte nicht. Ja, ich hab's ja nur einmal getestet. Ist ja in Ordnung. Ihr müsst nicht direkt ausrasten. Oh, da oben sind frisch... sind reiche Ländereien. Wir haben... wir haben unser Utopia gefunden. Wir müssen nur noch ein bisschen da hinmarschieren. Direkt wieder ne ganze Spielermaricken, oder? Ja, ohne diese Nadel kann ich nicht arbeiten. Ich hab innerhalb von zwei Sekunden wieder vergessen, wo ich denn dat und dat hinstellen wollte. Dann mal dir doch einfach... ein Bild. Kannst du mit Edding auf dein Bildchen malen. Finde ich ne ganz gute Sache. Mein Siedler hat Diamanten gefunden. Alles ist gerettet. Wir werden reich sein. Das ist doch gut. Ich hab jetzt, glaub ich, nur haufenweise Zeit verschwendet mit diesem Rummarschieren. Aber ich vermute mal langfristig wird sich es, äh... lohnen. What? What? Da bist du. Ihr habt ja keine Ahnung. Es ist alles, ähm... Huch, was ist das denn? Ich muss mich ein bisschen beeilen. Keine Zeit. Ich bin da gemacht für Quatsch. Äh... das? So, hierhin. Da werden wir eine Stadt gründen. Das ist schönes Land. Hier sind wir sicher. Ah, daaaas! Ey, das ist ja so lächerlich. Was passiert? Naja, das ist... das ist so, als wenn du in so ne richtige Asi-Gegend ziehst. Stell dir vor, du ziehst irgendwie ne... in ne Wohnung und... neben... neben... an wohnen direkt so... Leopardenfell... beschürzte... Barbaren. Das erste, was die machen, ist, die direkt mit der Keule irgendwie einen auf den Kopf geben. Das ist meine Startposition. Oh, verstehe. Wahnsinn. Da ist ja mein einsames Gammelland in der Tundra sogar fast noch schön dagegen. Das Gammelland. Ich mein, da ist halt... meine Startposition war halt so kacke, dass selbst Barbaren da nicht hinwollen, glaub ich. Aber das ist doch gut. Was willst du mehr? Ja, es hatte auch so ne Vorteile. So, und was machen wir jetzt? Oh, Mann, ey. Tundra ist echt schmutzig. Jetzt muss ich mal hier gucken, was jetzt hier überhaupt Phase ist bei mir, ey. Ich hab hier direkt bei mir auch schon so einen Schneesturm, ne? Die sind auch erhöht wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall. Von der Häufigkeit, ne? Kacke. Du hast einen Schneesturm? Ja. Voll kalt. Der ist ja Russland. Voll kalt. So, jetzt wird alles gut werden, sag ich euch. If you say so. Mein Leben hier. Oh, cool. Oh, mein Gott. Ein Stab ist doch... Hallo, Wüste. Haben wir alle eine beschissene Geografie um uns in verschiedenen Formen? Mhm. Ich bin recht unglücklich. Hä, wieso haben wir... Meine ist mega. Also, meine ist jetzt mega, tatsächlich. Ich musste nur ein bisschen Völkerwanderung machen. Was ist das? Ich sag mal so, ne? Wir haben schon bei Klimawandel, haben wir schon Phase 1. Ist das normal? Ja, klar. Wir müssen doch irgendeine Phase haben, damit irgendwas passiert oder nicht. Äh... Oh, tatsächlich... Ne, das ist eigentlich... Wir kriegen von Anfang an hier wohl Punkte durch Katastrophenintensität in diesem Modus. Dann hätte ich vielleicht doch nicht so nah am Ozean siedeln sollen. Ja, scheiße, Alter. Ich bin direkt am Ozean. Ja, ich auch. Bloi, hier kommen Kometen runter. Aber du hast doch... Oh, ja. Oh, dann bist du da. Uh, Peter ist gar nicht so weit weg. Wenn da Kometen runterkommen, dann bin ich ja gleich bei dir. Es kommen jetzt schon Kometen runter. Was ist denn das für ein unsträglicher Modus? Ich trottel. Leute, Kometen waren doch auch früher so. Hey, Peter! Was geht's? Er kam immer mal wieder. Aber ich sag euch eins. Mein Freund! Das war Peters Idee, dieser Modus. Wenn er jetzt als Erster die Kometen abbekommt, das hat eine gewisse Gerechtigkeit, finde ich. Findet ihr nicht auch? Ich finde das nicht. Ey, Leute. Wieso denn eigentlich Kometen? Das ist ja wohl lächerlich. Wer kommt denn eigentlich auf die Idee, hier mit Kometen zu arbeiten? Ach ja, ich sehe gerade einen Vulkan habe ich auch. Der ist zwei Felder von meiner Hauptstadt. Also meine Hauptstadt hat einen Fluss, das Meer, einen See und einen Vulkan. Und ich habe mich verleiten lassen, da zu siedeln, weil da ein Diamantfeld war. Ich glaube, daraus kann man irgendwas lernen über, ich weiß nicht, die Menschheit, das Leben, die Gier. Den Vulkan habe ich, ehrlich gesagt, komplett übersehen. Ich war so auf die Diamanten fixiert. Ach, was soll schon schiefgehen? Ey, Vulkane können ja in diesem Spiel auch die Fruchtbarkeit erhöhen. Das kann auch gut sein. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Jetzt mal hier. Das ist alles voll okay so. Ich habe das gut durchdacht. Ich glaube nicht. Ich lebe mich damit zwar ganz aus dem Fenster und sage, dass das ganz schön mies war. Das ist unverschämt. Ich kann gar nicht so viel mit euch reden. Ich bin gerade schon wieder latent angespannt, dass ich hier nicht direkt wieder von den Barbaren in den Anfängen, in den Kinderschuhen meiner Zivilisation direkt von denen vernichtet werde. So, was habe ich denn hier eigentlich? Du wolltest König haben, ne? Ja, aber das ist doch okay, ich stehe dazu. Das stimmt. Jeder kriegt hier, was er verdient. Peter will Katastrophen und kriegt sie direkt. Nils will Barbaren und kriegt sie direkt. Das ist, äh... Ja. Ich will Reichtum und kriege ihn direkt. Aber er muss halt mit Vulkane und Ozean dafür... Ja, ich habe hier Diamanten. Oh, ach so. Okay, das ist schon mal gut. Okay, hier sind ja viele Stadtstaaten. Mhm. Bin auch sehr begeistert. Oh. Alter. Das ist nicht untertrieben mit den Stadtstaaten. Das muss ich für dich mal sagen. Peter ist gar nicht so weit weg. Das ist krass. Wie nah miteinander sind. Das finde ich aber scheiße. Ist nicht schon gut. Ich will nicht so nah an dir sein. Also... Peter... Du machst das da draus, also ob das gut ist oder nicht. Du machst das da draus. Wir machen alle unser eigenes Schicksal. Ich habe noch gar niemanden entdeckt. Das finde ich eigentlich erstmal ganz gut. So ein bisschen Ruhe, Frieden, Muße. Oh. Bei mir kommen jetzt die Komete, das ist runter. Das ist, äh... Ich hatte ja gedacht, dass dieser Modus nicht lange fackelt, aber ich glaube, ich habe ihn immer noch unterschätzt. Oh, hier ist ja wunderbar reiches Land. Das müssen wir erschließen, meine lieben Freunde. Oh, lol. Ja, sagst du was? Was ist denn los? Ich habe gerade eine Gratis-Militäreinheit bekommen und das war mir neu, dass dieser Bonus überhaupt existiert. Der ist extra für dich erfunden worden. Ja. Es ist so der Trostpreis für die Meteoritentreffer. Mhm. Deine Stadt wird zwar wie die Dinosaurier dem Erdboden gleichgemacht, aber du kriegst einen Schleuderkämpfer. Oh, shit. Das ist tatsächlich, äh, jetzt wo du es sagst, ich habe die tatsächlich bekommen, als ich über das Feld gegangen bin, äh, das vom Meteoriten getroffen wurde. Ach, echt? Ja, das sind Außerirdische. Hast du schon mal versucht, ihnen ein bisschen Kryptonit, äh, ob, ob das irgendwie auf sie einen Effekt hat? Peter hat Superman gekriegt, die Eliteeinheit hier. Ein Arsch. Oh, jetzt kommen hier Barbaren. Sie kommen aus der Turm, da kommen sie. Oh mein Gott, wer ist das denn hier? Ihr wagt es. Oh, und hier habe ich, äh, zwei Stadtstaaten entdeckt. Ich dachte gerade, einer davon muss doch ein Spieler sein. Nee, es sind zwei Stadtstaaten. Interessant. Peter ist da vorne. Hm. Da ist auch noch ein, ne, doch, das ist doch, ne, ist auch ein Stadtstaat, was geht denn ab? Überall Stadtstaaten hier. Ja, es sind wirklich viele. Was haben wir, 17 oder so? Oder 15? Ich weiß es gerade gar nicht. Immer echt viele. Und ich, es sind aber, alle drei habe ich jetzt zum ersten, als erster getroffen. Das heißt, es sind nochmal drei andere, als die, die ihr schon entdeckt habt. Krass. Interessant. Aber diese, diese Barbaren hier sind ein Problem. Das, das kann nicht, äh, angehen, was, was hier, die... Die wollen doch Stress. Mach mal nicht so ein Auge. Oh! Da sehe ich jetzt auch Meteoriten! Und wenn ich darauf, ich kriege eine Einheit, oder was? Hat Peter gesagt. Kann, kann es sein, dass das... Bei mir war das so, zumindest. Da steht jetzt natürlich schon jemand anderes drauf. Da kann Peter natürlich jetzt auch wirklich eine Menge Unfug verbreiten. Indem er sagt, als ich in die Meteoriten reingelatscht bin, ist mir voll was Gutes passiert. Sollte dir auch alle machen. Ja, ja. Traust du mir etwa nicht? Nach letztem Mal nicht weiter, als ich dich werfen kann. Was nicht weit ist, weil ich nicht mal Bälle weit werfen kann. Oh, 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 ich habe kaum noch Zeit, das ist ja fürchterlich. Muss ich das jetzt machen? Bist du schon hart am Feinden, oder was? Oh, ich muss nachdenken. Ne, das mache ich nicht jetzt, deshalb habe ich keine Zeit für das. Es tut mir sehr leid. Gut, ich... Es scheint, als würde ich die Barbaren nicht erwischen. Heißt, da wird bald eine Invasion folgen. Das ist sehr ungünstig. Mit denen hier soll sich der Stadtstaat rumschlagen. Wofür sind die denn gut, ne? Wenn nicht, um ein bisschen hier zu helfen. Wohl wahr. Gut gesprochen. Weise Worte. Ave. Ave Marie. Ave Kondome. So, ähm. Ey Leute. Ich möchte an dieser Stelle bestätigen, was unsere Nachforschung bereits haben vermuten lassen. Man bekommt tatsächlich eine gratis Militäreinheit. Wenn man... Was echt? ... auf so ein komisches Feld geht. Told you. Naja, aber du bist jetzt ja nicht unbedingt der vertrauensseligste Mensch. Niemals. Jetzt haben wir es aus zwei, sage ich mal, bedingt vertrauenswürdigen Quellen. Shit. Warte mal. Wieso kann ich denn jetzt nicht mehr... Warte. Was wollte ich grad sagen? So, jetzt muss ich nochmal... Shit, was nehm ich? Boah, was ist das denn hier? Alter, wenn diese Stadtstaaten nicht wären, ne? Dann hätte ich voll das geile Land zum Siedeln. Ich mein, es gibt immer die Option, mit Stadtstaaten muss man ja nicht nur, sage ich mal, friedlich interagieren. Das hat letztes Mal interessanterweise, glaube ich, gar niemand gemacht, aber man kann dir sich, sage ich mal, zu Willen machen. Schwert und Stahl. Ja, aber da bin ich nicht so ein Fan von. Du hast eher so die... Überzeugst sie eher religiös, nicht wahr? Ja, genau. Der ist auch geil. Der ist schon länger still. Macht er sich ins Fluss? Was ist... Ne, der redet mit Sepp gerade schon oben im... Ja, okay. Ja, ich hab gar nichts neben dem Spiel offen. Okay, okay, okay. Mir gefällt das auch überhaupt... Boah, das gibt's doch nicht, was bist du denn für einer? Ach, du bist ja Kumpel. Ach, der, der, der Sepp greift sich die Leute einfach quasi, ohne, ohne ihre... Ne, Jay, Jay greift sich die Leute einfach. Ah ja, sorry, ja, genau. So. Der snackt sich sie einfach. Noch ein Barbarenlager, ist ja schlimm. Ah, Mann ey, das ist aber auch alles belastend hier gerade. Ich möchte sagen, ich... ja. Ja, ne? Siehst du auch so. Ich sehe es exakt genauso wie du. Also, warum können die nicht mehr arbeiten? Wir sollten hier einfach 24-Stunden-Tage einführen, damit die mehr arbeiten können hier. Hör mich auch so. Ich brauche mehr Geld. Ich brauche mehr Forschung. Meine Leute sind alle dumm. Oh, Bram habe ich schon gesehen. Wo habe ich denn Bram gesehen? Hey! Oh, lol, hey! Bruder! Freund! Freund, sprich Freund und tritt ein! Erstmal Freundschaft verkünden. Ja, natürlich. Hey, mein Freund! Wo kommst denn du her? Alles gut! Ja, leere Worte kann man ja erstmal so ein bisschen... Was soll das denn jetzt schon wieder heißen? Maurice, ne? Kannst du jetzt mal aufhören mit deinem komischen Lappen folgt die ganze Zeit Swiss zu streuen? Ja, ich weiß auch nicht, was das soll. Ich weiß auch nicht, wie hier... Mit gespaltener Zunge... Genau, da trifft man einen anderen... Da trifft man das Heilige Reich Russlands, ne? Stolz darauf... Das tut mir leid. So einen großen, ehrvollen Partner zu haben, was machst du? Er wird nur rumgemeckert. Ja, habt ihr denn jetzt die Freundschaft verkündet? Ja, natürlich. Natürlich. Oh, habt ihr. Ach ja, dann. Das hat dir wirklich getan? Klar. So. Ich habe mal eine Frage. Wenn man auf Bonus-Ressourcen siedelt, bekommt man dann die Ressource für immer oder ist die dann weg? Würdest du unserer Antwort vertrauen, Nils, ist die Frage. Ja klar, natürlich. Bonus-Ressource müsste weg sein, aber Luxus nicht. Ah, okay. Sowas in der Art hatte ich mir nämlich irgendwie gedacht. So, da oben ist auch nochmal wieder jemand, aber ist das auch wieder nur ein... Warte mal. Erstmal machen wir das so. Belastend hier alles. Okay. Shit. Bist du... Oh, nein, 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 nein. Oh, da oben ist ein... ein anderer Spieler. Gut, ich glaube, ich ziehe meine Truppen mal wieder etwas zurück. Uh, 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 uh. Wer ist denn hier? Oh, jetzt habe ich Leute getroffen. Brammen und Nils. Ich grüße euch. Echt? Wie, beide gleichzeitig? Ja, anscheinend. Äh... Tatsächlich keine Ahnung, wo Nils angeblich sein soll. Nur, dass ich ihn gerade in oben rechts halt angezeigt bekommen habe. Das, äh, wirst du vermutlich niemals herausfinden können. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich wird es auf ewig ein Mysterium bleiben müssen. Ich möchte euch nur sagen, dass, äh, Sebastian wahrscheinlich auf Religion geht. Ist das so? Ja. Wenn, wenn du das so denkst... Wie, wie kommst du denn zu dir? Ach nee, hier ist, äh, Nils. Nils hat mich gefunden mit seinem Schleuderschutz. Ich sehe, dass er da ein religiöses Gebäude baut. Direkt an der, mir, mir anliegenden Stadt. Oh, oh. Oh, Tornado. Wie, er versucht das zu überspielen. Nix gut, Tornado. Alter Schwede, ey. Leute. Und da Nils sogar noch vor Sepp ist in der durchschnittlichen Glauben pro Runde, muss es sein, dass sogar beide auf Religion gehen. Oha. Was für alle anderen beteiligten Spieler natürlich das Best-Case-Szenario ist. Wieso, was, was, was für eine Religion wirst du denn anstreben? Guck mal, wie interessiert der jetzt direkt ist. Jetzt ist natürlich die Frage, Peter, wie fühlst du dich dabei, dass sie dir so nacheifern? Vielleicht wird es ja so wie bei evangelisch und katholisch, dass beide die gleiche Ausrichtung haben und friedlich koexistieren. Bestimmt. Kann gar nicht anders. Muss ja nicht immer eine Notwendigkeit für Krieg geben. Wenn alle an den, an denselben allmächtigen Herrscher glauben, ist das ja auch okay. Ja, das hat ja historisch auch immer super funktioniert. Ja, doch, also doch. Ja, schon. Also jetzt mittlerweile, würde ich sagen, ist es okay. In der Vergangenheit gab es da vielleicht mal Unstimmigkeiten, aber... Oh, ich sehe, Nils, wir sind tatsächlich direkt... Ich sehe da, du kaufst dir hier, Ländere... Oh, da wurde er direkt weggezogen. Schottland ist gerade wieder weg. Schade, ich habe Schottland gerade. Krass. Wer ist denn Schottland? Schottland ist jetzt vielleicht mein Freund. Oha. Keine besonders gute Antwort auf meine Fragen. Ich bin richtig... Wer gibt es mir denn für die Info? Wait, wer wurde denn weggezogen? Ah, Maurice, okay. Alter, Barbarenreiter? Wollt ihr mich verarschen? Ui. Uiuiuiui. Alter Schwede, es ist ja aber auch echt... Nur damit ihr alle Bescheid wisst, Jays, lau'n Augen, eine eigene Aussage, eine Wand. Wat? Was heißt das denn? Ja, weiß ich auch noch nicht so genau, was das bedeutet. Aber hey, seine Wand. Boah, Leute. Eine Wand, okay. Na, das ist natürlich Quatsch hier. Ah, Leute. Aber sind alle ein Ticken voneinander weg, wa? Nicht so wie beim letzten Mal. Beim letzten Mal. Nee, da ist ich sehr nah dran. Sepp und ich haben schon Grenzen quasi, die aneinander liegen. Ja. Oh, okay. Also wir beide sind schon... ...ja, kein Fan von. Gute Nachbarn. Äh. Oh Gott, ist das hier alles... ...angenehm zügig. Diese Geschwindigkeit macht mich fertig. Woher kommen die denn alle her, hier? So, was... Sorry, was hat der jetzt? Aha. Hallöchen, Nils. Ja? Na, wie geht's dir? Gut, was ist los? Bist du zufrieden mit deinem Staat und deinem Volk? Haha. Worauf willst du hinaus? Sprich! Nee, ich hab... Ich habe jeden Einzelnen jetzt einfach gefragt, wie zufrieden er mit seinem Volk war. Ja. Und was so seine Pläne sind. So, jetzt weiß ich das. Ich sag aber nichts über irgendwelche Pläne von den anderen. Ja, also ich bin, ehrlich gesagt, total hektisch gerade, weil dieses Zeit... ...diese Zeitlebit macht mich völlig fertig. Ich hab nur nie so mit diesem Zeitlebit krass gespielt. Aber, äh, mein Plan ist, ähm, erst mal zu überleben. Und was... Das ist ein guter Plan. Was? Du willst auf irgendwas hinaus? Sprich schnell. Was ist... Was kann ich nicht tun? Ich will auf gar nichts hinaus. Ich wollte einfach nur fragen, wie es dir geht und wie zufrieden du mit deinem, äh, Herrn, äh, ich weiß gar nicht, wie der heißt hier, Gilgamesch. Ja, ich kenn... Krieg und Forschung. Ich hab mit Gilgamesch noch nie gesprochen, äh, gespielt. Aber der ist, glaub ich... Oh Mann, das. Der ist schon... Der ist okay, aber... Was? Krieg und Forschung kann der? Krieg und Forschung kann der, glaub ich. Also, da seh ich dich. Vor allem im Krieg. Ja. Cool. Ich mich auch. Ey, sorry, dass ich grad so... Ich kann... Ey, ich bin so... Ey, das ist so hektisch, Alter. Das ist so krass. Der Anfang ist super wichtig, um quasi eine vernünftige Basis zu haben für das Endgame. Da will ich dich nicht stören. Ja? Wie geht's aber? Sag mir doch ganz kurz jetzt nochmal, weil zuhören kann ich besser als reden am Anfang. Sag mir doch mal, was ist bei dir denn los? Wie geht's dir denn? Bist du zufrieden? Ich bin sehr zufrieden. Also, ich seh, wo alles ist. Ich weiß, wo deine Nachbarn sind, wer deine Nachbarn sind. Ich weiß, was vielleicht deine Nachbarn vorhaben. Das war... Solche Sachen, weißt du? Ja, teilweise. Das ist echt krass. Du bist... Du bist ja... Ich bin gerade... Ich bin gerade... Du bist ja Spion. Naja, ich sag aber dem... Also, ich bin... Also, ich bin wirklich dafür, dass entweder du oder Maurice gewinnen. Ich will weder Bram oder Sam auf jeden Fall nicht gewinnen. Ah, okay. Aber ich habe trotzdem keine Tipps. Ich bin da sehr... Ich bin die Schweiz. Aber ich finde es gut, dass du direkt sagst, wer nicht gewinnen solltest. Das finde ich gut. Und dass ich nicht auf dieser Liste stehe, das finde ich ehrlich gesagt noch besser. Ja, ja. Ich ziehe dich mal wieder... Ich lasse dich mal wieder frei. Vielen Dank. Es war aber toll. Gutes Gespräch. Hallo. Hi. Ich wurde gerade in ein Gespräch verwickelt. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich kann überhaupt nicht vernünftig antworten. Ich komme mir richtig vor wie so ein dummer Batz. Weil ich... Dieses Spiel mich gerade so fordert. Mit seinen zahlreichen Anforderungen, dass ich... Ich kann nicht reden. Das ist nicht möglich. Ja, Nils. Was hältst du denn davon, wenn wir einen Stressfaktor rausnehmen und uns die Freundschaft erklären? Hast du Angst, dass ich dich angreife oder was? Es wäre doch gewiss zum beiderseitigen Vorteil. Ja, ich bin dabei. Sehr gut. Sehr gut. Oh Gott, wo kam denn da diese Bahn wieder her? Oh Gott. Dann habe ich hiermit die Freundschaft verkündet. Das freut mich. Wir sind gute Kumpels. HDGDL-Kumpel. Boah, ich bin gar nicht. Sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch. Boah, irgendwer von euch klingt, als wenn er auf einem hohen Berg ist und der Wind die ganze Zeit ins Mikro pfeift und er demnächst irgendwie anfängt, Reportage zu machen. Hey Leute, ich bin hier auf dem Mount. Das ist bei Maurice. Ja? Das kann tatsächlich bei mir sein. Ich bin tatsächlich nicht sicher. Ich kann mal in TeamSpeak gucken, ob man mit dieser Hintergrund-Sound-Unterdrückung oder sowas noch was bewirken kann. Er hat eigentlich schon Hintergrund-Geräusche entfernt. Ich schraube das mal noch hoch. So, bringt das irgendwas? Ja, also ich höre dich zumindest nicht mehr so schnaufen jetzt gerade. Sehr gut. Ist aber auch ein anstrengendes Spiel. Muss ich auch mal sagen. Also so Herrscher zu sein, ist nicht so ohne, ne? Hey Leute, ich sag euch das. Oh, jetzt werde ich hier schon wieder angeswaffelt. Das ist ja an Lächerlichkeit kaum zu verbieten. Aber wo kommen denn diese Krieger immer her? Immer Krieg. Jetzt werde ich angeswaffelt. Oh, das ist doch eine schöne Stadt hier. Oh mein Gott. Also man merkt schon, dass die Katastrophenintensität erhöht ist. Wurdest du gerade auch schon wieder angegriffen quasi? Diese fette Flussüberschwemmung. Okay, es ist immer noch ein sehr, ähm, ein sehr schnaufiges. Vielleicht solltest du bei Tamspeak Maurice deine Voice Activation ein wenig erhöhen. Das kann ich auch noch tun. Moment. Ah, hast du einen geschnauften Tag erwischt, was? So, warte. Ich glaube, das ist, das ist, äh, äh, der neue PC, dessen Lüfter irgendwie noch mehr tun, als sie tun sollten. Überambitioniert. Könnte mir nicht passieren. So, wie ist jetzt? Ja, gerade ist cool. Gefällt mir gerade ganz gut. Sehr gut. Geil. Geh mal nach. Ja, oder auch nicht. Zeit. Kacke, ey. Oh, und der feine Herr Brammen hat ein Weltwunder gebaut. Wat? Ja, Schweden dachte sich mal. Hm, die hängenden Gärten. Wir lassen mal einen hängen. Fancy. Ei, ei, ei. Hi, hi, hi. Hi, hi, hi. Boah, Leute, ich komme hier zunächst. Alter, wo riech's? Was? Ja, das ist ja fantastisch. Jetzt lachst du so. Naja, dein Geschnaufe, das ist halt. Ist das immer noch? Ich dachte, ich hätte das jetzt mit Teamspeak in den Griff gekriegt. Ja. Es ist, wie gesagt, nicht mein Geschnaufe. Es ist der beschissene Rechner. Das kann ich natürlich jetzt viel erzählen, ne? Hm. Alles gut. Mach mal die Teamspeakerkennung noch weiter hoch. Okay, 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 Leute. Ah, hier. Da ist doch schon wieder. Na gut. Oh, Leute, ey. Das ist ja so lächerlich. Ey. Bei mir ist gerade ein Barbar gestorben. Soll ich euch mal sagen, woran? An einem Sturm? Ne, er ist in einer Überschwemmung ertrunken. Und ich wollte ihn gerade platt machen und er so, ne, ich ertrink lieber. So, tschüss. Hä? Wieso kann der denn jetzt nichts machen? So. Er hat noch nie erlebt. Ei, 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 ei. Ach, du sollst doch da auch lang gehen. Come on. Ah, gut. Ei, 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 ei. Ihr kommt sehr gut klar mit dem Zeitlimit, ne? Ich habe das Gefühl, ihr seid da ein bisschen abgewichster als ich. Ich erforsche mal die Tierzucht. Tierzucht, das ist schon auch wichtig, sich um die Tiere zu kümmern. Das sehe ich auch so. Sag mal, hört ihr mich eigentlich? Ja. Ja, sehr gut. Okay, ist gut. Wollte mal sicher gehen, weil ihr gerade nicht geantwortet habt auf meine Plaudereiversuche. Entschuldigung. Vielleicht hat es ja gerade ein bisschen gerauscht. Ja, Leute. Es kann sein, dass es untergegangen ist. Das ist ja nicht so schlimm. Wir haben ja alle mal so Phasen der Abwesenheit. Ich habe 38 Sekunden in meinem Leben. Was mache ich denn jetzt? Warte mal. Ich muss erst mal, Alter, die Zeit ist schon wieder hier. Ein Faktor. Hatte ich auch eine kleine Katastrophe. Der Fluss ist über die Ufer getreten. Oh, das ist sowas krasses. Aber es war relativ harmlos. Dortland würde es überstehen, wie es schon die Engländer überstanden hat. Oh, da geht jemand auf Glauben. Okay, das bedeutet natürlich Krieg, ne? Also wer Religion in eine atheistische Welt bringt, der hat es auch nicht anders verdient. Du. Leute, Leute, Leute. So, wo ist der andere Homeboy? Ja. Was macht das? Oh, geil. Das ist ja auch nicht schlecht. Was? Oh, ich Trottel habe schon wieder aus Versehen Scheiße gebaut. Och, das nervt. Warum? Magst du uns davon erzählen, von deinen Trotteligkeiten? Ja, ich habe aus Versehen was gekauft, was ich nicht haben wollte. Oh. Das ist ein Problem. Das ist natürlich hart. Das tut mir leid. In der Tat. In der Tat. Oh Gott, ich kann nicht so schnell... Alter, jetzt verschenke ich hier eine Runde. Das ist ja einfach nicht zum Aushalten. Man hat hier wirklich keine Zeit, um durchzuatmen. Ist ja so lächerlich. Das kenne ich gar nicht. Das ist mir gänzlich neu. Dann bauen wir erst mal das hier. Wir können auch gute Handelspartner sein, finde ich gerade. Das kriegt erst mal nichts gegen, würde ich sagen. Das ist ja mega. Das ist natürlich hervorragend. Äh, 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 äh. Das ist ja gar nicht ganz schön gesiedelt hier. Äh, äh, was? Warm? Ja, der gute Mann hat ja auch gut Punkte. Das gibt's ja nicht. Ist das nicht... Wenn auch nicht so viele wie Sepp. Na gut, ich habe auch das erste Weltwunder gebaut, also. Das stimmt. Ich habe das erste Weltwunder gebaut. Ja, ja, gut, das bringt ja auch Punkte, also ich meine, ich habe eins. Schon nicht so ohne. Wieso denn? Warte, das muss doch da genauso was bringen. Wieso geht das denn nicht? Deswegen, verstehe. Ah, Stonehenge hast du gebaut. Verstehe. Da, da wollen sie uns wieder mit der Religion kommen. Ich sehe es doch. Quatsch. Wieso kann ich denn... Ach. Wieso geht das denn nicht? Echo Mio. Ist der böse? Scheiße, die Barbaren, die haben aber richtig Bock, ne? Mhm. Jay hat ein normales Zeitalter. Jay? Ja, stand da gerade. Geil. Ja, die Schweiz hat ein tolles, neutrales Zeitalter. Doch super. Ja. Wie viele Barbaren in dieser Welt hier leben, ist ja ober-shit. Schon frech. Alter, die bumsen aber auch richtig. Uff. Können wir zu mir kommen? Nein. Hm? Hm. 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 Boah, alter Schwede, ist das scheiße. Was? Lass uns teilhaben. Nee, ich hadere mit der Geschwindigkeit. Das ist schon so. Das ist heftig was bei dir abgeht. Mit so Halb-Noobs ist das gar nicht so einfach. Es spricht doch eigentlich im Gegenteil dafür, dass du kein Halb-Noob bist, weil die Einzigen, die mit der Geschwindigkeit hadern, sind ja die, die genug Stuff haben, dass sie damit zu hadern haben. Aber ich weiß schon, warum wir beide Freunde sind. Ja. Hahaha. Hmmmm. Sheesh. Alter. So scheiße. Ein Unwetter namens Harry zieht bei mir an der Küste umher. Das finde ich suboptimal. Ja, ich habe dafür einen Tornado, der einfach meine Stadt komplett verwüstet. Oh nein, er hat es halt original nicht gemacht, oder was? Ja. Ich gehe verwundet. Ich gehe verwundet. Ich gehe verwundet. Gibt es doch gar nicht. Auch nicht. Pfff. 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 Pff. 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 Pfff. 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 da Bewässerung doch so 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 der Brom hat da richtig viele Reiter bei sich alter Falter ja zwei habe ich schon weggemacht ja user was moved to your channel user was moved out of your channel Das ist gut. Aye, 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 aye. Mhm. Alter, was ist denn das für ein komischer Fluss? What? Einheit getötet? Motherfucker. Kann man nicht? Hey, Maurice, kannst du mal deinen Speer da wegziehen? Der ist irgendwie, nervt der mich. Ja, dem hast du den Weg abgeschnitten durch deine Expansion. Der versucht tatsächlich gerade irgendwo anders noch spähen zu gehen. Der kann ja nicht durch dein Land gehen, aber er wird da nicht lange verweilen. Ja, wer zu spä kommt, den bestraft dich schlimm, ne? Das ist vollkommen richtig. So, was mache ich denn jetzt hier? Ich glaube, hier ist es doch eigentlich ganz gut. Ah, könnte ich noch... Und hätte ich hier die... Ah, ja, so klar. No, 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 no. Hm, na, 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 na. Sch, 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 sch... Sch, 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 sch... Sch. Se, sch... Ah, nein, nein! Echt? So ihr Lieben, während die neue Runde beginnt, machen wir eine klitzekleine Werbung, einen Minispot, das dauert gar nicht lange und dann sind wir gleich wieder da, bis gleich. The 28th of May. Ja, da manchmal drücke ich Sachen und ich will sie eigentlich nicht drücken, das nervt mich sehr. Kennt ihr das Gefühl? Das ist außerordentlich frustrierend. Ich weiß aber auch nicht, wie das kommt, ob das so unterbewusst ist? Ja, ich glaube es ist ein unterbewusster Saboteur in mir, ich kann mir das nicht anders erklären. Das ist ein unterbewusster Saboteur. Ai, 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 Leute. Gabaren nähern sich schon wieder, ey. Aber das Gute an meiner komischen Position ist, die können gar nicht so gescheit angreifen, weil sie auch durch diese blöden Bergpässe müssen, durch die ich Völker gewandert bin. Nils, mein Freund. Ah, hallo. Bist du Freund oder bist du Feind? Ich bin immer dein Freund. Wann war ich denn niemals dein Feind? Naja, unsere Freundschaftsbeziehung hast du noch nicht angenommen. Ach, da war ja was. Stimmt. Wo bist du denn? Ja, das ist kein Problem. Guck mal, zack. So sieht das jetzt aus. So sieht das aus. Einfach so hat er gemacht, ohne großartig drüber nachzudenken. Ja. Äh, vielleicht hab ich ja drüber nachgedacht. Nur schnell. Vielleicht hast du auch so drüber nachgedacht. Da hab ich zur Abwechslung mal schnell drüber nachgedacht. Alter Schwede, ey. Leute, Leute. War das kaputt? Nee. Okay, das heißt, ich bin nicht mit Peter und Sepp die einzigen, die bis jetzt eine Grenze zu jemandem haben. Wie meinst du das? Mit wem hast du dazu eine Grenze? Zu Nils. Ja, auch eine direkte Grenze zu Nils. Dann haben wir ja alle direkte Grenzen zu Nils. Wir haben ja alle direkte Grenzen zu Nils. Nils ist das Zentrum der Welt. Äh, tatsächlich hab ich auch ein bisschen das Gefühl, dass ich zu euch allen eine Grenze hab. Ja, zu Peter kannst du keine Grenze haben. Ja. Wirkstens eine metaphorische. Ja gut, und natürlich auch die kulturelle und intellektuelle, wa? Ja, die ist auf jeden Fall gegeben. Das ist mir Nils um Längen voraus. Na, du sagst es so ironisch. Ich bin mir nicht sicher, ob du das ernst meinst. Okay, auf der Skala von 1 beschleim mal, ja? Wo siehst du dich da? Bei 3. Russische Missionare sind unterwegs. Alarm! Alarm! Was? Aber nur für die Heiden, nicht für die Kulturen dieser Welt. Was willst du denn jetzt schon wieder da? Das ist doch zum Mäuse melken. Ah, shit. Ah. Geil. Das ist nicht machbar, leider. Gesundheit. Oh, dankeschön. Baban, ey. Das ist nicht machbar, leider. so jetzt muss ich nämlich jemand schenken was sie hier macht also da will ich da soll der von dem und da sind der von dem dahin geht ist das auch okay und wenn der aktiv habe ich problem aber egal ich mache das sauberbahn fico's arschos kriegt die jetzt also zack zack aber das kann ich noch nicht wegen dings bums ich die technologie erst für geile scheiße naja dann machen wir noch mal eben ganz kurz für alle fälle das hier bitte sagt mir da hat noch jemand von euch eine religion gründet während sepp gerade weg ist aber sonst haben wir wieder ein problem ich habe gerade keine aber du stehst doch neben dem also das gibt es ja gar nicht das habe ich halt überhaupt nicht gesehen wer hat denn den stadtstaat besiegt moris ich habe ihn mir unter den nagel gerissen alle wann ist das denn irgendwie muss man ja langsame startbedingungen ausgleichen ich habe entschieden ist mit dem schwert zu tun also eigentlich mit der keule immer noch wir sind in schottland technologisch noch nicht so weit dass wir wissen wie man schwerter baut manchmal so ja mann ne geil geht so aus als würde sepp seine missionare weiter wegschicken und nicht erst mich übernehmen sondern irgendjemanden der weiter entfernt ist wenn er klug ist geht er auf nils weil das der der am meisten andere religionspunkte gerade noch sammelt versuchst du gerade gegen mich zu hetzen überhaupt nicht der ist nicht da wenn sepp direkt neben dir ist bin ich der nächste und nils ist rechts von mir und moris dann logischerweise auch weil der eine grenze zu nils hat also entweder ist er unter mir über mir oder rechts sogar noch daneben dann heißt ich bin der nächste von sepp ja aber wenn er klug ist geht er erst auf nils aber das heißt nils du musst jetzt voll und religion pushen ich habe das gefühl ihr wollt mir sagen was ich zu tun habe ich bin mir nicht sicher ob das ohne geldzahlung auch funktioniert dann verliere halt verliere halt mal wieder also ich kann ja nicht alleinig hier derjenige sein der jetzt hier der religion einheit gebietet also wenn ich euer schwert sein soll dann müsst ihr zumindest meine schatzkammer sein das ist eine schöne metapher nils das sei nur mal kurz angemerkt vielen dank also ich sag mal so mit ich habe jetzt erstmal die hose ausgezogen okay cool bingen lassen ist immer gut schwing dein ding der bis back alle ruhig jetzt na pssst so pass auf ne da nicht da würde gehen da darf ich noch nicht vielleicht mach ich hier da da oh ne da sind drei mach das jetzt hier egal mach das jetzt ach ja 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 jetzt habe ich auch peter getroffen hallo hallo moris ich grüße dich ich grüße dich ich grüße dich ich grüße dich egal dann machen wir das jetzt so ja lecko mio guck dir das mal an jetzt darf ich das dann nicht mehr machen das ist doch quatsch was soll das guck mal hier guck mal hier so w 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 Ist jetzt eigentlich Sound bei mir okay oder ist immer noch irgendwie ein Rundengeschnaufe? Ja perfekt, sehr gut. Peter, wir können gerne noble Freunde sein, auch wenn ich glaube, dass es relativ irrelevant ist, weil wir anscheinend weitgehend an anderen Enden der Maps uns zu befinden scheinen. Aber umso leichter kann man ja Freunde sein. Eben, tut ja dann nicht weh. Richtig. Nicht so wie sonst. Und das ist die Definition von Freundschaft. Tut es weh, ja oder nein? Genau, tut nicht weh, okay, dann halt Freunde. Ja, super. So, damit haben wir auch dann schon mal. Ach, geil. Was sind die Barbaren endlich besiegt? Ja, da sind sie weg. Mann, ey. Also unten zumindest die. Ah, du hast noch mehr? Ja, oben ist auch noch ein, wobei ich weiß gerade, ich seh grad nicht mehr. Aber zumindest war da vorher noch eins. Oh, was ist das? Wir haben einen Wettkampf. Was, was ist das denn? Was? Wir sollen unsere Seher irgendwie benutzen. Was? Ich weiß noch gar nicht, wie ich Seher bekomme. Was? Ich auch nicht. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Ich auch nicht. Ich hab auch grad Besseres zu tun, ehrlich gesagt. Was ist das? Das sind seltsame Gebaren hier. Keine Ahnung. Das ist offensichtlich Nonsens. Eine Ablenkungstaktik. Ich wollt grad sagen, was ist das denn für ein Quatsch? Was, was genau seht ihr denn da gerade? Ich kann nur sehen, Besänftigung der Götter, neun Runden. Ich kann aber leider nicht draufklicken. Ähm, wir haben, äh, einen Wettkampf gestartet, wo wir irgendwie die Götter besänftigen müssen. Ich hab noch nicht ganz verstanden, wie ist die Problematik. Ähm, aber ja. Man muss irgendwelche... Ja, ich kann mir ja vorstellen, dass man Seher baut und dann einfach irgendwelche Seher... Nein, das glaub ich nicht. Weil du bekommst, wenn du den ersten Platz belegst, bekommst du schon eine Sehereinheit. Das heißt, äh, das ist die Belohnung. Das heißt, ich glaube nicht, dass wir jetzt easy peasy Seher bauen können. Vielleicht müsst ihr auch einfach einen Krieger in den Vulkan werfen oder sowas. Könnte sein. Na gut, okay. Das ist alles, äh, sonderbar. Wie gesagt, ich hab immer noch nicht... Weiß jemand, wie man überhaupt Seher bekommt? Keine Ahnung. Wollen wir mal, ich kann ja mal gucken. Ich hab ja Glaube. Doch, man kann Seher... Man kann Seher mit Glauben... Das sind diese Katastrophenviecher. Und die kannst du mit Glauben kaufen. Und reinzufüllen ist der auf Glauben gegangen. Oh. Das ist jetzt natürlich belastend. Das ist ja ein Zufall gewesen. Scheiße. Hä? Mensch, jetzt haben wir ein Problem. Ich sehe gerade, ja, das... Ich versuche, ich versuche, ihr konstruktive Tipps zu geben. Hm. Boah, ey. Hm, 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 hm. das geht ja nicht schweden reicht schottland erneut die hand genauso wie italien schottland ist eigentlich jeder freundschaft stets zugeneigt schottland war ja immer nur in seiner freiheit interessiert wie mich marco riesel gelehrt hat so sieht es nämlich aus die unter das unterjochen anderer völker steht nicht in meinem bestreben auch dieses mal wieder nicht steht auch nicht in schottlands bestreben dass halt ab und an mal ein stadtstaat unter die räder kommt ist halt geht auf dem anderen blatt ist was anderes das ist ja kein echtes das ist ja keine echte nation da muss man ja schon unterscheiden finde ich so es gibt halt die großen herrscher der welt und es gibt halt die kleinen herrscher der welt und da dann mit dem gleichen maß zu messen wäre auch irgendwo also ist ja nicht produktiv meine ich das stimmt ihr mir doch bestimmt auch zu auf jeden fall immer so das wäre maßlos so kann man es auch ausdrücken so wie komme ich jetzt schnell an glauben ist die frage ja nicht unbedingt so einfach ja aber du brauchst auch nur 50 also es ist halt echt nicht so viel eigentlich zum bepaarer wieso habe ich ein wecker gestellt um 17.30 das ist selbst für mich ein bisschen spät bei mir hat vorher auch einer geklingelt und ich war selbst von mir auch sehr befremdet das ist gut Oh, das ist ein Rennauto. Bist du am Nürburgring? Ja, ich bin wirklich am Nürburgring anscheinend hier. Was war denn das? Die ballern ja ordentlich hier. Das würde ich mir nicht gefallen lassen. Wo willst du da mit deinem Missionar hin, Sepp? Hä, mit welchem Missionar? Alter. Rechts von Ost hier. Erkunden, Peter. Die nehmen ja immer für so Seen, Wüsten und so echte Namen, wa? Ja. Ich habe die Sahara-Wüste gefunden. Besteht irgendwie auf vier Feldern. Oh, das ist aber schon größer, als ich dachte gerade. Weil die Wüste Gobi ist halt echt riesig. Ja, zwischen Peter und mir ist auch eine Wüste. Die ist auch nur vier Felder groß. Auch eine menschliche Wüste. Guck mal, Peter kommt immer näher hier. Ost hier ist auch im Stissel. Ja, aber keine andere Richtung leider. Nach oben? Ja, oben ist auch nicht. Peter, ich verspreche dir, mein Missionar wird nicht an deinen Städten missionieren. Sehr gut. Immer dieser Religions-Hickhack, ey. Ich verspreche dir, mein Missionar wird nicht an den Städten missionieren. Aber ich verspreche dir, mein Missionar wird nicht an den Städten missionieren. Ja. Oh. Oh, was sehen meine kleinen entzündeten Augen denn da? Rom öffnet sich. Zeigt sich der Welt. Rom hat ja schon richtig viele Städte, Junge. Eine mehr als du, glaube ich. Nicht richtig viel. Shit. Mein Speyer ist hier irgendwie zwischen Grenzen gefangen und gammelt nur noch rum. Aber hey, gibt es schlimmer was. Okay. lalala lalala ach so leute ich frage mich die ganze zeit der muss doch den chat nicht unterhalten aber ich rede gar nicht nene ich rede kein bisschen ich höre euch einfach nur zu wie er euch anschweigt gerade alles gut weißt du wir sind halt alle so selbstverliebt dass wir ernsthaft denken ja das kann sein dass es einfach so cool ist uns nur zuzuhören das ist einfach jemand hier geil wir sind wir sind so clever und intelligent und geistreich aber damit ich den chat unterhalten werde werde ich jetzt peter mal ziehen ich habe ich habe alles hallo da ist ja eine Vereinbarung wurde mir vorgeschlagen oh ja das finde ich ganz wunderbar aber das ist ja das ist ja nix nichts was gegen meine Interessen läuft natürlich nicht wir handeln glaube ich irgendwie Honig gegen Orangen oder sowas ich glaube das kannst du kannst du verkraften das wäre mir halt wichtig dass unsere Freundschaft dadurch nicht in irgendeiner Form beschädigt wird das ist mir natürlich auch sehr wichtig das muss ich da wirklich zu sagen ja vollkommen vollkommen zu recht oh ein Tornado fegt übers Land das finde ich die Sonnenwetter sie belästigen mich das ist in der Tat suboptimal und feuerentfacht soviel dazu ich bin hier am schuften ey egal ähm das ist natürlich schon gemacht oh hier wurde gut was zerstört ach wie ungünstig okay das check ich grad nicht naja okay das bleibt hier nicht lang ist da auch einer den zieht er nicht mit ah shit naja egal egal Alter. Einzige, die ich noch nicht getroffen habe, ist Religionsfürst Zep. Also gehe ich mal davon aus, der ist ganz woanders. Ich weiß gerade auch nicht, wo der ist. Doch, ich weiß, wo der ist. Ich weiß noch nicht, was er treibt. Der muss, pass auf, also die Sache ist die, weißt du, wo ich bin mittlerweile? Ich weiß nicht, wo du bist. Ich glaube, ich weiß, wo du bist. Also ich bin tendenziell links von dir. Ja, du bist links von mir. Nils ist zwischen uns beiden. Genau. Soll ich das gerne ab. Und links unten unter Peter müsste dann Zep sein, wenn ich das richtig vor allem habe. Also die Welt ist doch sehr verschlossen mir gegenüber, leider. Das tut mir leid. Ich weiß nicht, ob das schlimm ist. Das ist oft, wie halt Propheten begrüßt wurden von der Welt, ne? Dass so Jesus und Mohammed und so, die wurden ja auch alle erst mal nicht so mega begeistert aufgenommen. Er muss ja nicht direkt begeistert aufgenommen werden, aber hier ein Arsch der Welt verfrachtet zu werden, ist halt schon bitter eigentlich, oder? Ja. Das sehe ich auch so, Sebastian. Das ist schon traurig. Ich bin wieder da. Ihr könnt aufhören zu lästern. Haben wir es nicht. Psch, psch, er ist wieder da. Hier wird nicht gelästert, Peter. Hier wird A nicht gelästert und B werden keine Intrigen geschmiedelt, während einer nicht im Tunnel ist. Das würde niemand hier tun. Gegen mich könnt ihr gerade gar nicht intrigieren, Alter. Ich bin in allen Punkten nicht vorne dabei. Anzahl Städte. Ja, okay. Das kann natürlich sein. Das weiß ich. Aber irgendjemand hat genauso viele wie ich, habe ich vorher noch gesehen. Ist das wieder geändert? Oh ja, Nils. Was? Nee, stimmt gar nicht. Keiner mehr. Du hast schon wieder gegründet, Peter. Alter, guck mal, meine Runde weg. Ey, der ist jetzt einfach so ein Gründer. Was geht denn mit Peter ab? Ich esse jetzt nebenbei. Peter hat schon sechs Stück. Ist das richtig? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sechs Stück hat er schon. Krass. Konzentriert dich jetzt auf Städte, Alter. Ey, jeder weiß, das hilft, gewinnen die Städte am Ende. Ja, dann gründ doch mal. Ich arbeite dran. Ich hatte über Bahn. Ich hatte über Bahn. Alles über Bahn? Ja, aber ich habe die immer ganz schnell gekillt, weil ich gut bin. Ja, bei mir standen die mit drei Reitern von der Tür, weil ich es zu lange gebraucht habe. So weit darfst du das gar nicht kommen lassen. Ja, habe ich aber. Jetzt gibt es ja richtig geil Essen. Leute müssen jetzt alle durch. Ich komme damit klar. Ich habe mein Abendessen gerade schon verschlungen. Aber ich habe mich muted dabei. Soll ich mich mjum-jum-jum? Jum-jum? Jum-jum. Da. Boah, wer von euch hat denn noch geilen Scheiß über? Nee, du nicht. Ich habe Nils noch gar nicht gefunden. Ja, ich habe mich versteckt. Da musst du mit deinem Speer, der genau in meinem Reich steht, einfach mal weiter nach rechts laufen. Ah, ja, okay. Genau, zwei, fünf Felder. Das ist nicht rechts gewesen, Peter. Ja, rechts unten. Ja, aber ich wollte halt... Nee, nicht rechts unten. Wirklich straight nach rechts und eher nach oben. Ach so. Du weißt nicht mehr, wo rechts ist. Das gibt es echt nicht, ey. Wirklich? Das war ganz weg von rechts. Alter, komm, das war auf jeden Fall rechts, aber halt rechts unten, bin ich glaube. Alter, hier wird ein Missionar nach dem Nächsten produziert von Sepp. Das stimmt aber auch gar nicht, das ist der Dritte jetzt, ey. Das muss ich aber auch nie übertreiben, Peter. Frage ist, wer produziert mehr? Produziert er mehr Missionare oder du mehr Siedler? Na, Peter, mehr Missionare. Oh mein Gott, Übersplutung. Oh mein Gott. Hm. Und ich sehe schon, Sepp wird wahrscheinlich den Wettkampf gewinnen. Sepp, wie hast du, möchtest du denn mit uns teilen, wie du zumindest diese 20 Punkte bekommen hast? Ja, genauso, wie wir das gerade gesagt haben. Du baust dir da so ein Dude durch Glauben. Ja. Du kannst ja 50 Glauben, ne? Dann muss er halt einen Vulkan haben und an dem Vulkan muss eine Einheit stehen. Und der muss halt auch da in der Nähe sein. Und dann kann der sagen so, jo, Opfer mal, schmeiß in den Vulkan, ne? Habe ich meine, äh, meine Keulenschwinger reingeschmissen, weil die können sowieso nix. Ja. Und dann? Ich finde, ich finde das ein bisschen fragwürdig, wie du mit deinem, deinem treuen Volk umgehst. Oh, das ist aber okay. Also, das waren ja mindere Menschen. Die haben sich für das höhere Gut geopfert. Wow. Jetzt geht's aber los hier. Wow, ey. Wollen wir wirklich so jemandem die religiöse Vorherrschaft über die Welt überlassen? Das ist schon okay. Sepp sagt selber, das ist okay? Dann ist es okay. Dann ist es, glaube ich, okay. Sie sind gerne gestorben. Sie haben sich halt der Religion hingegeben. Das gab's in der Geschichte ungefähr immer. Also, das stimmt tatsächlich. Das ist ja jetzt leider auch nichts Neues. Sepp, wieso hast du denn da auch ein Lager gebaut? Du wirst gleich erkennen, warum nicht wegen dir? Du wirst gleich erkennen, warum nicht? Du wirst gleich sehen, warum nicht? Aus's Maul. Nee, Peter. Das hat nichts mit dir zu tun, nur mit unserem angrenzenden Freund. Oh, wo? Wer ist der angrenzende Freund? Alter, Peter, was machst du da wieder? Ich bin das nicht. Irgendwer benutzt hier die komische Nadel. Ich bin unschuldig. Quatt, ich. Warum? Was ist das Problem mit Nadeln? Keine Nadeln setzen. Warum? Weil jeder Adel ist bei uns. Abkackt. Was? Deswegen darf ich auch keine Nadel setzen. Fuckt mich auch ab. Wie, das Spiel kackt ab, wenn man eine Nadel setzt? Aber behandeln nur. Nicht bei einem selber. Ihr verarscht mich. Ich darf euch auch es zu einer potenziellen Kriegstaktik machen. Sepp, willst du Hunza übernehmen? Ihr befindet euch in einer Verarschungssituation jetzt gerade, oder? Hunza wird gleich weichen müssen. Nee, nee, jetzt wirklich so. Kann ich dir zeigen, hier, ich mach eine Nadel. Aber leider nicht. Nee, hör auf jetzt. Ich glaub euch das ja. Aber das ist ja das trotzdem das Dümmste, was ich hier erlebt hab. Und mein Leben hat viele dumme Episoden hervorgebracht. Das möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen. Kein Fan davon hat, du Hunza übernimmst, Sepp. Ich mein, im Prinzip ist das ja realistisch, ne? Also wenn man sich zu oft eine Nadel setzt, dann stürzt das Leben ab, ne? So ist das halt. So ist das, Peter. Was? Die können sowieso, die können sowieso nix da mit ihrem 9er-Feld. Der ist halt nur 9 groß. Also ist halt dumm. Aber leider haben die Mauern. Und die sind stark. Das ist ein bisschen belastend. Die Mauern sind stark? Also wird noch ein bisschen dauern, wieder. Guck mal, wie lange das dauert. Da bist du. Krasser Sound. Okay, so. Ah shit, ich war eigentlich an dem Punkt, wo ich nachdenken wollte. Könnt ihr mich mal in Ruhe lassen? Sorry. Kommt nicht wieder vor. Ist ja echt nice, wenn ihr mich nicht die ganze Zeit stören würdet in meinen Bemühungen. Da, da ist der Bödefeld. Haben wir uns? Ja, da haben wir uns. HDGDL? HDGDL. HDGDL, Alter. Die haben so einen vollen Lappen. Handeln kann, traurigerweise. Was? Du brauchst mal doppelte Luxusgüter, damit ich die mit dir handeln kann. Peter, wir können handeln mittlerweile. Meine Freundschaft ist ein Luxusgut, muss ich ehrlich mal sagen. Was? Ja, Tee habe ich mittlerweile selber. Da kann ich nichts mit anfangen. Oh, was? Das haben wir uns doch gegenseitig versprochen. Ja, aber ich habe es halt gefunden. Oh, Mist. Siedel mal nicht so viel. Dann kann ich dir aber was gönnen. Ja, auf Siedler zu bauen, wenn du aufhörst, Missionare zu bauen. Das ist ein fairer Deal, finde ich. Also fairer geht eigentlich gar nicht. Ja, im Moment brauche ich auch gar keine Missionare mehr. Nach dem nächsten. Das macht den Deal jetzt schon wieder deutlich. Der ist halt schon länger dran. Das wäre sonst kacke. Aha. Okay, Peter. Interessant. Und mittlerweile gehen die Runden ja lange. Ja, das stimmt. Ja, ich war zwischen schon kacken. Ich glaube, nebenbei kann ich auch noch irgendwie so einen zweiten Beruf erlernen oder so. Kann man gar nicht Fernstudium machen jetzt? Das ist dein erster Beruf? Mein erster Beruf ist erstmal Quatschlaberer. Das ist doch kein Beruf. Aber dann hast du ja schon deinen zweiten Beruf. Lappen? Ne, ich brauche nur einen zweiten. Ne, dein zweiter Beruf ist doch Lappen. Ingenieur. Ja, das habe ich ja auch am Zahnfleisch gelernt, also. Quatschlabern ist nämlich gar nicht so einfach. Häufig unterschätzt. Das ist jetzt auch Quatsch, was du gerade gesagt hast, oder? Ja, siehst du. Das muss man erstmal können. Aber er ist tatsächlich Ingenieur. Oh, ich habe eine große Persönlichkeit. Das habe ich schon immer so empfunden. Der war gut. So, Leute. Ach, ich darf ja hier gar nicht. Ich trottel. Tolle Wurst. Was ist das? Hm. Ich bin sehr unzufrieden hier bei meiner Lage. Aber doch nicht hier bei mir eine Ecke. Ey, dieser komische Seher, der kann eine Katastrophe auslösen. Aber das ist ja voll dumm, was bei mir im Gebiet zu machen. Oder etwa nicht. Lieber nicht. Also, ich meine, du kannst es mal probieren und gucken, was so passiert. Ja. Aber mal drücken auf den Knopf. Ich empfinde das als keine gute Idee. Das muss ich wirklich sagen. Ich muss mal eine ganz wichtige Frage an alle, warum heißen eure Städte noch Uruk, Stirling, Stockholm, Roth und St. Petersburg. Aber nicht die langsamen Leute. Ja, genau. Keine Zeit. Ich glaube, den alle warten gerade. Okay. Fuck off. Könnt ihr, ihr beschwert euch darum, dass ihr nichts, dass ihr keine Zeit habt, ja? Dass ihr zu viel Zeit habt, Entschuldigung. Na, ändert mal hier die Namen in lustige Namen. Ja, ich gehe erst mal aufs Klo. Oder das. Sehr gut. Wo kann er denn mal hin? Ich habe schon mal was unbeinahnt für dich, Jay. Hast du schon zu lachen? Gut, Ron. Sehr gut. Ai, 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 ai. Oh. Also wer, wer ballert sich da gerade ein? Da bin es nicht ich. Das klingt... Au, sch... Was ist los? Wir haben ein Tornado. Oh mein Gott. Oh nein, ein Tornado. Ich muss auch was essen. Depp hat tatsächlich, äh, ne, äh, ja, hat es gewonnen. Ja, ich wollte gar nicht gewinnen. Das bringt mir sowieso weniger, als wenn ich nicht gewonnen hätte. Aber ich meine, es ist ja auch relativ erbärmlich, weil keiner von uns anderen überhaupt irgendeine Bemühung unternommen hat. Also du bist halt Erster unter Versagern, quasi. Quasi, ja. Mhm, mhm, mhm. Aha. Interessant. Alter Vaterjunge. Was denn, Bram? Nein, 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 nein. Peter macht 71 Gold die Runde. Alter, dieser Scheiß-Klack mit der Liste, ey. Na, Sepp hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, voll kacke. Jetzt habe ich so eine Kackeinheit wiedergekriegt. Ja, ist doch voll gut. Kannst du Leuten, die dir auf den Sack gehen, Naturwunder ins Gesicht ballern. Alter, Peter, du machst so... Du machst mit absolut am meisten Geld pro Runde. Leck mich an der Eier. Das ist meine Zivilisation. Kannst du mal aufhören, dich die ganze Zeit hier auf mich zu fokussieren, Alter? Soll ich mal die ganze Zeit deine Statistiken lesen? So ein Zufall, dass man sich auf den Gewinner des letzten Wals fokussiert. Ja, wirklich, ich lese mir halt die Statistiken durch, während ich halt die ganze Zeit auf alle anderen Menschen auf diesem Planeten warte und noch am warten auf Peter Smits, ja? Ja, weil ich gerade Schiffen war, Junge. Ja, und dann bin ich halt bei allen durchgegangen und ich bin einfach jetzt durchgegangen, wenn ich am meisten Geld gerade pro Runde mache, da hast du halt gewonnen. Ja. Der ist da bei dir irgendwas passiert? Ist da irgendeine Naturkatastrophe gewesen? Da, wo jetzt ein Schleuderschütze steht, ja. Dein Schleuderschütze hat auch richtig abgekriegt. Ja. Also wir wurden von einem Tornado heimgesucht. Das war nicht so gut. Das ist sehr traurig. Ein Tornado, der tat echt weh. Aber gut. So sind sie, die Tornados. Oh, da siedelt Sepp. Ach, das ist, das ist, das ist. Ich habe gefragt, es wäre schneller. Wird Peter seinen Siedler schneller setzen oder Sebastian? Oh, ist das spannend. Haltet ihr mich auf dem Laufenden? Haltet ich auf dem Laufenden. Genau an der Grenze zwischen Peter und Sebastian. Jetzt beginnt es mit der neue Runde. Ich glaube, da habe ich noch gar nicht aufgedeckt. Ist da ein Siedler von mir in der Nähe? Keine Ahnung. Der hat keinen Siedler in der Nähe, Brom. Peter will woanders hin. Sepp, greifst du auch Jerewan an? Ne, ich greife jetzt Jerewan an, weil ich Huns gar nicht machen kann. Wieso kannst du Huns gar nicht machen? Ja, weil die kacke sind. Das verstehe ich nicht. Ja, weil die eine Wand haben, die haben eine Mauer. Die haben aber den Jay gemacht. Kannst du deine Finger bitte von Bologna lassen? Von Bologna? Bologna? Ne, Bologna, das ist ja dein Gebiet. Das wirst du dir wahrscheinlich einverleiben. Das ist mir ganz klar, dass du das einnimmst. Da möchte ich auch gar nicht interferieren. Alles gut. Tolle Luft. Das ist belastend. Das ist mir ganz klar, dass du das einnimmst. Okay, gut. Nechkot. 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 Ich hatte ja eigentlich vorgehabt, dieses Mal ein bisschen mehr auf Forschung zu gehen. Es sind all meine Städte weit entfernt von tollen Felsformationen für gute Campus-Lokationen. Das Schicksal ist mir nicht wohlgesonnen. Wir sind befreundet. Was willst du mehr vom Leben? Wobei, wenn ich mir das anschaue, Wissenschaft pro Runde ist das alles nicht so weit auseinander bisher bei uns. Also da erkenne ich jetzt noch nicht, dass das jemand extrem pusht. Nils ist vorne dran, glaube ich, was das angeht. Jaja, Nils hat am meisten auf jeden Fall. Ein Mann des Wissens eben, offensichtlich. Ich weiß. Ach, Freunde, es ist alles so anstrengend. Nils hat, ach Quatsch, Sepp hat mehr als doppelt so viel Glaube wie Nils gerade. Ja, also... Dann müsst ihr was dagegen tun, auch so, ne? Also, wenn man... Dass du mehr Glaube bekommst? Nee, ich meine, wenn man mit jemandem im Krieg ist, dann kann man die Missionare ja auch angreifen, ne? Also, just say. Ja, gar keine Missionare. Sepp ist gerade ein ganz guter Nachbar, muss ich sagen. Na gut. Ich meine ja nur. Ich kann jetzt immer noch nicht glauben, dass das mit den Nadeln da stimmen soll. Das ist das Dünnste, was ich hier gehört habe. Oh, das hatten wir letztes Spiel auch schon so. Ich glaube, ihr wollt einfach nicht, dass ich Nadeln setze, weil ihr wisst, dass mir das sehr viel hilft. Ja, mir hilft das auch super viel. Aber es ist nur mein Gefühl. Gefühl de facto. Fuck, wieso krieg ich hier so'n Shit die ganze Zeit? Ah, da, Nadel! Wer hat ne Nadel gemacht? Ich nicht. Ich habe nicht genadelt. Ich bin doch kein Tannenbaum. Oh, das ist wieder was. Ey, Leute, das ist echt mit diesen Naturkatastrophen und so weiter. Ich weiß es nicht. Ah, ich sehe gerade, die hat dich, hat gerade deine Forschung ziemlich zerballert, ne? Was? Das ist mir vorher auch passiert. Du bist gerade um irgendwie elf Forschungspunkte gefallen. Ne, neun Forschungspunkte gefallen. Ja. Gefallen ist er? Meinst du, dass ein Reich schwach ist? Möchtest du das damit sagen? Ich vermute, weil das halt irgendein Sturm gerade durch seine Universität gepflügt ist. Das habe ich vorher auch. Das ist eine Lächerlichkeit, nicht zu mehr überbieten, was dieses Spiel mir hier zumutet. Ich bin schon für recht, ein Reich als schwach zu bezeichnen. Weißt du, wir beide haben mittlerweile so ein Verhältnis, da kann man sich auch mal necken. Wir wissen ja beide, dass er das nicht so meint. Das stimmt, das stimmt. Weißt du, ich nette ihn ja auch manchmal ein dummes, mieses Drecksschwein. Und er weiß auch, ich meine es nicht so. Weißt du, das ist unter Freunden einfach so. Walter ist ja eher als Leidensgenosse. Mir ist ja genau das Gleiche passiert vorher. Warum ist da denn? Ach, da darf ich gar nicht. Hahaha, daher weht der Wind. Verstehe. Hey, Sepp. Mhm. Ähm, ich, wenn, also nur, ich muss dich mal kurz ziehen. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Mhm. Das kann nichts Gutes sein. Ich denke auch. Mhm. Unglaublich. Aber wahr. Oh. Alter. What the fuck? becke in kabul vorher einfach mauern gebaut während ich sie angegriffen habe shit werdet ihr auch jetzt opfer so oft von diesen katastrophen eigentlich oder oder nicht aber schon das ein oder andere mal schön ist das nicht das ist tatsächlich überhaupt nicht schön Sebastian hat krieg erklärt gegen dich gegen jerewan das ist auch fast schon dauernd ich glaube er hält nicht lange ein zwei runden Peter hat eine neue stadt gegründet Aretium oder habe ich gesehen Peter das habe ich gesehen du Schmuck was denn nichts was denn ich habe das gesehen dass du dir gerade die die eisen ressource geholt hast ihr braucht noch eisen wie weit zurück seid ihr denn ich habe schon synthetisches eisen synthetisches lol okay so viel zeit ich sehe alles einfach weiß ich das ist ja schon so eine kleine kriegserklärung von Peter an dich ne ja klein das nennst du klein für mich ist das eine global herausgeschriebene kriegserklärung ach Leute das ist ja interessant so was muss ich jetzt hier noch warten shit komm hier wird wieder alles kaputt gemacht bei mir das kann doch nicht sein ja bei mir auch scheiß stürme ey es ist tatsächlich bei mir auch nicht besser möchte noch mal darauf hinweisen dass Bram in meiner gunst gestiegen ist ganz klar weil er schon städte umbenannt hat ihr habt das alle noch nicht gemacht außer Bram es hat jetzt keine downtime mehr aktuell naja das sind ausreden die ich nicht zählen lasse lieber Peter kann ich denn schon da machen wir das jetzt mal ja 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 So. Halten wir einmal fest, ja? Alle dürfen gleich einen Tipp von mir bekommen, außer Peter. Warum? Aus gegebenem Anlass. Du wolltest, dass ich die Stattung benennen! Ja, Jay, ich würde so einen Tipp dringend in Anspruch nehmen. Am Arsch. Wo du das verdient hast mit deinem Cockholm. Da verspricht er hier Sachen, weißt du, und dann... Ja, ne, ich kann das nicht so... Okay, was ist denn der Tipp? Ich kann ihn ja gerne geben vielleicht. Frag doch mal. Das würde ich gerne privat fragen. Ach, privat! Ach so, also... Okay. Ich ziehe ihn mal, ich werde aber keine Tipps geben. Ach, Leute. Hier geht die Mauschelei schon los. Das ist ganz... Und das auch noch von dem Unabhängigen hier. Ja, ich fand das sehr dubios. Ja, ich fand das sehr dubios. Ich hab auch nicht dafür Worten hier. Das ist ja so lächerlich. Wenn, 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 wenn so Felder brennen, ähm, kann man die einfach... Löschen mit einer... Äh, Baueinheit oder... Brennen klingt erstmal nicht so gut. Brennen hab ich noch nicht gesehen. Also bei einem Vulkan oder was? Ja, mir brennt da einfach hier die... So ein Bananenfeld. Das brennt aber auch richtig hart. Oha! Also... Ich möchte meinen, ich verstehe das nicht. Ich kann die verstehen. Shit. Ich weiß nicht. Ah, schon. Peter, ich finde auch deine neue Reichsausrichtung eigentlich sehr ansprechend. Was meinst du damit? Ja, so wie du deine Städte umbenannt hast, finde ich schon legitim. Gut, dass du das anerkennst. Ich erkenne das hier positiv als gute Handlung erkenne ich das an. Begünstigt dich. Hm? Nils. Ja, ja, wartet ihr schon wieder auf mich? Nee, nee, aber ich sehe, du hast eine recht hohe militärische Stärke und ich frage mich warum? Einfach, weil ich das geil finde, wenn ihr Respekt vor mir habt. Entschuldigung. Oder Grund. Hast du Angst, dass ich dich angreife, oder was? Nö. Ich wollte einfach doch nur mal fragen. Wie lange brennt der Shit denn hier, ey? Der tausendjährige Waldbrand. Das ist eine komplett neue Spezies. Der Feueraffe und das Feuereichhörnchen, die haben sich einfach in der Zeit evolutionär entwickelt. Die können im Feuer existieren. Und hier ist auch noch ne Leck-o-mio. Oha. Ist doch alles nicht mehr, ey. Schon nicht so ohne die Stadt hier. Ey, Bram. Ja, bitte. Unsere Freundschaft ist abgelaufen. Ja, die können wir erneuern, wenn du möchtest. Du wirkst relativ gleichgültig. Nee, ich wirkte nicht gleichgültig. Ich möchte gerne mit dem unfassbaren Sumerischen Reich eine lang gehegte Freundschaft weiterführen. Ich wollte gerade sagen, also das ist doch eigentlich ne Sache, da kann man auch verdammt stolz drauf sein. Da kann man auch verdammt stolz drauf sein. Oder wie? Das können uns nicht so viele nachmachen. Ich wollte das gerade sagen. Also. Dann machen wir das doch am besten gleich. Alter, wer macht da schon wieder die Nadel? Nein, ich hab nix gemacht. Ich habe... Einer ist rausgeflogen. Mir hat die Verbindung getrennt. Ja, Leute. Was machst du da? Soll ich euch mal... Ups, soll ich euch mal sagen, in welchem Moment das hier abgelaufen ist? Warte mal, ich muss mal eben... Machen wir eben hier... So. Da müssen wir jetzt natürlich fixen. Müssen wir neu laden, ne? Shit. Weiß ich nicht, ich speicher mal. Ähm, ich sag euch, was passiert ist. Okay? Ich habe Brams Freundschaftsanfrage angeklickt. Und dann war drauf. Und dann ist er abgestürzt. Oh nein. Ich glaub, das ist ein Zeichen. Ich glaub auch, dass das ein Zeichen ist. Ich bin mir relativ sicher, dass das ein Zeichen ist. Wir können einfach warten, bis wir da drin bist. Ja. Ach so. Aber was ist mit dem Timer? Ja, pausiert. Du kannst neu... Ach echt? ...neu connecten. Cool. Ich hab das Spiel pausiert. Das steht bei mir auch. Spiel pausiert durch Jay. Hm. Sehr gut. Dann ess ich und trinke ich. Dann bin ich gerade schön mein Pumpernickelbrot mit Nutella am beschmieren. Da kommt jetzt der Stress von Nils. Ja, ja. Sorry, ich wusste nicht, dass Brams Freundschaft so tödlich ist. Was hättet ihr mir eigentlich sagen können? Es war ein vergiftetes Angebot offensichtlich. Oder? Bram, was hast du dazu zu sagen? Ich glaube, dass einfach das Spiel unserer intensiven Freundschaft nicht standhalten konnte. Ich glaube auch. Wir sind einfach zu gute Freunde. Wie ist das bei euch so? Nutella mit oder ohne Butter? Mit Butter. Nee, ohne. Um nochmal ein bisschen Krieg anzuheizen hier. Aber eigentlich Nutella gar nicht, weil Nutella ist Schmutz. So, ähm. Ach, wie komme ich denn erst wieder rein? Warte mal hier. Wo bist du? Du musst wahrscheinlich über Bram joinen oder so. Ja, ja, ja. Pass auf. Ich mache das jetzt einfach mal. Ich bin so kink. Ist Peter nachgejoint schon? Ja, ich bin schon wieder da. Ich werde bereits weitergeleitet von einer freundlichen Hostess. Mit einem Bram-Merchandise-T-Shirt drauf. Ich verfolge übrigens deine sportlichen Aktivitäten durch zahlreiche schwitzige Planking-Bilder, die du auf Instagram postest. Und ich muss sagen, ich bin sehr respektvoll dir gegenüber eingestellt. Und ich glaube, wenn du so weitermachst, du hast einen richtigen Muskelkörper. Du kannst ein richtiger Muskelschrank werden, wenn du so weitermachst, Bram. Das ist ein Ziel. Und dann erobern ich Hamburg. Ich kann wieder entpausieren. Nein, Mann. Ich bin doch nicht mal im Leben. Lädt noch. Ach so, okay. Ungültige Spieleroption steht bei mir. Was? Wie? Muss jetzt nicht direkt geschrien werden? Müsst ihr mich, ähm, Entschuldigung, habe ich geschrien gerade? Ich war zu dicht am Mikro vielleicht. Müsst ihr mich irgendwie bestätigen oder sowas? Ja, ich konnte einfach wieder joinen. Ich bin gerade verwirrt. Bist du in der Lobby? Ja, da steht jetzt bei, also, ich bin in der Lobby, genau, in der Spielerlobby und da steht Tritt bei mit gelb. Aber unten steht ungültige Spieleroption. Das heißt, du kannst nicht auf bereit klicken? Ja, das heißt das, genau. Das sagt mir nix. Hm. Ich möchte es nochmal, warte mal, ich geh nochmal zurück. Ich probier's nochmal. was kann ich da ändern? Man könnte halt neu starten, also neu laden, nicht neu starten. Hm. Und da liegt's vielleicht einfach da dran, dass er nicht dem Host join? Ah, jetzt geht's. Aber ist es möglich, dass, ähm, mein Computer für mich Züge gemacht hat? Nee, das hat ja wie gesagt pausiert. Also über, ich glaub am Ende der Runde macht er das sonst nur, ne? Überprüf gerne nochmal, was du da, äh, das weiß ich doch nicht mehr jetzt. Ja, aber wenn ich mir dazu angucke, sieht dann alles vernünftig aus, nach deinem Plan. Was? Das, das, die, das wäre halt ne Möglichkeit, wenn wir jetzt speichern und laden würden, dann kann es schon mal passieren, dass Computer dann das Züge machen und das ist super nervig. Das wollen wir nicht. Vieles lastet auf euren Schultern, König Gilgamesh. Nee, das sieht ganz gut aus bei Nils. Was der hat. Wir sehen zu euch als Handführer empor. Doch ihr seid mehr als nur ein Mensch. Das Gewicht dieser Welt. So. Bist du jetzt wieder drin? Yes. Ähm. Du hast noch 1,22. Achso. Dann kann ich wieder endpausieren. Ja, ist das cool für alle? Jawohl. Von meiner Seite aus ist das ganz prima. Geil. Dann 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. Sehr gut. Warte mal, ich will jetzt aber noch nicht Schluss machen. Freundschaft abgelaufen. Ach ja, sollen wir das noch mal probieren oder ist dir das jetzt zu riskant? Freundschaft. Nee. Ich bin dafür. Hm. Was? Äh. Warten, warte. Ich riskiere es. Bitte nicht abstürzen. Ich darf. Warte mal, ich muss. Ah, jetzt. Ah. Du bist so ein richtig, ein richtiger Bücherwurm. Bei mir. Mag auch Bücher. User left your channel. You were moved. Hm. Nils? Ja? Warum brennst du deine Bananen ab? Oh nein, was lädt der jetzt? Ich hab keine Ahnung. Äh, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Das hat einfach angefangen zu brennen. Deswegen hab ich schon gefragt. Warum lädt der jetzt neu? Ähm, das war meine Frage, weil meine Bananen haben einfach angefangen zu brennen. Als wenn das irgendwie Dynamitbananen sind oder was. Ich glaub, es gibt jetzt Waldbrände oder sowas. Ja, aber was tue ich dagegen? Ich hab noch keine Feuerwehr erforscht. Das ist eine verdammt gute Frage, was man dagegen tut. Vielleicht kannst du die jetzt wieder aufrüsten oder sowas. Aber Bananen geröstet, ich mein, gebackene Bananen schmecken ja beim Chinesen eigentlich ganz lecker immer. Ja, das stimmt, ne? Diese gebackene. Jetzt bin ich, jetzt hat er neu geladen. Hab ich gesellt, ne? Hast du tatsächlich gemacht? Du lädst bei dir, du lädst gerade noch oder was? Ja, er hat irgendwie komplett neu geladen. Pausier nochmal. Ich, also ich bin jetzt wieder im Spiel. Und zieh dich mal wieder runter. Feuer erlaschen. Feuer entflacht. Ja, bei, bei Nils er lädt gerade irgendwas wieder. Ja, ich muss da auch einmal neu laden. Ja, aber wenn die Zeit halt weiterläuft, ist das halt irgendwie nicht so geil. Bist du jetzt wieder drin, Nils? Ja, also ich bin wieder da. Wir können, wir können weiterspielen. Was auch immer das gerade für komische Anwandlung sind. Ja, wird schon. Ah, das wird gut werden. Okay, ähm. Whatever. Freundschaft abgelaufen. Ich konnte immer noch keine Freundschaft mit dir. Doch, warte mal. Die haben wir ja getätigt. Die muss jetzt ja aktuell sein. Die ist auch aktuell. Einheit, die ich befehle. Jetzt könnte ich mich nicht mal mehr durchschalten. Hallo? Das ist jetzt echt strange. Hallo? Okay, das ist komisch. Nee, jetzt magst du dich mal ganz kurz mit mir privat unterhalten. Ja, sehr gern. Ziehst du mich rüber? Kann ich gerne tun. Ich weiß, ich möchte Jonathan mitkommen. Sind wir allein? Großer Herrscher vom Sumerischen Reich, ja? Ja. Ich sehe euren, eure drei kleinen Pisser Richtung Cockholm laufen. Was? Was machen die da? Wie, was? Nee, nee, wieso brauchst du gar nicht anfangen? Äh, warte mal. Die Missionare? Äh, bist du sicher, dass das meine sind? Ja, da steht Missionar Sumer. Warte mal. Jetzt muss ich ja immer selber checken, wo der ist. Der ist links neben Ficksschnitz und rechts neben Cockholm. Ach, tatsächlich? Ähm, ja, aber der läuft nur durch dich durch. Okay. Der läuft Richtung Kadiff, um ehrlich zu sein. Okay, okay. Ja, dann können wir auch gerne wieder nach unten. Aber eigentlich sollte der auch gar nicht hin. Der sollte eigentlich nach Laventa. Aber, nee, das passt schon. Nee, der läuft Richtung Kadiff. Also, du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich ungefragt meine Religion dir aufzwingen würde. Ich meine, es würde deinem Reich jetzt nicht unbedingt, das wäre nicht unbedingt schlimm für dein Reich. Was ist denn der Vorteil von deiner Religion? Ähm, da kriegst du prozentual Produktionssteigerung und du fragst das aber natürlich, weil du erstmal wissen willst, was meine Strategie ist, weil ich die natürlich dementsprechend mit meiner Religion füttern möchte. Ich bin dafür, dass du mir ruhig deine Religion aufdrücken kannst. Ähm, nee, genau, also das, du kriegst da auf jeden Fall Produktionsbonus und irgendwas habe ich jetzt vergessen. Ach ja, ich glaube. Du hast meine Erlaubnis, das großartige Schweden zu missionieren. Ah, ja, okay, das ist doch gut. Das finde ich gut. Bin ich dabei. Bin ich dabei. Okay, mache ich. Ich bin nebenbei hier so ein bisschen abgelenkt, Bram, deswegen kann ich nicht so gut reden, aber ich werde die Scheiße aus deinem Land raus missionieren. Ich werde, ich werde kommen und mach einfach alles. Wieso funktioniert das nicht? Wunderbar. Dann kommen wir wieder runter. Stehst nicht. Okay. Guten Tag. Willkommen zurück. Hallo Leute, hallo Leute, hallo Leute. Hallo Neustrader. Ich bin sicher, ihr habt absolut nichts um ein Höses oder Fragwürdiges besprochen miteinander. Das ist korrekt. Sehr gut. Wir sind gute Freunde. Und es hat ja auch gar nichts mit dem sportischen Reich zu tun. Das freut mich natürlich sehr. Läuft der Timer noch weiter? Nee, eben nicht. Ich habe nämlich auch ich habe auch keinen Timer. Die schätzte Zeit ist abgelaufen. Ist die erste Runde ja von Nils wieder. Was? Immer noch? Sind denn alle schon durch? Also bei mir läuft kein Timer ab. Ich kann nicht weiter drücken. Nix. Warten auf Nils. Steht bei mir. Ah, jetzt. Weil der neu gejoint ist, zählte für den der Timer nicht, weil es die erste Runde ist. Ah, das ist ja sogar durchaus clever irgendwie vom Spiel eigentlich. Jetzt brennt, okay, jetzt brennt das zumindest nicht bei mir oder immer aus. Bei mir brennt alles, what the fuck. Ihr Waldfelder einfach weg. Das habe ich mir so nicht vorgestellt. Das habe ich mir so vorgestellt. Ist das so? Mhm. So, pass auf. Oh, Bram, Alter. Bei die Wand und Gottkaiser J hast du ja mal die absoluten Oberprämienplätze für Campusse. Ja. Leider bin ich nicht jemand, der so viel auf Wissenschaft geht eigentlich. Aber ein bisschen muss man da mitziehen. Ich wollte gerade sagen, kannst du ja trotzdem sehr gut gebrauchen eigentlich. Ja, letztes Mal warst du unser Wissenschaftskönig. Vielleicht hat das Spiel sich noch dran erinnert. Wird jetzt mal bist du es? Knapp vorne, wa? Gerade. Ich habe knapp gerade ein bisschen mich an die Spitze gesetzt. Aber ich habe wirklich, ich habe einen Premiumplatz für einen richtig geilen Campus und alle anderen sind scheiße. Ja. Ich hätte eigentlich tatsächlich durchaus auf mehr Forschung eben zu gehen diesmal, weil das für dich ja letztes Mal durchaus gut lief und dann... Okay. Na ja, kommt es zum Krieg, dann hat man den Vorteil der neueren Einheiten im Zweifel. Ach, come on, ey. Egal. Machen wir jetzt. Wie findet ihr eigentlich den neuen Season Pass und die neuen Inhalte und so? Also den Modus spielen wir jetzt ja gerade. Ich weiß nicht, ob jemand schon die neuen Völker gespielt hat. Was war eure Meinung dazu? Ich fand es ja ein bisschen schade, dass wir eher so einen Haufen von Kleinzeugs machen statt noch ein großes Add-on. Das hätte ich mir eigentlich lieber gewünscht. Ich hätte auch lieber nochmal ein fettes Add-on mit vielen Änderungen. Ich glaube aber, bevor ein fettes Add-on kommt, kommt der nächste Teil, oder? Na, weiß ich nicht. Sie haben jetzt noch für wie lange sind jetzt noch diese... Ja, aber das sind ja immer nur Herrscher, ne? Ja, aber das verkaufen sie halt zum gleichen Preis wie halt ein fettes Add-on. Ja. So, der Weltkongress Produktion. Was wollen wir denn? Gibt's da irgendwas, was wir... Wir könnten doch zum Beispiel mal sagen, dass in der heiligen Städte keine Gebäude mehr gebaut werden können. Das finde ich eine ganz gute Idee. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, gute Idee. So, diese komischen Glaubensgeschichten. Und wir könnten doch auch noch sagen, dass, äh, Mobilität-Einheiten mit Glaubekosten jetzt auch teurer wird. Finde ich auch gut. Ich kann nämlich gar keine kaufen. Also, obwohl ich schon auch ein bisschen was könnte, gehe ich das mit, einfach weil ich jemand bin, der sich gerne ins Weltbild einfügt. Das sagt man weltweit über dich. Ja. Ich wusste nicht, dass man weltweit über mich redet, aber gut zu wissen, wird mein Video positiv. Das ist doch, äh, die Weltgemeinschaft bricht sich gemeinsam für eine rationale Welt ohne Religion aus. Oh, oh, wieder Leck. Oh, ja. Baut zwei raus, oder? Ich glaube, die Läden jetzt wieder nach. Hm. Bei mir lädt es auch nach. Äh, hat da jemand was anderes? Heißt ja was. Da hat aber jemand richtig viel diplomatische Macht, das, äh, wurde stattdessen... Ich hab mal pausiert wieder. Ja. Ja, es ist ein bisschen nervig, dass wir jetzt aktuell gerade immer, immer wieder nachladen. Hm. Also unsere, unsere schönen, äh, Religionsvorschläge wurden nicht angenommen. Sondern? Wer hat sich dagegen ausgesprochen? Äh, es hat, stattdessen kann man jetzt Militäreinheiten mit Produktion billiger kaufen. Das ist natürlich heftig, weil das betrifft alle. und Theaterplatzproduktion ist beschleunigt. Aber du kannst das sogar gucken, wer das gesagt hat. Das würde ich auch gerne wissen. Weil ich kann das nicht mehr gucken. Das würde ich gerne sehen. Ich kann das auch nicht gucken. Militäreinheit kann ich euch nicht sagen. Da hab ich da... Ich bin ein Pazifik... Schweden steht für den Pazifikismus. Doch, kannst du normalerweise sehen. Ach, es haben tatsächlich, äh, nur Nils und ich für die Heilige Städte... Aber ich kann es gerade, weil ich es pausiert hab, nicht sehen. Peter, wo kann ich es auch nicht sehen? Ich hab auch für die Heilige Städte abgestimmt eigentlich. Eigentlich... Also es wird zumindest nicht angezeigt, dass du es getan hast. Also ich kann gucken, ob ich gleich den Globus anklicken kann. Und Brammen hat, äh, auch nicht, äh... Okay. Ähm, das ist total interessant. Ich kann übrigens gerade nichts mehr machen. Ach, ihr lädt noch nach. Sehe ich gerade. Ja, ey, Maurice, aber das zeigt doch mal wieder, wer der Verlässlichste ist. Ja, ich glaub eher, dass in dem Moment dann die Verbindung verloren wurde, weil ich hab das 100% angeklickt und dann irgendwas anderes passiert ist. Ja. Oha. Und unten hat einfach der Zar vom russischen Reich uns mit seinem diplomatischen Schwergewicht Was soll das denn heißen? Äh, denn er hat, äh, ja genau, was hat er denn? Vielleicht liegt das auch an mir. Stimmt. Weil ich aus Versehen einmal geklickt hab und ich hab irgendwie 100% äh, Produktion, ja, ich hab glaub ich 10, weil man 10 immer hat. Bei Maurice müsste man das doch ganz genau sehen, wer für was gedingst hat. da hab ich meine 10 investiert in den Unterhaltungskomplex. Ich dachte, das bringt jedem was. Im Zweifel. Wenn ich mich schon verklicke. Ey, wenn du was in den Unterhaltungskomplex investieren möchtest, dann mach das doch mal bei Pete's Meat. Ah, der war gut. Wie geht das, Alter? Also ladet ihr denn jetzt noch nach? Ja, ich bin durch. Aber wir warten ja jetzt auf irgendwas. Ja, bei mir steht auf J. Ja, gut. Zack. Ah, da geht's weiter. Jawohl. Tatsächlich. Da geht's weiter. Ich hab abgestimmt, ich stimme jetzt nicht mehr ab. Hab ich endlich Sepp gefunden? Bist du hier? Oh, was? Jawohl, oder? Bist du gelb? Nee, ist gelb Russland? Gelb ist Russland, ja. Ja, ist Russland. Ach, das ist der Stadtstaat, den du gerade frisch eingenommen hast. Genau. Tierewahn. die Freunde von Jerewahn. Alles ernüchternd hier. Peter hat für Heilige Städte abgestimmt. Ja, und ich bin der Meinung, dass ich das nicht getan habe. Das ist krass. Das sagt er jetzt natürlich so. Ich wette, es ist in Wirklichkeit, spielt er das Long Game und laden das an als eine positive Geste. Ich bin schon eher geneigt zu sagen, wir sollten die ganze Lobby neu laden, weil ich nicht will, dann nochmal irgendein NPC für einen Scheiß stimmen, für den ich nicht gestimmt habe. Das darfst du dir aussuchen. Das darfst du jetzt. Bin bei allem dabei. Alles, was euch glücklich macht, Jungs, wird auch ziemlich egal. Aber das geht doch jetzt gar nicht mehr, oder? Die Nummer ist durch. Also die letzte Abstimmung zumindest. Wer weiß, wie häufig Nils und ich jetzt wieder rausfliegen. Das passiert ja jetzt aktuell sehr häufig. Sollen wir die Lobby einmal speichern und neu starten? Habt ihr kein Autosave irgendwie? Lass doch warten bis zum nächsten Lag. Also bis es das nächste Mal auftritt, weil jetzt das zu machen und dann tritt es sowieso nicht mehr auf, ist ja Unsinn. Oder? Mhm. Und wenn es jetzt nochmal auftritt, dann laden wir einfach neu. Also dann speichern wir und machen das neu. Klingt doch glaube ich sinnvoll. Speichert ihr im Zweifel auch mal ab? Keine Ahnung, ob das so einfach geht. Das weiß ich auch nicht. Ja, man kann tatsächlich einfach. Ich mach mal zur Sicherheit. Ich hatte mir so ein paar, ich hatte mir ein paar Tastenkürzel gemacht und die sind seit diesem Crash weg. Das hab ich auch noch nie erlebt. Du bist ein krasser RTS-Spieler oder was? Nee, eher so auf die Runde beenden, auf die fünfte Maustaste gelegt. So, eher so Sachen dieser Art. Also. Shit, wieso hat der denn jetzt auf einmal überall Schwertkämpfer der Mistbull? Wer? Oh. Kann der doch nicht machen. Warte mal, wo hab ich jetzt da? Hm. Du Scheiße. Ja. Ich weiß nicht, ob euch das interessiert, aber ich hab soeben meine brennenden Bananen repariert. Denen geht's jetzt wieder gut. Das freut mich. Sehr schön. Na, wenn ihr mal eine Banane wollt. Na ja, gerne. Sag dir einfach nur Bescheid, ne? Es ist übrigens etwas ungünstig, glaub ich, dass Pep ja nicht nur religiös führt, sondern inzwischen auch smart war und militärisch ebenfalls führt. Ja, gut, aber nur, weil ich hier die Stadtstaaten da wegballer, ne? Ja, außerdem kannst du ein bisschen nach Norden wandern. Das ist okay für mich. Ja, find ich auch. Was? Ich mein, im Süden ist eh durch Klimawandel zu warm und nur im Norden gibt's dann noch fruchtbares Land. Hm. 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 Oh, da kommen Sebastians Missionare. Da müssen wir mal hier ein bisschen die Tundra entdecken. Ich rede von, nicht von dem da unten. Er hat gar nicht mehr. Shit. Ja, Sebastian. Siehst du wirklich? Ist auch okay. Ich habe so viel Zeit, ich sehe jede Veränderung auf dem Spielfeld. Das Auge Saurons. Alles. Mich nervt gerade nur Hunza. Andere Probleme habe ich gerade nicht. Jetzt ist leider, jetzt ist der Punkt, wo alle Stadtstaaten Mauern haben. Ja, hatte die leider schon sehr früh. Ich sehe auch gerade, dass irgendwer arbeitet sich an Nüge Nüge Samu ab. Wie heißt Nüge 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 Ey komm, was ist denn das für ein Name? Nüge Sarga Mu Ach komm, da spawnt der noch mehr. da lädt er wieder. Nils und ich laden wieder nach. Ja, lass mal dann die Lobby nachschauen. Ja, ist eh gerade pausier. Also, warte mal. Oder kann Jay direkt speichern? Hat er doch, hat er denn nicht gerade gespeichert? Ich speich, ich habe auch gerade gespeichert, ich kann auch gerne nur mal speichern. Jetzt speichern wir nicht jetzt, weil gerade sind Nils und ich nicht in der Möglichkeit irgendwas zu tun. Wann soll ich denn dann speichern? Du sollst den Speicherstand von letzter Runde nehmen. Ja, ich habe Runde 62. Also soll ich, ich speichere trotzdem mal sicherheitshalber. Ja, mach das. Du hast das sicher auch Autosave jede Runde aktiviert oder nicht? Keine Ahnung, ob man Autosave aktiviert hat oder nicht. Option spielen, dann siehst du das. Boah, jetzt hat dieser Mariko Leilahn meinen Campus weggehauen. Das kannst du doch nicht. Aber wenn du aufs Spiel laden gehst, ob du dann Runde und Spiel laden geht gar nicht. Ja. Okay. Gucken wir halt das mal. Zum Menü, ja. Runde 62 müssen wir also laden. Ja. So, dann gehen wir mal ins Hauptmenü. Da ist irgendwo der Wurm. Da ist mein Spiel abgestürzt. Nice. So, dann macht man das auf, das Spiel. Ich kann ja mal in der Zeit mal, habe noch nie in den Chat geguckt. Hallo, lieber Chat. Wie geht's euch? Grüße gehen raus. Das mache ich doch dann derweil auch. Ich mute mich mal eben, während ich mit meinem Chat rede, ne? Ja. Sif. Ja, ja, mach das mal. So, Leute, jetzt sind wir hier unter uns. Jetzt können die Schergen uns nicht hören. Wie geht's euch? Erzählt doch mal, Jungs. Ohne Zeit. Ich habe auf jeden Fall einen Speicherstand von Runde. Erzählt doch mal, wie es euch geht. Oh, jetzt sind wir Kopfhörer mal runter, nehmen wir mal was essen, jetzt mal eben Pause machen. Erzählt doch mal, was mache ich denn falsch? Und dann mache ich Autosafe. Es ist echt anstrengend. Ich lese den Chat, Don Leon. Don Leon, ich lese den Chat im Allgemeinen und dich im Speziellen. Alles, was du schreibst, Don Leon. Alles. Ich sehe auch dein Eintracht Frankfurt-Logo da. Sehr gut. Guck mal, was ganz plötzlich passiert ist. Was soll ich besser machen? Dann aber auch immer wieder nur bei euch. Ja. Ich bin ja manuell gelieft. Ne, automatisches Rührende. Wo muss ich denn das, wo muss ich das einstellen? Da, maximale Art. Ne. Eisen oben im Rund. Noch Runde pro automatisch zu speichern. Eins. Hundertprozent. Wir haben hier jetzt alles falsch gemacht. So richtig, Bram, oder? Wieso, man will was? Runde pro automatisch und speichern eins. Genau, das heißt, du kannst jetzt einfach Spiel laden drücken und dann kannst du oben automatische Speicherung aktivieren. Also ich könnte den jetzt auch laden. Geh mal eben hier in AFK. Also Multiplayer und dann Spiel laden und dann oben automatisch speichern und den Haken setzen und dann siehst du die Savecam zur letzten Runde. Kann ich die nicht einfach mal Ah, jetzt bin ich erst mal kurz rausgegangen. So Leute, jetzt hört ihr die anderen auch nicht mehr. So, jetzt versuche ich mal eben dem Spiel über zu treten. Wie? Fehler? Warum? Schreibt doch mal, Jungs, was, es ist echt anstrengend mit diesem Zeitlimit und dann diesen neuen Features mit den Katastrophen und alles. Ich kann da nicht beitreten. Warum das denn? Sag mal, auf der Abstimmung ist Nils auf dem letzten Platz. Eieiei, du darfst Bram nicht vertrauen. Nee, das mache ich tatsächlich aber auch wirklich nicht. Die religiösen Stadtstarten hätte ich versucht. Ich will eh nicht auf Religion spielen. Die Politikkarten, ja, die habe ich voll vergessen. Ihr habt völlig recht. Die hatte ich voll vergessen. Ich habe keine Mauern, das stimmt. Fußball geht bald los, ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Gegen Maurice haben wir null Chance. Ja, es kann sein, Maurice ist gut. Ja, also so richtig viel schreibt ihr mir jetzt hier auch nicht, muss ich sagen. Ich gehe mal gleich zurück. Was soll das? Dann muss ich das hier neu laden, oder was? Gehe gleich mal zurück in den in den Chat. So, Bram. Guck mal her, hier. Ah, jetzt geht's. Okay, Leute. Nee, Lazy Wasabi, Lady Wasabi, ich habe dich nicht vergessen. Hier sind auch Mädels. Hi, Nils. Hi, Mädels. Hey, das geht raus an alle Mädels, an alle Frauen, an alle Girls. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ich gehe zurück in den TeamSpeak. Oh, Mann. So, ihr seid alle bereit, ne? Könnt ihr annehmen, ja? Jo. Jo, jo, jo. So. So, dann hoffen wir, dass das jetzt funktioniert. So, da sind wir also wieder. Hoffen wir, dass das jetzt funktioniert. Ja, schade. Im Chat wurde gerade gesagt, bei mir solche Multiplayer-Probleme seien gar keine Seltenheit bei dem Spiel. Aber tatsächlich hatte ich's bislang noch nie. Wir hatten ja jetzt schon mehrere Silv-Events. Oh, das hatten wir aber auf LAN auch schon ein paar Mal. Wenn einmal einer rausfliegt, ist die Lobby dann so ein bisschen vergiftet, aber das sollte jetzt verbessert sein. Dann schauen wir mal. Alter, ist eure Notification rechts auch so unangenehm voll? Ja, das ist leider auch nicht ganz richtig. Also, das haben sie nie gefixt oder es ist gewollt, dass du nochmal daran erinnert wirst, was so alles passiert ist. Hm. Ist man noch ne Runde vorher springen können? Das wär gut gewesen. Äh. Watt. Oh, die sind so stark hier. Wir haben jetzt Runde 62 geladen. Runde 63 war wohl problematisch. Ja. Nur damit ihr Bescheid wisst. Ja, ähm. Das ist in Ordnung. Okay, weiß ich Bescheid. So eine Runde früher müssten wir jetzt haben. Das müsst ihr eigentlich nochmal alles noch einmal machen müssen. Alter, jetzt muss ich komplett die Bananen nochmal reparieren. Das ist ja wohl das allerletzte von euch. Geht auch gar nicht eigentlich. Und ich dachte, wir sind Kumpel. Das. Diese auch noch. Äh. Watt. Ja. Wer darf noch. Können. Hm. Ah, jetzt kann ich auch die Abstimmung sehen. Wofür habe ich angeblich gedenzt? Ja, ich glaube, natürlich mit Seth zusammengetan hast und so tue es, als wenn ich verklickt hätte. Nee, solche miesen Nummern mache ich nicht. Welche Kriege führt Nils da eigentlich immer? Jetzt hat er Gazagamo den Krieg erklärt, nachdem er davor gegen N'Gazagamu gekämpft hat. N'Gazagamu. der macht sich über uns lustig. Ich finde das schade, dass du das so siehst, weil in meinen Augen bist du immer noch mein bester Freund. Du bist auch mein bester Freund, Nils, aber auch unter besten Freunden. Beste Freunde machen ja auch immer mal komische Dinge. Beste Freunde kann niemand trennen. Beste Freunde sind nie allein. So. Ach da, ja stimmt, das wollte ich auch noch machen. Also nein. Aha. Das machen wir mal eben. Hm. Ah. Shit. Ah shit, ich trottel. Wie lange ist das denn noch? Ne, das mache ich jetzt. Das mache ich jetzt. Das ist mir zu tief. Ja. Okay, wenn Wälder abbrennen, verlieren sie die Produktion, aber gewinnen dafür Nahrung. Was für Info? Weil Waldbrand ist ja neu. Ja, nicht absichtlich, aber bei mir hat es halt gebrannt. Oha. Dadurch haben sich die Teil-Yields halt verändert. Von Produktion hin zu Nahrung. Interesting. Du mal, Nils. Ach. Jetzt sehe ich auch die Ergebnisse. Theaterplatz, Produktion. Aha. Alles sehr ominös. In der Tat. In der Tat. So, das will ich auch nochmal bauen. In der Tat. Habe ich jetzt gesagt? In der Tat. Da habe ich gesagt. Das klang sinnlich. Einfach mal durchatmen. Muss man auch manchmal machen, ne? Absolut. Ich bin bei dir. Sinnlichkeit ist gut. Ich habe noch nichts vom Fußball mitbekommen. Ne, außer diesen einen Schrei. Ja, Jay hat halt fein rumgeschrien, als du, glaube ich, noch im anderen Raum warst. So, Jay ist BVB-Fan, ne? Ja, ist richtig. Ja, ich würde auch dem BVB gerade die Daumen drücken, aber wir spielen ja gerade hier. Drücke ich trotzdem die Daumen. Ja, das finde ich korrekt von dir. Ich rot jetzt alle Regenwälder weg. Die gehen mir nur am Sack. Bist du ein Arsch, Peter. Wieso? Du weißt schon, dass wenn die Umweltverschmutzung hier in diesem Modus ein Grenzwert erreicht, wir alle von Meteoriten vernichtet werden. Ja, aber das beeinträchtigt ja nicht die Umweltverschmutzung. Nö, nö, würde ich auch so sehen, Peter, ja. Das sagen sie immer, ne? Nein, das ist halt wirklich so, sondern die Umweltverschmutzung wird rein durch CO2-Ausstoß berechnet und den haben wir alle noch gar nicht. Shit. Ich weiß nicht, ob ich dem trauen kann. Klingt nach dem, was der Bolsanero immer sagt, wenn er die Regenwälder abfackelt. Was sagt denn der immer so? Ja, das habe ich gerade gesagt. Nö, ist das heiß. Nö. Der Bram ist also kultureller Mensch. Natürlich ist er ein kultureller Mensch. Er ist ja auch Schweden. Ist Schweden eigentlich so für Diplomatisik eigentlich gedacht? Ja, Diplomatie und Kultur. Das ist natürlich scheiße für dich hier. Weil die Leute selbst nicht mal checken, worauf sie abstimmen, selbst wenn sie es wollen. Diplomatie-Sieg ist, wenn du die Diplomatie-Siegpunkte erhältst, wa? Ja. Aber wenn du genug Einfluss erlangst, kannst du halt dafür sorgen, dass du immer derjenige bist, der die zwei Siegpunkte erhält. Stimmt. Das hatte ich ja noch nicht verstanden. Naja. Peter, Glückwunsch. Super, Peter. Richtig stark. Das, worüber wir gesprochen haben, ist noch nicht eingetreten. Hä? Hier stand aber gerade was. Irgendwas anderes ist eingetreten. Oha. Was ist eingetreten? Ja. Sagen Sie mir sofort, was Sie wissen. Kann ich nie drüber reden. Oh, oh, oh. Hört ihr das? Das ist alles wirklich sehr ominös. User was moved on. Der eine von Pete Smith holt den anderen von Pete Smith aus dem Channel, nachdem er eine Erkenntnis hatte, die er mit uns nicht teilen will. Ich weiß halt auch nicht, worüber. Ja, Pete, kann es sein, dass du deine Leute nicht gut im Griff hast. Was soll ich denn hier? Alter, da regnen schon wieder Kometen herab. Ich habe mehr Kometen als Petro Lombardi. Jetzt holst du sowas hier raus, oder was? Das kann ich ja nicht leiden. Okay. Ich habe mehr Kometen als Petro Lombardi. Okay. Die Wüste Gobi Wird ein Reichen-Trenner Reichstrenner? Wie auch immer Der Reichstrenner Der Trennt Reiche Der Wüste Oha, oha Oha, Vision ist so wichtig In dem Spiel Das habe ich am Anfang Echt ein bisschen vernachlässigt Ich sehe immer noch Viel zu wenig von der Map Vision schmischen, ey Dafür sind Missionare Natürlich super Das konntest du ja auch Vorher auch nicht wischen, ne? Oh Gott Wild und geheimnisvoll Das sind die Gourmibären Alles sehr belastend hier Wir haben ja jetzt so viele Scheiß-Schwertkämpfer, ey So Jetzt gibt's die Fucke voll Leute Mal weg hier Die Sau Oder? Warte mal Ja, doch Äh, machst du noch mal? Oh, 41 Sekunden So viel Zeit habe ich aber Nicht zum Angreifen, oder? Komm hier Krieg erklären Bums So einfach macht er das Einfach mal so Jetzt ist Hunza so dran Kriegserklären Alles klar Bums Das Hunza Ist einfach Die haben halt Einfach nicht verdient Ah, da ist Hunza Mit ihren Scheiß-Schwertkämpfern, ey Hey, wir machen mal eben ganz schnell Schwertkämpfe. Die sind voll stark. Die liegen ja voll bei dir mitten im Reich. Ja. Deshalb müssen die halt weg. Dann hättest dich ja auch gut mit ihnen stellen können. Schmutz. Nee. Kann man ratschaftlich ihnen die Hand der Freundschaft reichen. Nee, 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 nee. Oh, fuck off, Kometen. Und lag. What? Wahrscheinlich durch den Kometen, oder was? Bist du rausgeflogen? Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, weil ich habe ein Spiel, ich habe ein Spiel, das steht einfach nur. Kometen sind runtergekommen und ich habe ein Stuntbild. Jetzt haben wir auch wieder ein Stuntbild hier. Ja, das ist auch passiert. Alles klar. Du wolltest das mit dem Weltuntergangsmodus, Pete, ne? Das sage ich nur noch mal hier. Also das kann ich auch in den Zauber machen. Ja gut, Peter fliegt ja die ganze Zeit raus, ne? Ne, ne, ich bin, also das erste Mal, dass ich gelieft bin, bin ich absichtlich gelieft. Ich dachte, wir machen die Lobby neu, als Nils rausgeflogen ist. Du bist jetzt aber rausgeflogen oder laggt einfach noch bei dir? Es reagiert nicht. Okay, da ist das Spiel halt einfach abgeschmiert bei Peter. Peter hat ja Meteoriten gesehen, dann dachte sich der Rechner so, nope. Peter hat die Verbindung getrennt, das heißt, wir müssen neu laden. Ja. Weil die Leute sich bewegt haben. Warte, ihr wollt neu laden? Ja, müssen wir. Leider. Und gibt es eigentlich, gibt es bei Pizzmeet immer so viele technische Probleme? Ja, immer. Weil ich kenne das nicht. Letztes Mal hatten wir das ja auch nicht. Ich muss tatsächlich auch anmerken, also die Ziv-Gipfel von den Rocket Beans, das war absolut makellos im Vergleich, ne? Also als unparteiischer Beobachter, der schon bei beiden zu Gast war und dementsprechend natürlich auch absolut nie selber was leisten musste, sondern jetzt einfach nur völlig so gemäßig ist. Einfach nur blamen kann. Ja, genau. Das ist nur das Beste. Ja, ja, da sehe ich mich auch immer. Prost. Ich meine, bei mir läuft ja auch alles. Ich verstehe auch nicht. Das kann ja nicht so schwer sein, weiß ich nicht mehr. Es ist mir absolut unbegreiflich. Nils, mein bester Freund. Im Chat sagen sie über dich, Nils ist der witzigste Dude der Welt. Ich dachte, unter Freunden kann ich dir das mal weiterleiten. Vielen lieben Dank, also zumindest in dieser Siv-Welt stimmt das mit Sicherheit. Darüber hinaus, ich weiß es nicht. Ich bin wieder bereit zum Joinen, Jay. Es wird spekuliert, dass die Beobachtermod was damit zu tun hat, mit den Bugs. Warum sagt er bei mir, meine letzte Speicherung ist Runde 65, das kann nicht sein. Weil wir gerade in Runde 65 waren. Doch, das passt schon, wir brauchen aktuell schon wieder sehr lange für Runden. Oh, Leute, geht doch einfach mal weiter, Mann, ey. Weil 74 von Bram gesagt wurde. 64. Achso, okay, ich meine, ich hätte 74 verstanden. Gut, das Spiel steht. Jawohl. Geil. Das war noch die alte Einladung. Ich brauche da noch eine neue Einladung. Jaja, ich muss erst Joinen und kann dir dann eine Einladung schenken. Alles klar. Ja, dann lasst euch Zeit. Guck nebenbei ein bisschen Fußball in meinen Chat rein. Alter Schwede. Alter Lewandowski, was ein krasses Tor. Ey, Lewandowski ist einfach der krasseste. Jetzt habe ich auch die ungültigen Spieleroptionen. Dortmund ist gerade im Angriff. Ich bin aber, welche Minute bist du? Ich bin 18, 42. Warum ist jetzt Trajan Computer? Ich bin noch mal geimpft, weil gerade wieder ungültig, also bei mir stand auch jetzt ungültige Spieleroptionen, so wie vorhin bei Nils. Jetzt geht's und jetzt lade ich Maurice ein. Ah, ja. Jawohl. Sehr schön. Maurice. Ich komme. Ich eile herbei. I never get over you. Maurice. So, Bayern im Angriff. Thomas Müller über rechts. Danke. Nils, du bist ein paar Sekunden vor mir. Das gefällt mir nicht. Boah, 3-0 für Bayern. Nee, das stimmt nicht. Ey, wie ist denn das eigentlich, wenn ich jetzt das Spiel kommentiere, ne? Das darf ich ja gar nicht, oder? Warum darf man das Spiel nicht kommentieren? Nee, aber muss man nicht auch die Audio-Rechte irgendwie erwerben? Ich meine jetzt zum Beispiel das Radio. Die Öffentlich-Rechtlichen, die haben doch bestimmt Geld dafür bezahlt, dass sie das Bundesliga-Radio machen dürfen. Ja, das ja, aber du musst ja den Audio und den das Bild nicht zeigen. Sind alle ready, Jay? Oh! Alter, Jay! Jetzt habe ich gerade auf bereit gedrückt. Was war da? Guck sie an! Ja, jetzt ist schon wieder vorbei. Dortmund hat schon wieder den Ball. Alter, ey, was eine Riesenchance. Ach, geh mal weg mit deinem HSV da, ne? Steig nie auf. Mein Freund. Ärger mich nicht. Ich bin nicht für Bayern München in diesem Spiel. Ich weiß, ich bin Bayern München-Fan, aber ich bin trotzdem nicht für Bayern München, wenn sie spielen. Okay? Das geht. Oh, Quatsch! Ich will nur, wenn sie die Meisterschaft feiern, will ich nur einfach Teil dessen sein. Aber ansonsten bin ich 34 Spieltage für den Gegner. Okay? Darf ich mal anmerken, dass ich eigentlich dachte, weißt du, wenn man an einem Ort sicher wäre vor Fußball-Kommentaren, dann wenn man sich mit einer Bande hört zum Civilization-Spielen zusammenfindet. Ach, Maurice, das wünsche ich mir seit 15 Jahren. Das war tatsächlich auch eine meiner ersten... Das ist doch schlimmer geworden, weißt du. Peter hat immer gesagt, guck mir doch Formel 1 an. Ja, aber kein Fußball. Es war auch eine meiner ersten großen Enttäuschungen, als ich in der GameStar-Redaktion angefangen habe, weil ich auch dachte so, also wo, wenn nicht in einer Spiele-Redaktion, werde ich mal sicher sein vor diesen ganzen Fußball-Fans? Ja, von wegen. Alle sind sie da, Fußball-Fans. Schlimm. Vor allem Heiko. Ja, Heiko, richtig. Mit seinem Wolfsburger Software-Zeugs-Ding. Der einzige Fan von Wolfsburg. Wolfsburg. Genau. Was ist... Ihr kennt einen Wolfsburg-Film? Mein Chefredaktor, meine ehemalige Chefredaktor ist Wolfsburg. Ja. Deswegen wahrscheinlich auch ehemalig, ne? Weil er so falsche Entscheidungen getroffen hat in seinem Leben. Äh, du gehst mal. Da. Das ist wichtig. Ey, wie oft, wie oft ich hier in dieser Situation bin, hier gegen Nagarazzarazzumo anzulaufen, weil ständig alles wiederholt werden muss. Die fühlen sich auch verarscht. Und jetzt doch mal. Ich hab ein Déjà-vu. Unser wird angegriffen. Oh, Surprise. Damit hat ja keiner angerechnet. Was ist das für eine Machenschaft? Es gibt einen so einen Typ in dieser Stadt, der so ein bisschen transzendent ist. Und der sagt die ganze... Ey, Leute, ich hab so ein Gefühl irgendwie... Keiner glaubt ihm so. Ich hab so das Gefühl, heute kommen die Sumerer irgendwie. Ich weiß nicht, Leute. Aber keiner glaubt ihm halt. Er ist halt einfach leider... Ein armer Kerl, ja. Unglaubwürdiger Typ. So, was mach ich denn jetzt eigentlich? Was wollte ich denn jetzt überhaupt tun? Habe ich da jetzt schon irgendwas gebaut diesbezüglich? Nee, das machen wir dann jetzt nochmal. Komm. So. Oh, alter Schwede. Was soll denn das? Was? Entschuldigung, ich hab ihn in der Stimme vergriffen. Entschuldigung. Achso, hast die falsche Stimme aktiviert. Ja. Das kann ja mal geschehen. Für den Besten von uns. Ah, jetzt haben wir wieder keinen Timer, weil wir neu geladen haben. Das ergibt natürlich Sinn. Das hast du denn, einige von euch sich immer so viel Zeit lassen, wenn der Timer raus ist. Ich kann das nicht glauben. So. Okay. Ach. So. Geht's denn? Ach, immer noch nicht. Unglaublich. Ui. Wie ich das alles schon tausendmal gemacht hab hier. So. Oh, mein, ich bitte. Jetzt aber. Ach ja. So, Leute. Ach, Bild wechseln. Hoppala. Ja gut, die Zuschauer und Zuschauer von dir haben das ja eh alles schon mal gesehen. Die haben ja nichts verpasst quasi. Wir haben ja gerade die ganze Zeit nur so ein Sith-Wallpaper gesehen, während ich hier ... Sorry, Leute, sorry. Oh, der Komet, Alter. Was ist denn jetzt hier los? Sorry. Das ist mein erster Stream. Tut mir leid. Oh, da sind sie. Ich sehe sie. Tut mir leid, Homies. Was? Was ist da denn jetzt wieder? Och, come on. Das gefällt mir nicht. Oh, Leute. Der Wald wächst nach, wenn er verbrennt. Was? Mal, wie viele Informationen ich hier mit euch teile. Das ist schon ganz schön nett, Peter. Ganz schön nett, Peter. Jetzt komme ich da nicht ran, ne? Das ist ja, weil ich den da ... Ach, das ... Ach, da hat er wieder nicht aufgepasst, der Nils. Dieser Nils. So. Ist der noch ein Mauerchen da oben oder was? Tatsächlich. Na gut. Warte mal. Ich bin ja übrigens schon lange der Meinung, dass es ein evolutionärer Fehltritt war, dass sich überhaupt Fußball als diese Weltsportart durchgesetzt hat, wo wir doch schon das Ritterturnier erfunden hatten, was die viel bessere Sportart war. Würde ich mir heutzutage auch reinziehen, auf jeden Fall. Ja, schon, oder? Mit oder ohne Tod? Hängt jetzt von vielen Faktoren ab. Von welchen Sinn? Hätte ich denn mehr? Ja, wahrscheinlich schon ohne Tod. Man will ja zivilisiert bleiben. Ja, ich bin dafür, dass wir auch kochen, dass das so Hunger Games mäßig abläuft. Kann nur einen geben. Ja, genau. Oh, 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 oh. Jay wird ausrasten. Oh. Was? Warum, Peter? Bei den Geräuschen, die Nils macht, wenn Nils vor ihm ist. Ich spoil dich nicht. Ich bin ja kein Arsch. Okay. Ich hoffe nicht, dass du ein Arsch bist, Nils. Nein, ey, ganz ehrlich, ich mach ja manchmal Scherzchen. Aber sowas ist nicht lustig. Bei Fußball hört der Spaß auf. Naja, so ist es ja doch. Ja, so ist es doch. Ja. Seien wir doch ehrlich. Oh, ja, natürlich passiert das jetzt. Alter, machen die Schaden. Ey, wir hier gerade einfach eine Jahrtausendflut. über eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Felder. Die Jahrtausendflut über mich. Ich bin wie der Typ hier in Ägypten, der Gemeine, der Moses ermorden wollte oder was. Der da einfach. Wer wollte denn Moses ermorden? Ja, der eine da, der in Ägypten war oder was. Der eine, der da Moses ermordet. Und dann haben die das Meer da geteilt und dann ist Moses mit seinen Homies da durch, aber der Scherge ist dann da soffen mit seinen Leuten. Und so ist mir das auch gerade original hier. Der Nazaraza ist das neue Ägypten. Mit der Scherge meinst du den Pharao. Also der eine in Ägypten, der kein Scherge war. Was willst du denn jetzt für ein Historiker aus? Was willst du denn jetzt? Oh, herrlich. Oh, boah. Herrlich. Oh, Sebastian hat da gerade angefangen, meine Städte zu konvertieren. Nö, nur die eine direkt neben mir. Wieso sagst du nö? Die richtige Antwort darauf ist ja. Deine Städte ist nicht richtig, Bram. Das ist leider ein Plural. Und das war nur eine Stadt. Du hast dich leider im Plural vergriffen. Du bist ein mega Korinthenkacker. Ich weiß genauer. Aber du bist einfach, du bist selber Korinthenkacker. Weißt du, will er darauf bestehen, dass er was Falsches gesagt hat. Also es ist halt, kann ich nicht dulden. Lalalalalala. So. Ach du meine Güte, was kann ich denn hier alles bauen? Können wir denn hier Geiles hinsetzen? Raum-Mond-Mission. Cool, echt? Das kannst du schon. Was ist das denn? Eine Mond-Mission? Das ist ja fantastisch. Wo war das jetzt? Was bist du denn? Oh, nicht schlecht. Ich hab so eine Regeneral. Hä? Ich hab das entbauen, eigentlich. Zum zu. Die geile Wurst. Passant, wie wenig von uns bislang auf Groß auf Militär gegangen sein müssen, wenn jetzt erst zum zu abgegriffen wird. Das ist ja, glaube ich, der erste General, also einer der allerersten, den man kriegen kann. Dann haben einige Leute echt... Es hat auch fast niemand Punkte für große Generäle. Ja, alle gehen ja auf Diplomatie und Kultur, weißt du? Das stimmt, ja. Kann ja gar nicht sein. Das ist friedlich ja alles. Naja, also ich hab ja grad Beef mit, äh, hier. Ahoi, du. Barbaro? Whatever. Ah, da bist du ja. Da bist du ja endlich. What? Was soll ich denn eine Band gründen? Ja, also das, was ihr bisher so von euch gegeben habt, war schon krass. Lass eine Bar gründen. Immer offen. Bar ist auch geil. Ja. Da kann man nur mit Karte zahlen. Wir sollten sie Puzzles nennen. Puzzles? Und jeder wird sich fragen, warum wird sie Puzzles heißen. Und das ist das Puzzle. Seid alle albern. Der einzig Seriöse hier. Oh, 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 oh! Was? Kommt zwischendurch so Affengeräusche. Ich glaub, damit will er uns verunsichern. Irgendeine militärische Taktik. Ach, Leute. So, weiter geht's hier. Na wunderbar. Nö, 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 nö. Hm. Ficken mich. Vieh, bitte. Was? Was haben sie da gerade gesagt? Ich war gerade in Gedanken. Masturbation. Alter Schwede, ey. Was ist da los? Ich gönne mir jetzt... Oh ja, das war damit. Hallo Hunza. Hunza, Hunza Mexikaner. So geht das Lied, ne? Ja, das ist exakt so richtig. Da hat jemand die Petra gebaut. Das ist interessant. Peter, warst du da? Das war ich. Na, Glückwunsch. Hast du eine krasse Wüste bei dir, oder was? Ja, allerdings. Ui. Der wüste Gobbi. Ne, eine andere sogar noch. So, warte mal. Habe ich denn mit meinen ganzen Militäreinheiten, Peter? Echt mal, Peter? Shit. Alter, verpiss dich. Was soll Sepp jetzt mit seinen ganzen Militäreinheiten tun? Hm. Ne, ich brauche mal ganz dringend hier sowas in der Art. Wie viel Damage würde denn hier so ein Katapult an deiner Stadt machen? Hm. Ach, herrlich, ey. Wer bekriegt sich? Ich bin ja voll ab. Wer bekriegt sich? Finde ich gut. Sinier, war ich da schon? Ja. Genank an sich war schon herrlich. Was auch immer das, ich verspricht, egal. So. Oh, na, oh, na. Was ist der sterbende Schwan? Wui. Singt man halt bei uns? Irgendwie, das Original, das klingt irgendwie anders. Was? Quatsch? Hast du das mal gehört, das Original? Ja, irgendwie schon, aber das klang irgendwie anders. Du kommst doch nicht mal aus dem Norden. Du kommst doch nicht her. Das stimmt. Das ist totally korrekt. Ach, komm, ey. Oh, was wollt ihr denn jetzt alle hier? Leute, chillt doch mal. Meine ganzen Einheiten wollen irgendwas von mir. Oh, schön. Eieieie. Was ist geschehen? Oh. Tolle Wurst. Mein Seher wurde gemordet, weil aus dem Nebel des Krieges ein Barbar kam. Und da frage ich mich, ob er den Namen Seher zurecht trägt. Ja, das ist gut. Was hattest du denn vor mit einem Seher? Informationen kosten Geld. Was ist dir diese Information wert? 100 Mark? Nix. Nix? Ja, sorry. Kannst du auch nix für mich tun, wa? Nee. Das verstehe ich. Wir werden irgendwann keine Stadtstaaten mehr auf dieser Map haben. Na, dass wir uns den einen Stadtstaaten da angreifen, Peter. Ja, mach jetzt gleich auch. Ich hab grad das Problem, dass mein verbündeter Stadtstaat droht, mir den feindlichen Stadtstaat vor der Nase weg zu erobern. Also wir greifen den grad beide an. Ich versuch grad meinen Angriff so zu timen, dass den letzten Schlag ich ausführe und nicht er. Weil das doch sehr peinlich wäre. Aber ich schaff das schon irgendwie. Schweden hat das mächtigste Militär der Erde. Ich dachte, Schweden ist ein friedliches Volk. Schweden ist ein friedliches Volk. Ich wundere mich grad auch, wie das passiert ist. Schweden. Schweden ist sehr beeindruckend. Interessanterweise sind wir weitgehend gleichauf bis auf Peter, der sich jetzt, glaub ich, sehr argwöhnisch bei seinen Nachbarn umschauen sollte. Nee, ich bin jetzt, ich hab meine Produktion umgestellt. Ah ja. Auf Geld. Auf Knäckebrot. Auf Geld. Auf Knäckebrot. Ach, was ist denn los? Fängschuhi, was kannst du denn? Ach, du kannst irgendeine Scheißschrift. Okay. Dann go for it. Ganz gut. Das ist mir aber auch gut. Ich möchte euch gerne einladen zum großen Nagazagamu-Fest zur Eingliederung Nagazagamus in das große Sumerische Reich. Es gibt Wurst und Wein. Ja, geil. Geil. Du erhst. Also kann ich mit euch rechnen, ja? Ja, voll. Auf jeden Fall. Du solltest sogar mit uns rechnen. Muss was denn sonst gibt, bin ich immer dabei. Schwerter bleiben an der Grenze, ne? So. Wir können keine rote Hochzeit haben hier, also. So, Zepp. Was denn? Jetzt bist du ne Hure. Warum? Städte. Ja, jetzt sind Städte. Ja, und? Du hast ja schon ne Religion, da muss ich auch gegenhalten gegen die Kack-Religion. Ich hab schon zwei Religionen. Du hast sogar zwei Religionen, das ist aber nicht wohl. Das ist beides nicht meine. Ja, das wird jetzt schon mal grundsätzlich ein Problem. Versuche ich einfach nur gegenzuarbeiten. Welchen Vorteil gibt denn deine Religion? Kann man das irgendwo sehen? Kultur, Bram. Was ist dieses? Was ist das denn jetzt? Ne, wirklich so. Das muss ich mir erstmal selber angucken. Wenn du hier noch Zeit hast, kann man ja bestimmt irgendwo sehen. Klar. Ach, was bist du denn hier? Was kommst du denn jetzt auf einmal her? Das ist ja eine freudige Überraschung. Na ja, dein Bring-Kultur ist aber... Ich dachte, du bist für Kultur. Ich weiß auch nicht, was du jetzt hast. Ich bin generell für Kultur. Aber, Sepp, deine Sachen bringen Kultur, wenn ich jetzt Schreine und Tempelbauer bringe, die auch Kultur. Ja, das ist ja voll nice. Das ist beides. Das ist doppelt gewonnen. Ja, dann werde ich auf jeden Fall jetzt komplett von meinen Theaterplätzen abwenden. Oh nein. Meteor, Mama. Aber war ja nicht bei dir, Peter. Ja, stimmt. Oh nein. Bitte lassen Sie dieses... Ja, das machen wir natürlich jetzt. So, also jetzt müsste ich doch das hier kriegen. Ah. Old Ruff. Sehr gut, sehr gut. Was ist los? Endlich unser. Auch du, Nils, bist umgekehrt herzlich eingeladen zur Eingliederungsfeier von Kabul. Oh, du, ich habe leider an dem Tag schon Bauchschmerzen, weil ich da was Falsches gegessen haben werde. Das ist sehr schade. Ja, ich weiß, ähm, ist auch nicht böse gemeint oder so. Noch ein bisschen. Peter. Jo. Ihr handelt... Ihr macht doch schon wieder irgendwas da. Weiß ich nicht. Bisher weiß ich noch nicht so ganz, was Sepp von mir will. Bin mir unsicher, wie ich mit dir verfahren soll. Entweder werden wir beste Freunde... Renn mit allem, was du hast, nach Norden. Bin dafür, dass wir beste Freunde werden. Entweder werden wir beste Freunde oder... Oder nicht. Oder nicht. Bin mir da sehr unsicher. Habe ich schon irgendwas gemacht, um dich zu provozieren? Oder nicht. Nee, hast du noch nicht, Peter. Aber dadurch, dass du in Forschung so weit vorne bist, wirst du... ...in der Zukunft einen deutlichen Vorteil haben. Alter, jetzt ist so viel mehr vorne als ich. Da wird direkt wieder auf die anderen gezeigt, weißt du, siehst du das, Sepp? Das ist echt krass. Ich da direkt jetzt zur Zielscheibe gemacht werde. Ich hätte es nicht gedacht, dass es so krass ist mit euch. Was ist das denn hier eigentlich? Hm. Ja, sieht ganz gut aus. Wollen wir mal sowas auch machen. Hm? Ach, Leute. Da stöhnen sie. Was bist du denn hier eigentlich? Sind wir uns schon? Hm. Peter, was ist denn eher so dein... ...so Kultur, Glauben oder Wissenschaft? Peter ist gerade nicht unserem Channel. Und seine letzte Aussage war, er stellt auch Militär gerade um. Jetzt ist er wieder da. Ja, jetzt ist Sepp aber weg. Da ist jemand anderes weg dafür. Ja, da ist Sepp weg. Okay, da können sie sich wieder nicht unterhalten. Na gut. Peter. Ah, jetzt ist Peter wieder da. Äh, Sepp wieder da. Mein Gott, Alter. Ja, ich wollte gar nicht gezogen werden. Ich wollte eigentlich gerade mit Peter reden, aber dann war der einfach weg. Willst du mit mir reden? Oh. Peter, wie ist denn das? Magst du eher so Wissenschaft, Kultur oder Glauben? Na ja, Glauben mag ich am wenigsten. Oh, Mann, alter Schwede! Kultur oder Wissenschaft? Ich gehe auf nichts Besonderes. Na, was magst du denn mehr? Gerade Kultur, würde ich sagen. Ich würde eher interessieren, warum Nils so laut alter Schwede gerufen hat. Wegen Fußball wahrscheinlich. Ach so, ja, dann würde es mich nicht interessieren. Oh. Das ist aber nicht das, was ich gesagt habe. Was hast du denn gesagt? Ich habe Kultur gesagt. Ja, ich bin dir aber entgegengekommen. Ich mache schon keine Religion. Okay, fair enough. Bei dem anderen, muss ich leider zugeben, bin ich ein bisschen defizitär. Das will mich hier eigentlich bumsen gerade. Soll es jetzt auch nichts ablehnen, was ich dir freiwillig... ...warte, harte, du dir da. Fucking Schriftsteller! Was wollt ihr hier? Die wollen Sex! Sex! Alter, du sammelst aber auch Weltwunder, ey! Das gibt's gar nicht. Du gerade oder wer? Nee, hier. Wer spielt nochmal als Pete Smith? Peter, oder? Peter. Ja, Peter. Peter baut gerade alle Weltwunder. Ja, Peter hat einfach alle. Wie viele Weltwunder wollen sie denn? Alle! Du bist wie so ein Typ, der in der Corona-Krise Klopapier kauft. So kaufst du Weltwunder. Alle! Ich lasse nichts mehr übrig. Oh ja. So, 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 so. Wie mache ich das denn jetzt mal am besten? Das ist nicht das. Das brauche ich mal. Das muss ich ja jetzt mit Sepp handeln, oder? Nils, kann es sein, dass wir gerade die gleiche Idee haben, uns an Nan Madol zu bereichern? Ja, na klar. Willst du das etwa auch machen? Ich wollte das in der Tat auch tun. In der Tat. Ja, aber, ähm, was, also, weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Du warst tatsächlich schneller, muss ich dir jetzt unter Freunden zugutehalten. Ich glaube, du hast mich einfach gesehen und hast jetzt diese Idee dann in dem Moment auch gehabt, ne? Kann das vielleicht sein, dass das so gewesen ist? Kann natürlich so gewesen sein. Sepp, deine Religion wird aber auch verteilt wie so ein Flickenteppich gerade, wa? Ja, ich habe ja gar kein konkretes Ziel. Also, da musst du dich jetzt auch gar nicht so gefrontet fühlen. Ich habe ja gar kein konkretes Ziel. Ich bin, ich bin einfach so unterwegs. Ich würde niemals das heilige russische Reich schwedischer Nation, würde ich ja niemals dessen. Einfach nur, um hier Ausgleich zu schaffen für alle. Wie eigentlich meinem... Konnte man nicht links über die Map nach rechts? Ja, kannst du. Nee. Wieso? Habe ich auch schon gemacht. Wieso kann ich denn nicht, äh, da rüberfahren? Da braucht es immer noch gar nicht was Krasses für, oder? Da muss ja nur... Doch, du brauchst dafür Kartografie. Oh, danke, Peter. Hat sich ausgezahlt, dass wir beide Kumpels sind. Kumpels sind immer... Sind wir eigentlich hier nicht... Ich habe auch schon nach Inseln gesucht, aber ich habe keine gefunden. Ja, das ist Maurice weg. Ja, Maurice ist weg. Ja. Die werden hier einfach so rausgezogen. Die Leute, die haben nicht mal Mitspracherecht. Die verschwinden einfach, oder was? Ja, die verschwinden einfach, die Leute. Lul. Ja, Schweden ist aber auch überall. Ich bin nur in der Mitte. Das war ja so klar, dass das jetzt geschieht. Ich wollte doch eigentlich hier was mehr. Ja, Sepp. Wie du gerade ganz schnell so schön meine Hauptstadt übernommen hast mit deiner Regierung. Ja, ich wollte eigentlich übers Meer, aber meine Einheiten, die fahren jetzt alle hier die Küste lang. Ey, das ist mega kacke. Ich wollte eigentlich was mehr, aber jetzt bin ich traurig. Ja, ist auch scheiße, ey. Ich wollte eigentlich da rüber und mal gucken, was auf der anderen Seite der Welt so los ist. Ich kenne die anderen Jungs ja gar nicht. Ich weiß nicht mal, wie die aussehen. Das ist echt belastend. Ich bin ganz schön kacke hier. Und was muss ich hier machen? Penal, der rüstet das Militärische richtig auf. Ja, hab ich ja gesagt. Ich würde das nur mal allen gesagt haben. Fähig aber gut, Bram. Soll der hier nicht untergehen. Das ist alles. Hä, ich hab doch schon ein Äquaduct gebaut. Was wollten die alle von mir hier? Hä? Da sind sie ja wieder. Hallo. Servus. Und? Wie geht's? Wie steht's? Ja, alles normal, würde ich sagen. Was eine sehr langweilige Antwort ist. Das ist auch, die Frage ist auch scheiße von mir gewesen. Weil das ist, eigentlich, ich frag was und erwarte dann, dass du die Arbeit machst. Das stimmt. Das stimmt, das, das stimmt. Man kann ja sozusagen, die Frage kann ja so zur Hälfte vielleicht, so wie steht's, wie geht's in dem und dem Bereich, dann hörst du schon mal was, worauf man quasi einsteigen kann. Das stimmt schon. Aber ich nehm's dir jetzt auch nicht übelnlos. Du, das ist echt nett. Nils? Ja? Hi! Hast du gar keine, hast du gar keine Angst, dass Maurice dir irgendwie in den Rücken stechen möchte, wenn du Nan Madol angreifst? Nö. Also kann er... Du glaubst wirklich nicht, dass er das haben will, obwohl er gesagt hat, er hätte es gerne. Ähm, nö, weil Maurice ist nicht durchtrieben. Maurice ist eine ehrliche Haut und, ähm, ich bin jetzt in dem Moment schneller da als er. Wir haben beide angrenzende Städte und wenn er daraus jetzt einen Kriegsgrund ableiten möchte, dann kann er das gerne tun. Das wird dann in der Geschichte der Anfang seines Untergangs sein und so dumm ist er einfach nicht. Das ist ein smarter Typ. Das große sumerische Reich lässt sich da nicht unterkriegen von. Guck mal, ich zeig dir mal was. Freundschaft verkünden. Zack. Das wird man ja... Mit, äh, Maurice? Das wird er ja, werden wir sehen. Das ist ein smarter Move. Ne? Ob er das, ob er das... Das ist ein smarter Move. Weil, ähm, ich hab ja meine Intention klar gemacht, nämlich ausschließlich Friedliebende, bis auf Nan Madol, die sind ausdrücklich in diesen Intentionen ausgeschlossen. Aber, ähm, Maurice gegenüber hab ich das ja klar geäußert jetzt hier, was ich will. So, guck mal hier. Durchaus, durchaus. Ja, ich wünsch dir viel Glück, äh, wenn du die, äh, Nan Madol eroberst, wär nice. Für dich. Äh, dankeschön. Ja, also die werd ich kriegen und dann werd ich die Stadt auch umbenennen. Ähm, und dann werd ich sie nennen, Maurice ist toll. Oder du warst so langsam, Maurice. Irgend so was in der Richtung. Und dann ist das, glaub ich, auch okay. Ja, find ich auch. Ähm, bin ich jetzt nicht mehr zu Gast in deiner Talkshow oder... War's das jetzt? Ja, reicht jetzt. Okay. Äh, war aber schön. Ja, war super. Danke für die Einladung. Um zwei bei, äh, Jay. So, was mach ich jetzt? Da darf ich nicht, natürlich nicht, voll dumm. Wieso darfst du nicht? Ähm, ich plapper so vor mich hin, ne? Ich würd das aber gut finden, wenn ihr jetzt das nicht weiter beachtet. Äh, äh, hey, Maurice. Jawohl. Ich hab dir was geschickt. Ach, unsere noble Freundschaft ist wieder ausgelaufen. Ja. Also war nicht gut. Das ist schade. Moment, äh. Sag mal, ja. Äh, Bram. Ja. Ich freu mich ja immer total. Äh, ich fühl mich dir auch echt verbunden. Ähm, hat das, aber ich weiß ja, du machst natürlich auch nix ohne einen klugen Hintergedanken. Ähm, deswegen, glaubst du, dass du in einer Situation bist, in der du das benötigst? Könnte mir das vorstellen. Das hat grad jemand anders die Herrschaft in militärischer Stärke übernommen. Ähm, na gut, pass auf. Ich mach das mal. Oh, oh. Ähm. Und ich geh davon aus, dass deine Intentionen mir gegenüber ausschließlich liebenswürdig sind. Ja, das funktioniert ja auch sonst nicht, wenn wir das machen. Das kann ich ja gar nicht gegen dich verwenden. Dann brauchen wir jetzt auch mal nicht so, ja. Jetzt bist du ein bisschen unverschämt hier. Wir müssen halt die Grenzen verteidigen, die wir haben. Was? Äh, entschuldige mal, ich hab doch ganz klar in Auftrag gegeben. Oh, herrlich. So. Ah ja, das brauch ich mal dringend hier. Das wird mal Zeit. Okay, Bologna wird gerade belagert. Ernsthaft? Ja. Würde ich mir nicht gefallen lassen. Bologna. Da ist niemand so zeren. Da kann ich niemanden mehr auf die Füße treten. So. Ja, ja. Hat auch einen scheiß Zerenbonus. Was ist das hier los? Bologna? Ja doch, bin ich gerade so zeren. Aber, hey. Was ist die denn? Könnt ihr, Peter? Bei mir steht so zeren keiner. Bei mir steht auch so zeren keiner. Ach, nee. Ach, ich bin ja einfach nur nicht so gut. War ich aber gerade noch hier. Hört mir das gezackt? Ah ja. Moment, das kann doch gar nicht mehr kein so zeren werden, oder? Das wechselt doch dann nur noch. Nee, wenn alle gleich haben, nicht. Echt? Ja, stimmt. Doch. Ja. Bei der gleich haben ist... Ist das nicht so, bei Gleichstand behältst du den erst, wenn du überboten wirst? Hm. Ich weiß es gerade auch nicht mehr. Vielleicht ist er auch weggegangen, weil Peter ihn angegriffen hat. Ja, aber die Stadt noch kein einziges Mal angegriffen. Ich höre hier Lügen. Ich habe nur die Krieger angegriffen. Ja, aber ich meine, ich habe die Stadt halt nicht angegriffen. Ja, ja, aber du bist ja im Krieg. Und dadurch, dass ich mit dir coexistiere... Mein Unentschieden ist nicht möglich. Äh, da. Oh, ganz geiles Wiki. Schon stark. Was für ein Wiki? Was? Äh, hier, das Ingame-Wiki. Es kann immer nur ein Uzu zu rennen geben. Mein Unentschieden ist nicht möglich. Da steht aber nicht drin, was passiert, wenn beide gleich viele Gesandten drin haben. Na, ich glaube eher, dass hier, ähm, andere Dinge passiert sind. Ach, er höchst dominiert. Alter, wie schnell man hier Punkte bei militärischer Stärke bekommt. Muss man ja nur ein paar Einheiten bauen. Ja, ja, wir haben, also alle haben wirklich gar nichts. Ist ja voll krass, Alter. Du brauchst einen Ritter und dann hast du schon 100 Punkte, Peter. Also, das ist schon stark. Lass mich mal kurz anmerken, dass Schottland die Schwerkraft entdeckt hat mit Isaac Newton soeben. Du bist da sehr stolz drauf. Äh, Schottland ist, äh, finde ich, hat Potenzial. Peter, der Olle-Trader hier. Oh, ah, Cielos. Oh. Das hat ja heute hier alles viel zu lange, ey. Ist das eine Kritik? Nö. Aber wenn einem langweilig ist, dann kommen wir auf dumme Gedanken, ne? Oh, das ist wie aus der Kritik eine Drogenwirt hier. Das ist interessant, wie schnell das geht. Das war innerhalb allerkürzester Zeit. Shit, da kann ich überall das nicht machen. Da könnte ich's machen. Dann hätte ich da einen mehr. Da wär nice, da ist voll. Der Seite, da ist auch nicht so richtig was Geiles. Kein Ort, den ich jetzt als megageil empfinden würde. Äh, komm, dann mach ich das jetzt da. Dann kriegt er wenigstens noch was. Oh, das ist alles scheiße. Hm, Polo hatte. So. Naja, das ist alles scheiße. Okay. Hm. Okay. So. Okay. 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 Bye. Zuck, zuck, zuck. Ei, ei, ei. Ein Gesandter wurde geschickt. Interessant. Was war das denn jetzt? Was ist los? Was ist geschehen? Hast du da bei mir im Gebiet so ein Ding geschickt? Ne, der läuft da rum und der hat das jetzt irgendwie gemacht. Ich wollte den nach Norden schicken, nach Lissabon. Hä? Hm. Ich wüsste jetzt auch nicht, was da passiert ist, ne? Hm. Tut mir leid, Peter, den hab ich eigentlich nach Lissabon geschickt. Wieso schick mal bitte nix nach Lissabon, Alter? Ja, du nimmst doch gerade Bologna ein, oder? Ja. Und ich wollte den Seher mal testen, an nem Stadtstaat. So, wenn ich den jetzt bei Bologna teste, dann gehen deine Einheiten im Zweifel drauf. Das will ich ja auch nicht. Also, muss ich zum nächsten Stadtstaat in der Lissabon. Dann nimm mal Cardiff. Wo ist denn Cardiff? Ja, wenn du nur testen willst, ist auch okay. Wo ist denn Cardiff? Ja, ist weiter rechts oben. Ach, da hinten. Ja. Was kann ich machen? Schon ein Stau da. Wie kann man nochmal... Gibt's ne Lupe dafür, dass man sieht, wo die Felder überschwemmt werden? Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, gibt es auf jeden Fall. Scheiße, welches war denn das? Da, Siedler! Ach du Scheiße, mein halbes Reich wird ja überschwemmt. Ui, da muss ich auf jeden Fall einen Staudamm bauen. Uiuiuiuiuiui. Staudamm ist aber nicht das Richtige, wenn du nicht überschwemmt werden willst. Ja doch, für das Flussgebiet. Ah, für Fluss? Für Fluss, ja. Ich hab ja hier, wenn du guckst, hier bei Moskau. Aber wo musste man das nochmal hinbauen? Fluss aus oder abwärts? Oder war das egal? Ja, das ist egal. Tja. Ja, wo ist das hier hin? Wie viel hast du da etwa gerade angefangen, meine Stadt zu bekehren? Ähm, ehrlich gesagt, hab ich nur ein bisschen beschleunigt, was eh schon rüberschwappt. Aber wenn dich das stört, lass ich das natürlich. Nur, ich hab mir gedacht, welche Stadt möchte ich am liebsten mit meiner Religion schmücken? Es muss eine Stadt sein, die dieses Schmuckes auch würdig ist. Denn die größten Juwelen tragen die schönsten Königen. Ja, aber jetzt mal so unter Freunden. Du siehst doch, dass ich hier noch so einen alten Steinkreiskult hab, den meine primitiven Leute huldigen. Und an dem häng ich schon ein bisschen. Ich würd gern, dass sie bei dem bleiben. Ach so, ja, okay. Alles klar, das respektier ich natürlich. Wenn du deine Meinung änderst, und das kann ja durchaus mal passieren. Das kann passieren. Dann sag mir bitte Bescheid. Das werd ich tun. Ja? Prima. Okay, wie mach ich das denn? Das dauert eigentlich alles so lange zu bauen im Moment. Das könnte daran liegen, dass deine Städte nicht produktiv sind. Ja, glaub ich leider auch. Aber fang nicht an Kohlekraftwerke zu bauen. Nee, ich hab eher das Problem, dass die nicht groß genug sind. Die haben kein Fressen. Die vermehren sich einfach nicht so. Die sind gemügsam leider. Was passiert, wenn du wohlhabend bist, ey? Das ist doch kacke. Ja. 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 Und Schweden handeln weiterhin fair. Ja. Immer fair. Bis einer verliert, ne? Ja. Ach, das ist der, den Sep da eh gestartet hat, den Waldbrand. Oh, Millalter, Ende den neuen Runden, das ist nicht gut. Oh, was ist denn hier los? Ja, aber Nils, da haben wir da jetzt doch gerade hier noch schön diskutiert und auf einmal sind da wieder Missionare unterwegs. Ja, hallo, aber die habe ich halt da hingeschickt und habe sie aber, ähm, habe ihnen gesagt, sie dürfen hier nicht irgendwas verbreiten. Gut, das ist gut. Dann vertraue ich, äh, unter guten Freunden, dass sie das nicht tun werden. Ja, natürlich. Sehr gut. Das wisst ihr ja, der ist auf dem Weg hier nach, äh, woanders hin. Nach, nach Amadol. Der Stadt, die ich über alles begehre. Alter. Was ist los? Ich bekomme so viel große Persönlichkeiten, die kann ich alle nicht gebrauchen. Das ist doch kacke. Was wollten die alle hier? Das freut mich auch. Das tut mir jetzt nicht so sehr leid, ehrlich gesagt. Kann ich aber auch verstehen, Peter. Weil es jede große Persönlichkeit gibt auch einen Zeitalterpunkt. Oh, das ist wichtig. Oh ja, das stimmt. Voll gut. Das ist durchaus sehr vorteilhaft. Ja, äh, äh, ich sehe übrigens, dass, äh, Pete, deine, äh... Pete jetzt wieder weg? Dann weißt du mal nicht, wer weg ist. Ne, ne, ich hör dich, hallo. Naja, dass deine Produktionsumstellung offensichtlich sehr erfolgreich war. Auf einmal bist du der führende Militär, äh, Mensch dieser Welt. Ja. Schottland beglückwünscht dich zu deiner offensichtlichen militärischen Leistung. Ja, herzlichen Dank. Alter, das ist ja... Was sind die kacke? Hm. Belastend. Hm. So. Hm. So schlecht. Neun Runden ist das Zeitalter schon wieder weg. Ey, die wollen einen doch veräppeln hier. Was, hab ich einen dazugekommen? Oh, geil. So, warte mal, wie mach ich das denn jetzt? Das ist hier schon ein bisschen bedrohlich. Ich gehst mal nach Hause. Schilz mal rum. Warte, noch eine Runde. Hm. Hm. Ah, muss ich da rüber? Tju, der kann da bleiben. Das ist alles super optimal hier. Wieso wächst du nicht, du Stadt, ey? Ey, was soll denn das? So, jetzt bin ich am Stand. Oh, jetzt... Oh, ist hier immer noch eine riesige Barbarenarmee. Das gibt's doch nicht. Ich wollte mich doch verarschen, ey. Das ist echt nicht so unfählich. Foppen. Das ist so lächerlich. Ja, ich... Ach, die... Shit. Ist lang gewartet, vielleicht. Das jetzt noch so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt hab. Ne. Das wird... Ne. Meinst du den Angriff auf Nan Madol? Ja. Ja. Ja, das ist das, äh... Das Problem hatte ich mit Kabul auch schon vorher, dass ich mich sehr toll gefühlt hab. Und auf sie marschiert bin, als ihre Verteidigung schwach war. Und dann plötzlich... Oh, jetzt ist da aber eine Stadtmauer. Ja, ich hab ein bisschen zu lang gewartet. Ich wollte erst, dass ich meine Einheiten hier richtig... So wird das, glaub ich, nix. Sag mal ehrlich. Muss auch mal... Muss auch mal ehrlich sein. Ähm... Ha... Wie sieht man das? Schon. Doop-doop-de-doop-de-doop-de-doop-de-doop-deop. wir werden schon nämlich die user die ganze zeit rausgezogen das ist aber echt hart wir sehen vor allem aber nicht wer es ist deswegen ständig muss man dann wenn man gerade am reden ist kann nur spekulieren der person geschwätzt hat mich jetzt nicht mehr werden gerade wieder machen besprochen die gefallen uns bestimmt allen ich merke schon mein gebiet wird den religionskampf ausüben ich möchte schon ganz kurz sagen dass selbst schon zwei zivilisation ganze religionen hat du bist ja tatsächlich stimmt ja selbst man schlägt sich gerade besser als der buddhismus ja meine zivilisation wurde übernommen ja also ich meine wir wissen ja alle diesmal aus erfahrung von letztem mal dass man dem nicht zu lange tatenlos zusehen sollte ich habe den fehler noch nicht gemacht ich darf den noch einmal machen ich habe noch einen gut ja gut aber es wäre schon besonders aber bei dir zählt er eigentlich auch doppelt was die dummheit angeht weil du ja aus eigentlich du hast ihn ja schon mal ausgenutzt diesen fehler das heißt eigentlich solltest du extra gefeit gegen ihn sein jetzt muss man noch sagen dass selbst religion voll kacke ist die von nils eigentlich nicht die ersten der enttächtigen städte weg bei mir im gebiet ja aber tatsächlich so hammer und ambos mäßig zwischen den beiden großen religionen gefangen ich habe doch keine große religion das ist tatsächlich völliger quatsch du bist per definition eine große religion also halt aus mangel an konkurrenz wenn es halt nur zwei gibt und du bist eine davon dann bist du schon eine große religion irgendwie halt nach einer sehr komischen definition ja nun dann bin ich eine große religion große religion in meiner religion existieren keine steinigung in meiner religion wird man mit haselnüssen beschmissen bis man an altersschwäche stimmt das ist ja eine harte religion ja ich sag's euch so was wollte ich jetzt machen vielleicht alle fälle so sowas hier das ist mal wichtig ach du habe ich das habe ich ja schon du bist da gut 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 so was ich so was ich so was man nytt Du musst das da. Oh. Alter, was ist hier denn los? Wapps da? Da. Nee. Ah, Peter, wo willst du denn noch hin? Ah, da ist noch ein geiles Feld. Yo. Können die ja. Shit. Ich habe hier den albernsten Barbarenstamm der Welt. Die haben wirklich das ganze Spiel über der Tundra rumgegammelt und nichts gemacht. Jetzt will ich ein bisschen die Zivilisation in ihr schäbiges Fleckchen Welt bringen. Sie leisten halt einfach Widerstand. Das gibt es doch nicht. Widerstand nicht. Ich will ja, ich will ihnen ja Gutes tun. Eigentlich. So ein bisschen. Irgendwie. Oh. Ich pfeife jetzt auch auf euch. Ich gründe euch jetzt hier einfach eine Siedlung vor der Nase hin. Ja, und ihr Volk, ihr könnt, jetzt bringe ich hier nämlich Isaac Newton rein. Äh, ne, einen anderen Baumeister, James of St. George, whatever. Äh, der jetzt direkt hier dann Mauern bauen kann in dieser Stadt, durch seine Präsenz. Dann werdet ihr mal sehen, hier. Das ist ja so dumm. Haaren vor der Nase ausgebrochen. Ach, mehr Annehmlichkeit. Geil, das ist aber auch so ein räudiges Thema. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich halt in meiner Tundra, ist halt, ist halt nix. Also, das ist halt einfach Kacke hier. Ich glaube, das ist ein Problem, das russische Herrscher, so im Laufe der Weltgeschichte allgemein, das ist drin, hatten. Das Volk will mehr Annehmlichkeiten und du guckst aus dem Fenster und so, ja, fuck, wo soll ich sie her? Ja, ist halt, ist halt Kacke hier einfach, ne? Kann man hier anders sagen. Kacke, ey. Ja, ne, das macht doch erstmal gar keinen Sinn. Weil ich in Kabul einen Hafen erobert habe, bin ich wohl der eine Spieler, der jetzt ab und an mal einen großen Admiral abgreift. Auf Klo. Bringt natürlich, ja gut, ne, der ist sogar gut. Ach, das ist ein Handelsadmiral, der bringt mir Handelsrouten, das ist sogar gut. Planensweg zu Stadtstaat, ey. Hm, 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 so, Leute. Was geht ab? Kann ich endlich mal wieder einen gescheiten Campus auf der Welt bauen, ey. Hm? 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 Jetzt reiben sich die Barbaren einfach auf der Stadt, die ich ihnen vor die Nase gesetzt hab. Wenn die sich mit Öl einreiben würden, dann könnten die richtig was dazu verdienen nebenbei, so als... Dann würde ich sie in meiner Zivilisation willkommen heißen, aber da waren sie wohl nicht gewillt. Ja lässt mich jetzt ja gar nicht mehr raus, oder was? Oh, du hast den Emil bekommen. Ich gratuliere dir. Emil, die geile Schnitte ist der Freund von Brigitte. Kann ich eigentlich in der Tundra, in der Tundra kann ich nix bauen ey, ist das eine Kacke. Ja. 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 Ich bin ein paar개 Hecht auf eine der Nacht. Ja. das läuft. Oh. Oh. Wiedersehen. Was? Aha. Ah, was hab ich verpasst. Nix, Peter. Wir sind eine Runde weiter. Das wär voll cool, wenn du mir Essen schicken könntest für meine Städte. Das wär echt nice. Ja. Äh. Äh. What? Okay, warum seh ich... Ich hab irgendwie so einen Anzeige-Bug. Damit wirst du immer am meisten heimgesucht von Bugs. Ja, wirklich? Wieso hab ich denn... Ich hab wirklich einen Anzeige-Bug gerade, oder ist das... Ah, das liegt daran, dass ich schon fertig war. Ah, okay, nee, mein Fehler. Es war kein Bug, es war eher dann doch Dummheit. Oh, haha. Der Nils. Oh, Torres del Payne wurde gefunden. Ist das denn für ein geiles Naturwunder? Was, Torres del Payne? Ja, irgendwie so heißt das, glaub ich. Bin mir nicht ganz sicher, aber... Torres del Payne. Oh, Mann, die Baban haben schon Musketen, ey. Wollt ihr mich verraschen? Die Stadtstaaten kommen jetzt auch damit an. Das fühlt sich ein wenig sehr demütigend an. Puh, ey. Können wir mal einen Gangschuh zurückschalen hier. Ist aber schon ein bisschen belastend. So, kannst du jetzt mal da... Benötigt eine Bevölkerung von sieben. Ja, aber was sollen die da... In der Tundra wächst ja nix, ne? Ja, die sollen halt mehr... Ui, ui, ui machen hier. Ja, gut, aber... Wenn die nix zu fressen haben, dann... Also... Oder? Ist auch nicht so geil. Das stimmt. Alter, Peter, ey. 534 Punkte nennst du dein eigen. Das ist respektabel, ja. In Marienkäfer gerechnet sind das knapp 100. Viele. An die 100 Marienkäfer. Was willst du denn damit? Weiß ich auch nicht. Weiß auch nicht, wo sie herkommen. Von deinen ganzen Weltwohnern wahrscheinlich. Die waren einfach da. Oh, 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 oh. Sag mal, Leute. Oh, Abstimmung. Ja, Abstimmung. So. Ach, Groll, Alter. Groll ist vollkommen irrelevant jetzt. Groll ist nur mit KI wichtig. Ja, genau. Und Luxusgüter? Ich hab keine Ahnung, welche Luxusgüter ich hab. Was gibt's? Oh, ich weiß, was ich hab, glaub ich. Oh ja, ich stimme auch mal für eins, das ich hier habe. Was hab ich denn? Äh, wann seh ich das eigentlich noch mal? Man kann noch mal rausgehen und nachgucken. Hätte noch jemand Bock auf Diamanten? Naja, hab ich nicht. Warte mal. Du kannst mir Diamanten geben, da hab ich gar nichts gegen. Wir können uns für irgendwas zusammentun, was vielleicht mehrere von uns haben. Ich hab Diamanten vielleicht. Diamanten hört's doch gut an. Ja, sehr gut. Man ballert immer Diamanten. Was? Was ist denn mit Diamanten? Seid ihr doof? Hab ich nicht. Sowas hat doch keiner. Hat jemand Honig? Nö. Das hier. Oder? Der von mehr als ein? Oh, scheiße, ich muss abstimmen. Oh. Ja, dann nehmen wir noch Diamanten. Toll. Gut, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich's verpasst hab, weil ich... Ich hab's verpasst. Ich musste noch bei dem blöden Groll-Ding klicken, das halt niemandem was bringt. Und... Ah, so ist das vorhin fehlgeschlagen. Ja, das kann auch sein. Äh, angenommen durch Type-Ray, ich hab was... Brammen ist jetzt böse. Und Marmor. Weil niemand hat abgestimmt, oder? Doch, ein paar von... Ja. Oh, Alter, fünf Marmor hat... Pete, ey, Peter, ey. Du Scheiße. Ich hab nicht fünf Marmor, ich hab fünf Stimmen gegeben. Ja, mein ich ja. Die Römer, weißt du, denen ist dann halt ihre Marmor-Bauten wichtig. Das macht mir aber auch Sinn. Maurice, merkst du, dass... Immer wenn du versuchst... Ja! Irgendwas zu initiieren, das sind immer dieselben Leute, die sich diesem Versuch entziehen. Bei ihm war ich an eurer Seite, aber ich hab euch gesagt, dass ich keine Diamanten hab. Und Nils, du hast selber gesagt, dass du keine Diamanten hast. Da geb ich dir recht. Aber du hast nicht gesagt, dass du fünf Stimmen für Marmor... Ich hätte drei Diamanten gehabt. Du hast drei Diamanten, also war das eine Lüge. Alter, da lügt auch noch jemand. Das kommt halt immer dazu, weißt du, ich versuch hier wirklich im Sinne der Weltgemeinschaft zu handeln. Vorhin mit der heiligen Städte auch, ne, erinnert euch dran. Ich versuch immer, die beste Lösung für alle zu finden. Das stimmt. Irgendwie dankt's mir niemand, weil alle auch keinen Plan haben, was in ihrem eigenen Reich überhaupt vor sich geht. Und ständig, na, ich hab doch dafür abgestimmt. Ach, Diamanten hab ich gar nicht. Ständig wird mir durch irgendwelchen Unsinn... Merkt euch das einfach. Peter hat euch eiskalt beschissen. Ich hab vorher gesagt, dass ich für Marmor abstimme. Das hab ich vorher schon gesagt. Du hast auch gesagt, dass du keine Diamanten hast. Peter, du hast schon viel gesagt. Ja, das ist, äh, das ist traurig. Tragisch fast schon. Peter, bevor ich jetzt hier was mache und du dich wieder erschrickst, ja, wir werden jetzt oben bei Lissabon die Naturkatastrophe auslösen, ja? Okay. Mit dem Ding. Dann wissen wir auch endlich mal, was passiert, wenn man das hier klickt, ja? Okay, guck ich mir an. Okay. Lol, da ist jetzt so ein Tornado. Lol, da ist jetzt so ein Tornado. Bei mir ist er noch da. Ne, mein Dude ist halt tot. Achso, ja, der Seher, den kannst du nur einmal benutzen. Ah, okay. Ah, okay. Ah, jetzt wird Lissabon quasi davon heimgesucht, ne? Okay. Ist aber jetzt kein krasses Ding, finde ich, wenn du das dann opferst dafür. Kommt drauf an, wie übel der Tornado noch wird, der kann sich ja weiter bewegen noch. Ja. Ja. Da brauchst du aber... Ja. Das kostet das immer noch 50, glauben. Ne, die werden ja teurer auch noch, je mehr du kaust. Hm. Das geht so. Hm. Geht so. So. Ey, was ich fragen wollte, ihr Lieben, wie lange machen wir heute eigentlich? Machen wir bis 12? Wieder bis 12. Bis 12. Null Uhr, ja genau. Okay, Leute. Ich eigentlich nix vom Spitzenspiel hier mitkrieg, ne? Guckst du das, Jay? Also hast du mehr Zeit zum Gucken? Jay ist schon gar nicht mehr am kommentieren. Jay ist gar nicht da. Nur Fußball. Ich bin schon, ich bin gerade im Wohnzimmer und guck gerade Dortmund-Bayern. Ja, passiert gerade was Spannendes bei euch? Ist ja immer noch kein Krieg da. Was ist da los? Ich wollte dich ja gerade, ich wollte dich gerade fragen, was ich beim Spiel verpasst habe. Also scheint ja schon noch enge Kiste zu sein, oder? Weiß ich nicht. Ich hab ehrlich gesagt gar nicht. Ich verfolge das auch gar nicht außer halt, wenn ein Tor fällt, dann sehe ich das. Das heißt, du verfolgst weder das Spiel noch unser Spiel? Doch, ich verfolg sehr genau euer Spiel und ich weiß auch genau, was hier gerade alles passiert und so weiter. Ich ömmel mich die ganze Zeit. Trotzdem bin ich ein bisschen, ich sag mal, ähm, not amused zu sehen, dass immer noch kein Krieg stattgefunden hat, obwohl wir schon 940 nach Christus haben. Das stimmt. Ja. Ja. Das macht man. Das was Jay sagt. Ja. Mach doch mal jetzt Krieg. Ey, Jay, weißt du was, du bist wie einer auf dem Schulhof, der immer der Kleinste ist und keinen Bock hat, sich zu prügeln und den anderen Kindern sagt, ey, der hat gesagt, du bist ein Arsch und... Du meinst der Smarte? Ne, der Hetzer. Der Aufhetzer. Der Smarte. Richtig. Der Smarte Aufhetzer. Alter! Scheiße. Das geht schon wieder weiter. Hu, 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 Leute, Leute, Leute. So, was wollte ich jetzt eigentlich machen? Könnt ihr mir das nochmal sagen? Oh. Oh. Oh, nicht schlecht. Das gefällt mir ganz gut. Ich habe übrigens, ich schicke dir nochmal, das habe ich vorher voll verpennt, eine Freundschaftsanfrage. Du hast mir auch schon eine vorher geschickt. Ja, hatte ich auch. Ich habe dir nun wieder eine geschickt. Nun können wir wieder unsere Freundschaft erneuern. Ja, genau. Ich hatte nämlich kurzzeitig echt mich gefragt, so warum will er die denn nicht annehmen? Nein, weil ich ein Penner bin. Du weißt ja jetzt irgendwie... Ich habe einen ganzen Neuladen mit den 20 Notifications da rechts, aber natürlich will ich unsere beste Freundschaft auf ewig weiter in die Geschichte eingehen lassen. Dankeschön. Ich habe dich auch echt gern. Muss ich wirklich sagen. Das freut mich sehr. So, was mache ich denn jetzt hier? Da muss ich mal langsam was tun. Das wäre eine ganz gute Idee. Das könnte ich machen. Beziehungsweise... Ach du Scheiße, es kommen die Barbaren hier wieder angeschissen. Ja, es gibt noch ein paar. Wo wollen die denn? Ich habe jetzt meine wirklich mit einem... ...kivilisatorischen Außenposten in Schach gehalten. Vor allem wäre ich voll stark, die Schweinei. Die haben ja original irgendwelche Musketiere. Ja. Das... Oh, das hatte ich noch nicht, aber ich hatte auch ein paar fortgeschrittenere Einheiten. Puh, Alter, Musketiere. Das geht ab. Unglaublich. Ich verstehe gerade nicht. Hey. Also der Tornado zieht tatsächlich weiter, Sepp. Oh, cool. Oder dieser... Ja, cool. Das Spiel ist gut, oder? Gefällt dir, ne? Was war das für eine Musik? Was? Weiß ich nicht, was das für eine Musik war. Ich wollte dich mal fragen. Warum hast du denn jetzt keinen Bock mehr auf Nan Madol? Ecke? Ja. Die haben mir Geld gegeben. Und da habe ich gesagt... Als ob die dir Geld gegeben haben. Ja, klar. Die haben gesehen, dass ich in allen Bereichen überlegen bin. Da haben sie gesagt, hier ist... Hier sind vier Gold. Wenn du abhaust. Da habe ich gesagt, okay. Das ist immer so. Oh, das ist die Geschichte. Mehr gibt es da eigentlich nicht. Okay, und was machst du jetzt mit den Truppen? Und Nan Madol hat dir dann auch gesagt... Oh ja, ich ziehe meine Truppen Richtung Schweden. Ja. Um anzugreifen? Also ich greife jetzt Peter an. Und ich weiß nicht, was ihr macht, aber... Natürlich greifst du Peter an. Der ist nicht in deiner Nähe. Ja, deswegen. Die sind ja unterwegs jetzt, die Truppen. Ach so. Die sind unterwegs zu Peter und... Ich merke schon, du möchtest mir noch nicht deinen Plan verraten, obwohl ich ihn nicht verraten werde. Okay, ist okay. Meine Truppen möchten einen Angriff gegen Peter wagen. Okay, alles klar. Halten wir das mal fest. Hast du den Gag verstanden auch? Wegen Peter wagen, das ist Polizei und so? Ja, ja. Da war ein kleiner Gag eingebaut noch. Ja, okay. Alles klar. Ne, gut. Dann... Bin ich im Separé mit dir? Ich bin im Separé mit dir. Soll ich es dir sagen? Soll ich dir denn echt... Pass auf. Ich war mir nicht sicher, ob wir im Separé sind. Und zwar haben die derbe... Ach so, wenn ich mit dir speziell rede, dann auf jeden Fall. Ach so, ja, ich war mir nicht sicher, weil die haben natürlich derbe Truppen gepumpt. Und ich war ein bisschen zu langsam. Und die waren eh schon gut gerüstet. Und als sie mich dann gesehen haben, haben sie nochmal derbe so Einheiten gepumpt. Auch wertige, so Armbrustschützen und so weiter. Und da hab ich gedacht, ey, das klappt nicht. Und dann bin ich lieber abgehauen. Und du gehst jetzt wohin? Es gibt noch einen anderen Stadtstatt, Akat. Den guck ich mir jetzt mal an. Akat. Ich guck ihn mir mal an. Ich schniesel da mal rein. Die müssen ja auch nicht ständig jetzt was machen. Also wenn es nichts zu tun gibt, dann ist halt so, ne? Maurice hat das auch wohlwollend aufgenommen, glaube ich. Wenn ich mir dazu angucke. Dass ich da abgehauen bin? Ja, der hat schon abgegriffen. Ja, soll er sich doch mit dir rumärgern? Das ist ja cool mit mir. Also das ist... Okay. Das ist ja sicherlich... Man muss halt auch verarbeiten wahrscheinlich, oder? Also... Die haben ja schon ein paar Träume. Also die haben schon Musketiere und so. Pfostenschuss bei Bayern gerade. Oh. Ich leck dich mal nicht mehr ab. Ui, du hast recht. Krass. Ich zieh dich wieder runter. Recht herzlichen Dank. Auf Wiedersehen. Aber ich will hier ne Grenze auf... Auf... Ich glaub eher, dass du auf der einen. Ich glaub eher, dass du mit deinen ganzen geilen Missionaren schon links über die See hinweg geflogen bist. Und da schon am Start bist. Ja. Dann können ja die anderen mal sagen, ob ich bei denen schon am Start bin. Meine Städte sind alle bekehrt. Ja gut, du bist ja auch mein Nachbar. Wie gesagt, du kannst mir da einen vom Jongel erzählen. Ich erzähl dir nur die krassen Hard Facts, ja? Ja, dann erzähl aber bitte auch, dass ich seit drei Runden neben deinen Städten mit meinen Missionaren nicht weiter nach rechts gehe. Du hast doch diese Runde noch deine Religion weiterverbreitet. Ja, beim Gottkaiser Jay, das ist die Grenze. Zieh mal von Lund, Fick-Schnitzel und Gottkaiser Jay sind die Grenze. Allein diese Städtenamen, ey. Ja. Horis, du willst es jetzt wissen, ne? Was? Ja, mit Nenad Madol. Du bist da doch weg. Ja, ich will nur mal kurz was holen. Ach so. Also Maurice, vielleicht wäre das auch smart, wenn du dich so übernehmen lässt von Nils Religion ohne Widerrede. Ja, finde ich auch okay. Geil. Ach so, du meinst, weil es dann schwerer wird. Sebastian den Religionssieg zu holen. Ja, das ist vollkommen richtig. Ja, komm Nils, dann heiße ich deine kulturellen Missionare willkommen. Ja, das war ja von Anfang an auch, habe ich dir das ja. Ja, das ist vollkommen, ich weiß, man braucht halt manchmal ein bisschen, um von so den antiquierten Wegen wegzukommen. Und deine Steinkreiskulte hier, meine Bevölkerung hing da schon dran. Ich musste denen das erst mal ein bisschen schmackhaft machen, dass jetzt irgendwelche Ausländer kommen aus Sumer und uns da einen neuen Glauben aufdrücken. Aber ich glaube, ich habe sie jetzt so, dass sie dich akzeptieren werden. Okay. Dann, ähm, finde ich das okay und dann können wir Freunde sein. Sehr gut. Ich meine, Freunde waren wir ja schon davor, aber jetzt sind wir auch noch Glaubensbrüder oder werden es. Oh, haben wir da, Entschuldigung. Glaubens-Buddies. Glaubens-Buddies. Das ist doch Quatsch. Ein dunkles Zeitalter für Christina. Was beschwert dich, Christina? Ach ja, die Welt. Oh, das ist ein dunkles? Oh. Ich habe gerade so knapp ein normales geschafft. Welches Zeitalter haben wir eigentlich? Weiß das einer? Aus dem Kopf? Im Mittelalter sind wir gerade, nee, Renaissance. Im Mittelalter war gerade vorbei. Im Mittelalter ist vorbei. Wir sind, glaube ich, alle tatsächlich ein bisschen dem hinterher, was wir offiziell eigentlich sind. Äh. Weil von der Renaissance bin ich durchaus noch ein bisschen entfernt. Ja. War aber letztes Mal nicht so. Kann das sein? Ein bisschen. Es ist, glaube ich, so ein bisschen durch diese Multiplayer-Geschwindigkeitseinstellungen, die wir halt immer nehmen für diese Events, gehen Zeitalter halt teilweise schneller vorbei. Was kann das sein? Und gerade Leute, die dann nicht so mega sich auf Forschung widmen, sind dann, glaube ich, einfach ein bisschen dadurch hinterher. Äh. Ist jetzt meine Theorie. Tatsächlich muss ich tatsächlich inzwischen sagen, dass ich, äh, das Spiel eigentlich fast nur noch in diesem Modus kenne. Weil ich jetzt sehr viel halt auf solchen Events spiele. Ich kenne es und spiele dann auch, wenn ich privat dann irgendwie Trainingsrunden drehe für diese Events, mache ich auch immer natürlich die Geschwindigkeitseinstellungen, die wir dann auf diesen Events haben. Deswegen kenne ich das jetzt besser, als wie es normal wäre. Verstehe. Ich weiß, mega spannende Geschichte. Nee, das ist, äh, du bist ja auch, ich finde das ganz spannend, weil du ja auch so ein Typ bist, der immer auf so Events noch, äh, zu finden ist. Und, ähm, das wissen ja viele nicht. Du bist ja richtig, du gehst ja ja auch noch hin. Halt die Klappe! Ach, Leute! Ah, was geht ab mit mir? Bin ich cool? Yeah! Wo sehe ich, Peter, du bist ja so ein Kulturmensch. Du bist ja so ein richtig gebildeter Mensch, ne? Gucken wir mal, ob ich die Frage beantworten kann, die jetzt kommt. Wenn ich, äh, große Werke irgendwo einlagern möchte. Und ich möchte gucken, wie viel Platz ich noch in der Stadt habe. Wo kann ich das sehen? Na, nur da oben links auf große Werke klicks, hast du eine Auflistung aller deiner großen Werke. Ja, aber in welcher Stadt die frei sind, sehe ich das auch. Das steht doch dabei. Ach, da. Tempel. Tempel of Love. Ah, fuck, ich kann nur Reliquien machen? Aber wie kacke ist das denn, ey? Wenn wir keine scheiß Reliquie haben. Okay, dankeschön, Peter. Gerne. Hat dir sehr viel geholfen. Ich freue mich zu hören. Ach, guck mal hier, ey. Da muss auch mal was passieren. Habe ich das denn noch nicht beackert? Nee, Leute, da muss jetzt noch mal was passieren. Da muss, nee, das muss ich zuerst machen. Das kann ich nicht so stehen lassen hier. Oh Mann, ey. Dü, 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 dü. Oh, scheiß Ding des Krias, ey. Alter, was geht ab mit den Barbaren? Ja, die sind krass, ne? Also mit den Musketieren knabber ich jetzt auch ordentlich. Alter, sweet, ey. Ich glaube, ich habe es einigermaßen geschafft, so die letzten bei mir gerade noch zu erwischen, bevor sie in die Musketierphase eingetreten sind. Nee, leider nicht. Vor allem prügeln die jetzt raus und die haben die ganze Zeit da hinten in der Ecke gechillt bei mir auf so einer Eisscholle, ne? Und jetzt dachten die sich so, jo, jetzt gehen wir mal los. Shit. Da muss ich hin. Hm? Mensch, bei dir brennt's, Maurice. Das stimmt. Ach so, genau. Das weiß ich nicht, aber sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Ach ja, gut, da ist aber nichts passiert. Alter Schwede. Oh, hier so, ne? Da? Da habe ich nicht. Da höchstens. Habe ich da? Oh, shit. Was wollen die eigentlich jetzt hier, ey? Das weiß niemand. Uff. Alter, die Musketiere sind ja mega krass. What? Ja? Alter, rüpp. Da sagen meine Reiterchen ja tot. Also, und meine Stadt, die auf die geschossen hat, hat so, so eine Mühe abgezogen gerade. Und das ist auch nicht so gut. Ja, das ist echt bitter. Wollt ihr doch was cooles machen? Hm. Hm. Ach, scheiße, ist er weg. Das ist aber nicht mein Ziel. Okay, das reicht mir aber. Oh, da. Wie sieht das eigentlich aus in Schweden? Ist das so religionstechnisch noch alles auf Kurs, oder? Schweden ist wenn Bram gerade weg ist, antworte ich mal größtenteils von Sebastians Religion eingenommen Und meine Einheiten haben wir nicht mehr bewegt, seitdem Bram da wird gesagt hat Religion verbreitet sich ja auch, sobald du erstmal den Großteil da hast, auch automatisch braucht das seit 20 Runden Also Ackert zum Beispiel ist unter der dem Bündismus Also das ist die Grenze Das war's wohl, ne? Was? Dortmund Hab ich ihn verloren Ich bin zutiefst bestürzt Oh oh Gut, dass Jay gerade nicht im Channel ist Gut, dass nur Bram sich das anhören muss Wo kann man eigentlich nachgucken für was man Zeitalter Ach, da unten kann man drüber haben, ne? Wofür man Zeitalter-Punkte kriegt Mensch, haben die Bayern das Spiel gewonnen hier Uh War er nicht fair gewonnen? Ja, ich glaub schon Ich glaub, die hätten gerade eigentlich ein Elfmeter kriegen sollen Aber mehr hab ich auch nicht gesehen Ich weiß nicht, ob Dortmund da besser war oder nicht Keine Ahnung Naja Alter, war weiter Die Musketiere Holy moly Holy moly Holy moly Wie hier alles kaputt gemacht wurde von diesem scheiß Tornado Das wirft dich so viele Runden nach hinten Ja, ich kenn das Da, ne? Eins Da Mach mal Das Das ist gut Wo sind jetzt die Homies? Live Da kann ich was tauschen Alter, ist wie hier wieder die Die Jahrmillionenflut gerade zugeschlagen hat Ich hab's gesehen, ja Die hat dein, dein, dein Damm erwischt, oder? Oder dein, dein Äquadukt Ja, hat mir fast zwei Truppen zum Mühe ersat Oh nein Das waren ausgerechnet Das war der freundschaftlich Ähm Freundschaftliche Verband Der, äh Schotten Das ist das schottische Regiment gewesen Das, äh Wir, wir schicken dir Unser Mitleid aus Schottland Äh, das ist Das kommt an Bei den Truppen Hä? Alter, steh ich jetzt hier gegen Wie das Nee, Alter Lass mal stecken Jetzt kommen die Barbaren hier einfach Überfallen mich mit einer Ja, die sind krass Verfickten Musketenarmee, ey Was, echt? Oh Gott Die haben ja wohl Wer hat den denn eigentlich Die Technologie dafür zur Verfügung gestellt? Das kann doch nur einer von euch gewesen sein Ja, also ich würde sagen Pete Smith führt, was Forschung angeht Rechts? Haben wir euch überholt? Nee Äh Wischen Nee, stimmt Nee, Nils Du bist selber der fortschrittlichste Das kann ich auch gerade sagen Das war doch Mit Abstand war der doch weit weg Das ist kein Abstand Er hat 33 Technologien Pete hat auch 33 Ich hab 29 Äh Aber er macht mehr Forschung als Pete Deswegen Ja Ich bin noch in Führung Aber es ist nicht Es ist nicht so weit La 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 Ich hab gerade etwas spät angefangen Meine Forschungspläne auch ein bisschen konsequenter In die Tat umzusetzen Ja, ich hab auch super spät angefangen Ja, ihr seid halt einfach Nicht besonders klug Aber wir mussten auch Stadtstaaten hier eliminieren Die mussten weichen Ist auch viel schöner Hatte ich da nicht jemanden hingeschickt? Achso, ich wollte gerade sagen Da hab ich da jemanden hingeschickt War doch so Hey, warte mal Ist hier etwa fertig? Warte mal Äh Da Literatur So, hab ich da schon Trottel Da Was ist da eigentlich mit mir los, ey? Hier passieren hier unnötige Fehler So, geht direkt weiter mit Fußball Das ist schon ganz geil Was geht denn, was geht denn in das nächste Match jetzt? Es kommen noch drei Spiele Konferenz Oh, cool Ah, schon wieder ein großer Künstler Ey, ich raste aus Lass dir das nicht bieten Was will ich mit diesen klugen Menschen in meinem Reich? Künstler müssen ja nicht zwangsgläufig klug sein Ja, stimmt Künstler sind oft ziemlich bescheuert eigentlich Das ist sogar noch schlimmer Oh, leider nix zu handeln So, jetzt wird hier dieser Der Stadtstaat hier kriegt jetzt What? Bei mir kommen jetzt die Barbaren noch mit Keulen an Das ist fast schon irgendwie Das ist ja ein Witz Ernsthaft Kamand Aber die Keulenträger hätten mir fast nen Baumeister geklaut Wenn ich jetzt Wenn ich das jetzt nicht Frechheit Das wäre dann sehr peinlich gewesen Das ist ja echt lächerlich Sepp Ja Was bietest du mir Kacke, die ich schon hab Ich hab gedacht, das wäre im Sinne unserer Freundschaft Bringt ihr das nicht trotzdem was? Nein Das bringt mir gar nix Bringt ihr das nur einmalig was, oder was? Ja Hier, das wirks ist gut Okay Ist der so lächerlich? Zepp Was ist dein Begehr? Eigentlich möchte ich mit dir Waren handeln Aber ihr habt alle keine Luxusgüter mehr zum Tauschen Aber du möchtest dich ja mit mir befreunden Ja, weil ich dann im Menü mal war Ja ey Das ist doch Ihr macht doch nix aus Zufall Ihr habt doch Pläne Ihr wollt doch Irgendwas erreichen damit Niemand will sich einfach so mit mir befreunden Das ist mir noch nie passiert Die meisten wollen meinen Körper Oh so? Okay Ey, du musst nicht Also wenn du nicht willst Doch, ich würde schon gerne Aber ich hab so viele Freundschaften Ich mach das jetzt Zack Jetzt bin ich mit euch allen befreundet Mir doch egal Okay Du bist der König der Diplomatie, Nils Leute, wie geht's? Wie geht's euch so? Zählt doch mal ein Schwank Aktuell ist anstrengend Das ist los Ich bin recht zufrieden mit der Welt Muss man sagen Aber ist die Welt auch zufrieden mit Shuttle hat? Das ist ne sehr gute Frage Ey, das ist echt belastend Ein so'n Musketier Macht mich hier richtig fertig Du kriegst die einfach nicht kaputt Kann mir doch keiner erzählen hier Die sind halt echt mega in bar Also ich krieg auch voll auf die Fresse Von diesen widerlichen Typen, ey Von diesen schmierigen Hansels Tja, aber was er nicht weiß Ist, ich kann das auch Du kannst einfach auch ein Musketier bauen Für wen hält er sich? Ja So Leco mio, Mann Peter, kann ich dir meinen Künstler nicht schicken? Du brauchst doch sowas, oder nicht? Nö Hast du kein Du bist doch Kultur hast du doch voll viel, oder nicht? Ich geh nicht auf Kultur, ne? Du hast doch voll viel Kultur, oder nicht? Alter, Peter, wie viele Städte hast du mittlerweile? Begründet der noch mehr? Ey, der hat gerade eine neue Stadt gegründet Seht ihr Gib mir das auch Du gewinnst, wenn du 20 Städte gegründet hast? Die kann doch nicht lange stehen Die ist Level 1 Der kann doch kein Erzählen hier Lugundum, wo steht die denn? Kann ich die sehen? Ich sehe doch von dir alles, oder nicht? Das ist sick Okay, Lugundum ist da Wo seht ihr? Wo ist deine Stadt, Peter? Ja, ja Bist du irgendwo in Expandierfurt, was man noch nicht sehen kann? Weiß nicht, ich dachte, du siehst alles Ich dachte auch, das ist ja die Sache Mit dem, ich dachte auch, dass ich alles sehe Ich kann die doch nicht angreifen Das hat Dauron auch gedacht Bis zu dem Moment, dass irgendein scheiß Hobbit Sein Ding in den Berg geschmissen hat Ach ja, ich sehe alles Was soll mir schon passieren? Ich sehe doch alle deine Städte hier Links von dir auf dem Wasser Noch Land? Oder? Wie weit geht es denn da noch? Das ist ein ganz schönes Stück Hey, Peter Smits Was hast du da links gebaut? Ja, wohlgemerkt eine Stadt Hm Hm Hast du da vielleicht eine Stadtstadt eingenommen? Nee Nee, guck dir mal, wie viele Städte Peter hat Lissabon steht noch Welche suchst du denn? Steht hier Und die sehe ich auch nicht Der wird eine Stadt Oh, dann ist er wirklich woanders hingegangen Ja Der muss oben noch weiter gehen Oder links von euch Peter eine Insel gefunden Links von euch muss eine Insel sein Oder Oh Er hat oben rechts halt auch noch nicht vernünftig aufgedeckt Ja, ich sehe sie Das stimmt Du hast hinter Lissabon eine Stadt gegründet Da ist noch was? Also Da scheint auch was zu sein Peter ist der große Decker Er hat eine neue Welt Drei Felder Und da Die alle sind in der alten Welt verharrt geliehen Kannst du, kannst du, bei Lissabon kannst du die Grenze Genau kann ich die sehen Ich sehe die Stadt nicht, aber ich kann die Grenze sehen Geil Alter Jungs, ihr dürft mir echt nicht immer 5 Minuten pro Runde geben Da gucke ich mir die mir so genau an Pinner, ich sehe alles Dauert vielleicht mal ein bisschen Aber ich sehe alles Ach, ernsthaft Ist ja so lächerlich Der Da knallen die Kanonen meiner Nachbarschaft Ja, aber nur um Frieden und Zivilisation zu verbreiten Selbst recht Ich hab' ich das Schaf hier noch nicht hab Hat Seit wann? Das ist aber auch echt komisch Alter, es hat eng Die Muskeltiere zu besiegen, ey Ich hab' ich doch fit verarschen hier Was soll ich doch mehr sein? Kann mir doch keiner Oh, ein Stadtstaat wurde ausgelöscht, welcher denn? Nein, irgendwas glaube ich Äh, Nan Badol Ausgelöscht ist aber auch ein, also Er wurde dem schottischen Reich eingegliedert Nee, also es war Also Man muss schon bei der Wahrheit bleiben Das war schon Ähm Ziemlich aggressiver Akt Also das muss man schon sagen Ja, das War schon gewaltig Nö, also Aber Ne Ne Muss man schon bei der Wahrheit bleiben Meine Meinung Ja, ich mein' Das Leben ist halt hart In Nan Madol Das Leben ist halt hart In Nan Madol Vom Autor von Wie man Krieg Verheimlicht Ihr Loser Könnt ja gar nix Und Peter hat nicht mehr die größte Armee der Welt Wer hat denn ihn überholt? Die Person möge sich bitte zu erkennen geben Du bist es, Nils Ah, ich dachte jetzt wär ich gemeint Aber das kann sein Ich? Tatsächlich? Oh, Nils hat Bock auf Krieg Er rüstet auf Äh, ich glaube an dieser Stelle Das ist, äh, Quatsch Was hier erzählt wird Du hast die höchste militärische Stärke Aber, gut Die ist halt schnell erreicht Ja, das stimmt allerdings Außerdem hätte nach der Logik ja auch Peter Vorne zwei Runden noch Bock auf Krieg gehabt Er war ja offensichtlich sehr friedlich Papapapa Ah Warte ich das mal eben kurz machen Ah, schon dumm Dann machst du das mal Warte mal Du kommst dann Dahin Und du kommst dahin Oder? Warte Ah, shit Wieso geht der um nicht? Also manche verstehe ich das Spiel nicht Übrigens, Nils Unter guten Freunden Kannst du doch jetzt bestimmt Deinen Kriegswagen Da von meiner Grenze wegbewegen Du störst dich an einem Antiken Kriegswagen Der lediglich zu Museumszwecken dort Der verdeckt ein Feld Das ich mir kaufen will So Na gut Pass auf, dann machen wir das Wir machen das so Aber weiter gilt natürlich Dafür meine Einladung Deiner Missionare in mein Land Ja Die kommen gleich Angestürmt Aha Also der hier Dieser Protestantismus hier Der breitet sich aber auch aus Wie die Pest Möchte ich mal eben An dieser Stelle anmerken Das stimmt Ja, sagst du weiter Ich empfinde das ehrlich gesagt Äh, als Fast schon als Bedrohung Ne? Warte Was ist denn da? Aber der Schatz eigentlich Und fällt Ich wünsch dir, ich könnte dir das sagen Ich würde weiter darum bitten, Nils Dass du die Farren kurz wegbewegst Äh Ja, sofort Äh, warte, 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 warte Warte, warte Ich möchte mich entschuldigen Für, äh Die Situation Wo genau? Äh, bei Nan Madol steht einer an der Grenze Oben Alter, die sind Die sind aber auch immer so Ausgeklaut Muss man die gar nicht Peter, streben wir das gleiche an Oder wollen wir eine Abwandlung davon So, ich hab ihn Ich hab ihn Ich hab ihn befohlen Wir wollen keine Abwandlung davon Zu gehen Okay So, was ist denn Ich weiß für mich Für, für Pläne geschmiedet Dann weiß ich nur Warte, was ich hier jetzt losschicke Das klingt sehr ominös Mein Händler, der kauft dir die Bude leer Oh nein Pass auf Pass auf Pass auf Ach, die Annehmlichkeit Ey, ich hab Ich hab So viel Pfirsich Und so viel Tee Mehr hab ich Also ich hab irgendwie Drei Pfirsich Und vier Tee So, what the fuck Und sonst hab ich kein Luxusgut Also wer Pfirsich und Tee haben möchte Ne Schleudert weiß Pfirsich Gibt's auch Pfirsich Tee Pfirsich Tee Kannst du auch haben Also du kannst auch Beides haben Ich nehm dann bitte Pfirsich Tee Das ist doch scheiße Ja Vier Runden Ja, komm Muss ich mal machen jetzt Und hier hab ich Ne Dörr Komm Äh Ach, ihr seid doch Kacke Ding, ding Hm Hast du mal Machen Das Jo, klar Hey Peter Bist du ein Gönner Nicht wirklich Hey komm Ich geb dir alles Was ich hab What? Was kommt denn jetzt? Ich geb dir alles Ich hab dir alles gegeben Peter, was ich habe Was ich hab Das ist schon viel Für mich So Die Spiele haben wir es denn Zeit für ein leckeres Kaltgetränk Peter Das finde ich okay Du sollst ja auch von was leben Dann hab ich zwar nix mehr Weil ich hab plus zwölf Aber hey Meine Städte gehen echt Die haben einfach nix zu lachen Die trinken den ganzen Tag Nur Pfirsich Tee Und haben sonst keinen Spaß So, bin gleich wieder da Jo Was ist eigentlich der Malus Wenn du Wenn du Unannehmlichkeit hast Hast du dann Einen Siedler weniger? Äh, nee Denn Produktion Wird dann ein bisschen Reduziert Scheiße Ist auch kacke Und wenn sie Wenn sie ganz unzufrieden sind Dann können sie sogar Irgendwann rebellieren Aber da musst du schon sehr Da reicht das eigentlich In der Regel nicht Da muss noch mehr passieren Okay Andere Leute Loyalität Schwächen von dir Okay Ich kann eine Waffenkammer bauen Schau, warum nicht Leute, da bin ich wieder Habt ihr mich vermisst? Ja Ein bisschen Geht so Geht so Ich dachte Du wärst auf Klo gegangen Was ist dein Ziel An dem Spiel jetzt? Ja genau Also Willst du Krieg haben? Willst du Gehst du auf Forschung? Wie willst du gewinnen? Also ich Gehe schon ziemlich viel auf Forschung Muss ich sagen Und falls es sich ergeben sollte Dass ich Zu kriegerischen Mitteln greifen muss Weil zum Beispiel Jemand mit seiner Religion Mich zu penetrant angeht Dann Muss ich natürlich Hoffentlich von meiner Technologischen Überlegenheit Profitieren Und dann dementsprechend Auch Einheiten ausbilden Die Den Feind zu drängen können Das heißt Du hast Angst vor Sepp Ich hab überhaupt gar keine Angst Das ist ja Also du Du hast dich gewappnet Vor Sepp Von der Religion Weil der Ja natürlich Weil der noch eine Religion hat Selbstreden Also ich ehrlich gesagt War das nie mein Plan Auf Religionssieg zu spielen Weil ich das auch noch nie gemacht hab Bei Civilization Und deswegen fehlen mir da auch So ein bisschen die Skills Und die Erfahrungswerte Deswegen Ja Spiel ich ein bisschen mehr auf Forschung Ich bin eigentlich die ganze Zeit Recht gut unterwegs Mit meiner Forschung Ich war eigentlich die ganze Zeit Vorne dabei so Und Ja Wir gucken Ich glaub nicht Dass ich hier ein Wissenschafts-Sieg Wird am Ende wahrscheinlich Nicht klappen In der Mangelung von Zeit Ja Aber vielleicht Aber könnte kann man ja sammeln Ja Das ist glaube ich Der Weltwunder Spammer glaube ich Tatsächlich schon Zu weit weg Oder Was hat der denn 663 Ja Aber guck doch mal Der Norden Der ist doch noch Überhaupt nicht besiedelt Da Babylon Nazca Das sind doch alles Schöne Städte Die da Der Erische Reich Doch erobern könnte Ja In der Tat Ist das auch Eine Option Über die ich nachdenke Dass ich da oben Nochmal Beigehe Aber erstmal Gehe ich dahin Wo noch ein bisschen Mehr Konkurrenzdruck Herrscht Ah ja Okay Akkert Ja genau Akkert du mal zum Sieg Vielen Dank Und Ich freue mich auf Später Wenn wir uns dann mal wiedersehen Auf Wiedersehen Bis später Wiedersehen Der kann ja gar nichts Das ist ja voll der Loser Unsere Bonus Ressourcen Was bringen die? Die bringen einfach nur Mehr Einkommen Von verschiedenen Dingen Je nachdem Ah okay Also das Feld ist einfach nur stärker Ne? Ja Okay Oh da ist ja der Piet Hier am See erkunden Im Stand So Da Leute, Leute, Leute Wollen wir mal hier richtig In den Stand setzen hier Er ist kaputt gegangen Ernsthaft? Shit Das ist scheiße Gibt's dazu Alternativen? Nope Ach Hm Wieso denn nicht da? Badam Badam Badadadadam Da steht aber nicht, dass das Doch Shit Oh kacke Mir ist doch wieder die Religion von dir eingefallen Jo nicht, mein Freund Da muss ich gleich nochmal gucken Wie ich das mach Hm 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 Next best Thing Geht aber auch Nur Da Wenn ich das richtig seh Hm Ich bin unzufrieden mit dieser Situation Oh Was haben wir denn noch? Hm Das ginge Da Das ginge Ach Das ist doch alles nicht so geil Wie ich das kenne Jetzt ist bei dir oben rechts eigentlich noch wirklich unbesiedeltes Gelände So fortgeschritten In diesem Spiel Ähm Ja, das hat aber Gründe Und zwar Alter, jetzt kommen die, die kommen hier mit Einheiten Das ist ja so lächerlich Das ist aber frech Kommen die einfach mit Einheiten Ne, aber also mit Was für Einheiten Das ist das Problem Das ist das Problem Ja, tatsächlich Ich würde sagen, dass Ram und Maurice jetzt gerade mit Jay am reden sind Oh Oh Also ich weiß ja auch nicht Wie vertrauenswürdig dieser Jay ist Ich kenne ihn nicht so gut wie ihr Aber also ich Er nimmt seine Rolle als Moderator Der Keine Seite ergreift Sicherlich sehr ernst Ich habe schon Inhaltlich schon die Hosen runtergelassen Muss ich auch sagen Also all deine Pläne auf dem Bad Das ist auf jeden Fall der größte Regel Äh Beharrer Kann man durchaus sagen Der Regel Beharrer Genau Deswegen wird er diese Ehrenhafte Position Die er da inne hat Nicht verraten Na gut Ich möchte meinen Ich vertraue euch Shoot Meine Stadt kann gar nicht mehr wachsen Das ist aber schlecht, ne? Wie mache ich das denn? Das hat er auch nicht Er kann ja gar Eigentlich kann der gar nichts Ich brauche irgendwas Shoot Ich bin hier Erstmal machst du das Ah läuft die Zeit Schön war die Zeit Die anderen sind da oben immer noch am Besprechen Ich weiß nicht, was die da aushacken Haben die Krieg oder sind die allianziert? Allianziert Nee, Krieg haben die nicht Allianziert Sind die allianziert? Die werden sich auch nicht bekriegen Boah, endlich dieses Kack wunderfertig gebaut, ey Das hat auch ungefähr 20 Runden gebraucht Und das brauche ich nicht mal In dieser Scheißstadt kann man einfach nicht mehr machen Ist das deine Eröffnungsrede vor deinem Volk? Weshalb du jahrhundertelang geackert hast? Ich weiß gar nicht, warum ich das in Auftrag geben habe Vor 2000 Jahren Aber viele Leute sind gestorben Beim Bau dieses prächtigen Bauwerks Aber ich muss euch ehrlich sagen Unser Volk kann damit eigentlich nichts anfangen Aber mir ist das egal Weil ich bin nicht der Demokratie Irgendwie Rechtfertigung schuldig Denn ich bin hier ein Despot Und jetzt können die alle nach Hause gehen So in der Art, ne? Genau Kann ich nochmal machen? Warte mal Hey, das wär krass Ach, nur noch eins Nee, er geht ja nur einmal Ach, was kann ich hier machen? Ah ja Doch, kann ich machen Oh Gott, im Himmel Das ist ja Hat jemand schon mal jemals von euch Bei einer großen Persönlichkeit Ähm Gepasst? Ja 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 Tschüss Das war eh so ein Typ da Dem hatte ich eh nicht vertraut Ach Kann ich das denn wieder ändern? Er 3 Aber der hat schon Ach du Körgut Geht denn hier wieder? Was wollen die denn alle Die scheiß Bambaren hier? Ja Keinen Kopf wollen sie Ja, da kommt jetzt immer mehr, ey Ach doch mal kein Auge Ich hunge So geht das doch nicht Hm Oder da Kann man das hier abbauen Ja, das ist eigentlich Hm Das wäre ein guter Platz Ja Besser Auf jeden Fall Als bei dem Das wäre da natürlich Wollte ich drehe Ja Aber ich kann das doch nicht einfach da abernten Habt ihr mich vermisst? Ja Bestimmt Bestimmt Wir fragen uns, was passiert ist, dass so lange besprochen werden muss Wer spricht denn da? Scherz Ein Scherz, ne? Ein Scherz Dein bester Freund Dein bester Freund Das weiß ich doch Alles schon Vergessen Das weiß ich doch Wir sind doch Buddies, mein Kumpelmann Das weiß ich doch Oh, Bram Unser Allianz ist abgelaufen Ja, Bram ist jetzt mit Sebastian und Jonathan da oben Ich frage mich, was da jetzt alles besprochen wird Ach, echt? Das ist ja ulkig Freiburg hat ein Tor erzielt Oh ja So, was mache ich jetzt hier? Ähm Ähm Oh ja Ähm So still auf einmal Weil zwei Leute weg sind wahrscheinlich Und wir müssen jetzt hier extra unterhaltsam sein Und schaffen das nicht Das ist ein bisschen traurig eigentlich auch Ja, das spricht jetzt nicht unbedingt Für unsere Qualität als Entertainer Nee, überhaupt nicht eigentlich Aber was willst du machen? Wenn ich lustig werde, wäre ich ja bei Pete's Meet Ja, unser Stream ist Gott sei Dank ja gefüllt Also ich bin jetzt, ich sehe mich jetzt auch nicht in der Bringschuld Für eure beiden Streams jetzt irgendwas Unterhaltsames zu tun Sorry, also ich habe hier ein Zirkuszelt Mit Leuten drin und die Tür ist offen Und da stehe ich davor in Hut und Mantel Und sage, herzlich willkommen, hier ist der Peter von Pete's Meet Und du sagst, nee, also dieses Publikum Das muss ich nicht bespaßen Boris, willst du mir nicht sagen, was ihr da oben besprochen habt? Also wir haben nur uns ein bisschen interviewen lassen Mhm, zu zweit Ja Du siehst doch gerade, wie langweilig ich alleine bin Ich habe mal Bram, brauche dich dazu, um So, jetzt habe ich Nils doch gezogen Nils, mein Freund Was? Mein großer, krasser Freund, ja Ja Es gibt Sachen Es gibt Böses in der Welt Ja, ich weiß Das weiß ich ja Und das könnt ihr nicht zulassen, dass Peter nochmal gewinnt Das ist völlig korrekt Und Sepp, Maurice und ich wären bereit Jetzt alles aufs Kriegswirtschaftsum zu stellen Und in Runde 110 Peter voll rein zu flanken In Runde 110 Und währenddessen uns gegenseitig nicht anzugreifen Ja, also ich meine Wer bin ich, dass ich in der Allianz der Schändlichkeit aussteigen würde Ist natürlich ein bisschen gemein, alle gegen einen Ist mega gemein Aber Ich meine, du musst mit ihm jeden Tag, ne? Du musst mit ihm jeden Tag leben Kein Problem, da komme ich gleich, verspreche ich dir Von daher Runde 110 Runde 110 Da gibt es die Kriegserklärung Warte mal eben Achso, Entschuldigung Welche Runde haben wir denn jetzt? 94, ne? Also in 16 Runden oder was? Ja Genau Okay, Mann, dann Wo ist Peter denn eigentlich? Der ist links neben mir Aber du musst ja durch dein Gebiet stiefeln Ja, das macht ja gar nichts Hier, du kriegst es genau Du kriegst von mir jetzt schon Freundschaft verkündet schon mal Ja Der hat auch gerade meinen Spion gefangen genommen Und mir dann noch eine Warnung geschickt Und Das geht gar nicht klar Einfach mein Spion Der nix gemacht hat Ähm, ne Ja, ich bin dabei Ist doch klar Geil Ne? Okay, pass auf Jay Und jetzt ziehen wir Nils raus Und ziehen danach Peter rein Okay Ich sag gar nix Okay Okay, tschüss Nils Tschüss Du musst halt Punkte machen im Endeffekt Du musst Kostet mich das denn Oh, das ist ja alles Jetzt wurden die hier wieder gezogen Habt ihr das Feuer löschen können Was ihr machtet? Ich bin ja so dumm Ihr hattet doch auch Feuer, ne? Ach, wie kann man so dumm sein, ey? Betan Was? Ich mach manchmal einfach dumme Sachen Weil ich Fußball gucke Nebenbei Versuche Hier, weil der Peter sich weigert Lustig zu sein Für Rocket Beans Muss ich auch noch Meine eigenen Zuschauer bespaßen Ja, das find ich schon auch unterirdisch, ne? Also, so Ich dachte Unter Streamern hier Ist man Bumpel und so, ne? Ja Also offensichtlich Ist das ja Ist das hier anders Ich hab's auch nicht Für möglich gehalten Ja, ich mein Weißt du Unterschiedliche Streams Unterschiedliche Sitten, ne? Das ist halt Wir zeigen hier Dass GameStar und Rocket Beans Eng befreundet sind Ja Und Die Peats Ne? Also Hier vertreten von Pete Dem Pete Dem Pete Dem Ja So sieht's aber aus Ist jetzt gerade Peter und Brammen weg? Beide? Ja Ja Ah ja Interessant In der Tat In der Tat Jetzt hat Jetzt hat Brammen gleich mit jedem gesprochen Ja, man weiß Man weiß nicht, was er Äh Im Einzelnen erzählt Aber es wird wahrscheinlich Da drauf hinauslaufen Dass alle betrayed werden Also Sag das schon mal voraus Ist das denn überhaupt erlaubt? Ne, eigentlich nicht Nicht rechtens eigentlich Ja, finde ich eigentlich nicht gut Mir wurde gesagt Äh, du bist Jay Derjenige, der Was? Ne, ich bin Sepp Jay ist gerade Sepp Ach, der ist ja mit Brammen weg Stimmt Ach Gott im Himmel Ja Dann nehme ich alles zurück Dann sage ich Also, weil ich war kurz davor Dich zu beleidigen Aber dann ist gut Aber ich hatte dich ja zum Glück verwechselt Nein Ähm Alles gut Was mache ich jetzt? Zack Achso, warten auf Brammen Kann ich mir ruhig noch mal ein paar Sachen angucken Das nutze ich Die Zeit nutze ich jetzt Um mir ein paar Sachen anzugucken In meinem eigenen Reich Die ich allzu lang vernachlässigt habe Das ist aber auch nicht gut Ah, ich sage euch das Das muss man auch nicht tun Teilweise, ey Ah, das mache ich hier eigentlich alles Kokholm hat er es genannt Alter Bram, ey Ich will so ein bisschen nicht zugewiesen, du Arsch Die Handführer Hallo Hallo Hallo, ähm Wie geht's? Naja Naja Peter ist gut am Snacken Finde ich gut Geilen Apfel Da muss ich aber mal stärken Ich muss ja ein bisschen auf meine Gesundheit achten Hä? Was ist denn Beethoven mitten auf dem Meer gespawnt? Hä? Ist es dann vielleicht eher Beethoven? Alter Was hat der denn da gemacht? Guck Guck Alt, klar Keine Ahnung, was Ding geritten hat Oh nice, Peter Wir sind richtig krasse Freunde Gefällt mir Aber jetzt hier keinen Scheiß machen, Bram, ne? Nee Also Nur mal gucken Das wäre echt nett irgendwie Also weil Nur mal Cookie, Cookie machen Meine Leute verstehen da auch echt keinen Spaß Ach, den gibt es ja auch noch Echte Freunde Okay Ja, das ist alles nicht so gut Das kann man nochmal Da war er wieder Der Seufzer Ja, ich weiß nicht, was ich hier mit dieser Kackstadt machen soll Die ist immer noch Level 6 Das ist die zweite Stadt, die ich gegründet hab Die ist einfach Die ist einfach lost Ja, dann sag den Einwohnern doch, dass jeglicher Support eingestellt wird Und Ja, sollte eigentlich Sie alle sollen dann halt zusehen Wo der Pfeffer wächst oder so Man muss ja auch nicht jeden Fehler durchschleppen Also meinst du mal, ich soll richtig durchgreifen, ne? Ich bin der Meinung, man muss nicht jeden Fehler durch die Geschichte mitschleppen Ja, ist richtig Ja, da gibt es davon in meinen Kreisen zu viele Wobei ist ein Luxusgut? Können wir es kaufen? Das wäre geil Ich möchte jetzt ein Luxusgut kaufen Ja Ist schon weit von meiner Stadt weg Ja, das ist hier aber auch Was ist das hier eigentlich, was ich hier gebaut hab? Da geht eh nichts mehr Und das hier La, 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 la La, 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 la Oh, shit Oh Hey Geil, Skulptur So viele Künstler, ich brauche dich gar nicht angreifen Ich kann mich einfach platt malen und zuschreiben, ey Ich kann so viele Werke gar nicht unterbringen, das ist halt krank Hey Jay, hast du mal ganz was für mich? User left your channel User was moved out of your channel Ja, verdammt, jetzt sind schon wieder wir hier und müssen die Leute unterhalten Ja, aber Sepp ist diesmal mit dabei Das stimmt Oh ja Sehr gut Ich hab grad so einen richtig smarten Typen dabei gehabt, ey Der war Der hat richtig geballert gerade Ja Er ist ein richtig intelligenter Typ gewesen Der hat mir gerade ordentlich an Wissenschaft gebracht Aber ich glaube Man kann dann nur einmal Also ich weiß nicht, ob es so ein Konto gibt, wo das quasi geparkt wird Aber Wie hab ich denn nicht das Gefühl? Äh, meinst du Wenn du einmal Wissenschaft generiert hast? Genau Wenn du durch den Wissenschaftler 500 Wissenschaftler generiert hast? Ja, ja, das wird Dann auf deine, ähm, Technologie angerechnet, sozusagen Also du kannst ja oben, wenn du bei dem Technologiebaum bist Kannst du ja sehen, wie viel Wissenschaft braucht es, um etwas zu erforschen Ja Und, äh, du generierst so und so viel Wissenschaft pro Runde Und deswegen brauchst du so und so viele Runden, um das zu erforschen Aber wenn du jetzt 500 Wissenschaft addiert bekommst Mhm Wird das quasi Hast, machst du so einen Sprung Aber das bleibt, wenn ich quasi einen erforscht hab, der nur 100 hat Bleiben die restlichen 400 noch auf meinem Konto Und dass ich weiter durchforschen kann Also dann kann ich den 100er, dann kann ich noch einen 100er Hattest du danach noch eine andere Forschung ausgewählt, oder nicht? Äh, weiß ich nicht Ich würde sagen, ja, das bleibt Okay, dann muss ich mal kurz gucken Ah Aber das ist jetzt nicht 100% sicher Ach, das kann ich sowieso nicht machen Ich hab gar kein Geld Peter zwack mir mein ganzes Geld ab Ich kann keine zwei Bogenschützen Aufrissen auf Armriss schützen Das geht einfach nicht Okay Dann halt nicht Ach, jetzt kommt er hier schon angeschissen, ey Wann macht der Bram da eigentlich die ganze Zeit mit Jonathan? Scheint wohl mega interessant zu sein, ja Greifen die schon wieder an, ey Ah Da, 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 da Da, 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 da So Ich kann einfach Soxmauern, beiíem Das ist gut Da ist er wieder der Rennfahrer. Wer da unten gerade rumfährt, aber der hat auf jeden Fall den Auspuff, glaube ich, kaputt. Ja, wir müssen mal irgendwie gucken. Was haben wir denn hier? Ich habe hier eine riesige Missionarsflotte entdeckt. Oh oh. Von wem? Von Russland. Aha! Ich weiß nicht, sieht das irgendwer? Was genau? Rechts von mir auf dem Meer sind 5 Missionare und 2 2 Missionare und 4 Apostel auf dem Wasser. Das sind noch nicht so viele. Das heißt, Sepp sammelt irgendwo seine Missionare und Apostel um quasi für den großen Endstoß. Und dann überraschend bei mir, ja, ja, okay. Bist du da? Ich weiß nicht mal, dass du da bist. Also, Leute, die kann man doch jetzt geil am Wasser richtig schön niedermetzeln. Das sehe ich auch so. Oder? Das ist eine sehr gute Frage. Also, dafür muss man im Krieg sein. Ich würde es nur mal vorschlagen jetzt an der Stelle. Dass man das ja mal machen könnte. ganz viele Einheiten hier über den Teich, Peter. Was für Einheiten? Ich weiß nicht, ob die zu mir wollen oder zu dir. Ritter. Ja, Ritter. Ritter, Schmitter. Ritter, Schmitter. Dann mache ich doch mal das hier weg und mache stattdessen das. Jetzt haben wir ja alles abgegradet, was geht. Noch einen. Na, komm, dann gehst du mal da hin. Nils, du warst übrigens mal hinweg, als ich deinen Spion gefangen genommen habe. Ja, das war ein Missverständnis. Das ist absoluter Bullshit. Das sagst du. Ja. Da fehlen dir jetzt natürlich jegliche Beweise. Weil mein Spion hatte eine Giftkapsel im Backenzahn. Ne, der ist in meinem Gefängnis tatsächlich. Ja, guck noch mal nach. Der hat gepänt. Guck noch mal nach. Ich habe mich den nicht gefangen genommen. Ich dachte, ich hätte ihn gefangen genommen. Ne, ne. Ich möchte mich entschuldigen dafür. Das war tatsächlich nicht in Ordnung von mir. Und ich verspreche, dass ich meinem nächsten Spion sage, er soll besser aufpassen. Ja, und du dem dann auch jemand anderen schickst. Ja, ja, genau. Also. Ne? Ich möchte jetzt auch nicht unnötig deine Gefängnisse. Ich meine, wir wissen alle, dass in deinem Volk Kriminalität relativ hoch ist. Vieles Armutskriminalität. politische Gefangene und so, da will ich nicht zusätzlich noch einen Raum belegen jetzt bei dir. Besser ist das. Warum? Ich habe gerade übrigens meinen ersten Schriftsteller bekommen. Interessant. Wie hieß sein Buch? Hilfe, ich will hier raus. Peter, lass da mal ganz kurze Zeit drüber reden, über den Schriftsteller. Okay. Ey, das ist ja, ich habe noch nicht einmal irgendjemanden ins Separé gebeten. Ich habe das Gefühl, hier wird an mir vorbei intrigiert. Du bist ja alle die ganze Zeit am Quatschen, ey. Ach, ich wollte dich. Und irgendwie ist immer Bram darin verwickelt. Ich weiß nicht, was da los ist. Tatsächlich, war. Er fühlt sich wahrscheinlich mit jedem, dass jeder sich gegenseitig wegmacht, damit er da wie der Phönix aus der Asche hervorkommt. Hm. Ich sehe das schon. Okay, Leute. Schon wieder Halbzeit hier beim Fußball. Was schreiben denn die Jungs? Huch. Warten auf Bram. Ach, Bram ist schon wieder da am Quatscheln, ey. Keine Ahnung, was der wieder hat hier. Was immer maulender da warten muss? Na, 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 na. Ey, wie könnt ihr eigentlich sehen, wer wie viel Technologie in uns und so schon erforscht hat? Wenn du auf Technologie gehst, oben links, diesen Technologiebaum öffnest, ja. Ah, anhand dieser Figuren? Und dann hast du unten, genau, unten hast du die Figuren und die Leiste. Und wenn da die drei steht zum Beispiel, wo Peter, du und ich dann sind, dann sind wir auf der gleichen Ebene von der Weitigkeit her und halt Achso, nee, ich meinte, weil Maurice halt weil Maurice vorhin genau die Anzahl gesagt hat. Das ist wieder so ein Götter-Event. Auch wieder so ein geiles. Wenn du auf die Weltrangliste gehst, kannst du bei Wissenschafts-Sieg und dann über die Spiele havern, da steht dann, wie viel sie erforscht haben und wie viel sie pro Runde an Wissen generieren. Und das hast du tatsächlich dafür jedes, für jede Metrik. Du siehst auch wie viele Touristen und beim Kultursieg und wie das Militär aussieht, äh, genau. Ach so. Ja, wir sind ja alle derbe weit auf. Bis auf Christina. Christina ist ein bisschen abgeschlagen. Deshalb will er sich wahrscheinlich auch überall reingeiern. Ja. Weil er nämlich sowieso als Erster draufgehen würde, wenn es zu einem Fight kommt. Ja, aber es ist doch okay. Ich meine, es ist ja nicht so, dass uns das nicht nutzen würde. In a way. Ach, jetzt kommen da auch noch so fette Viecher, ey, ich rass da raus. Ey, die Barbaren, wenn du die nicht wegmachst, dann hast du aber immer Party mit denen, ne? Ja. Das ist echt so. Die wissen, wie man feuert, die Boys. Pff. Hallo. 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 You fool. I love you. Enjoy the joyride. So, jetzt ist es immer Feierabend, hier gleich. Worauf gehen wir denn hier? Boop, 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 chipp, 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 chippe und chäpp. Den Bösen geht es schlecht. Ey, übrigens, Maurice, ne? Ja. Ich war ja einer der Ersten, der damals deinen geilen Tweet geliked hat, ne? Wollte ich nur mal sagen. Das stimmt, das stimmt. Du hast bestimmt sehr viel dazu beigetragen. Ne, das glaube ich nicht. Aber ich wollte nur sagen, ich war Early Adopter. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Als, äh, der Welt, als Deutschlands führender Gummibären-Influencer, ähm, heiße ich das gut. Und wie ist das? Hat sich dein Leben danach jetzt verändert? Weniger, als ich gedacht hätte, tatsächlich. Was ich ein bisschen enttäuschend fand. Ich esse nicht mal mehr Gummibären als vorher. Aber vielleicht... Ich wüsste nicht. Du bist bemustert jetzt oder so? Geil. Hm? Bist du irgendwie bemustert jetzt, oder? Ich glaube, ich wäre es, wenn's noch von den Gummibären irgendwas zu bemustern gäbe. Man ist halt auch nicht gerade die beste Influencer, sag ich mal, der beste Influencer-Bereich, den man sich aussucht mit einer 30 Jahre alten Zeichentrickserie. Ich glaube, wenn ich der führende Star-Wars-Influencer geworden wäre mit einem Tweet, dann hätte ich jetzt, könnte ich mich vor geilen Star-Wars-Merchandise-Sachen gar nicht mehr retten. Und das wäre natürlich ein cooles Leben. Nee, du musst es mal anders sehen. Gerade diese älteren Franchises, wo noch Leute hinterstehen, die noch mal abkassieren wollen, die sind bereit, dir zu helfen. So, Star-Wars hatte ich nicht nötig. Das ist Disney. Das stimmt natürlich. Aber es ist ja gerade Disney. Also, früher war Star-Wars ja nicht Disney, ne? Das ist korrekt. Aber es war immer noch Star-Wars. Und das ist richtig. die Erkenntnisse weiterzuführen. Lalalalalalalalalala. Als ob die mich jetzt hier raiden, diese scheiß Barbaren. diese scheiß Barbaren. Nanananananana. Tja. Muss mich ja irgendwie festlegen. Hallo Nils, ich bin wieder mit dir im Separee. Hi. Hi. Na? Na? Wie sieht denn deine Truppenproduktion aus mit dem Ruhrgebiet? Das kann nicht angreifen. Und der Big Ben auch nicht. Naja, also ich bin ja glaube ich derjenige, der hier sich am ehesten zurückgehalten hat auf dem Schlachtfeld des Wunderbaus. Und ich hab immer noch 494 und damit ja, fast die gleiche Armeestärke wie Frudi. Ähm, also ich muss mich ja nicht verstecken. Bram, der den Konflikt angezettelt hat, hat weniger Armeestärke als ich. Also ich denke, ich hab eine schlagkräftige Truppe, was man nicht vergessen darf. Ich verfüge über Veteranen. Ähm, die sind knallhart und ähm, außerdem äh, bin ich auch, was die Taktik angeht, äh, den anderen ja auch nochmal äh, was voraus. Also du bist quasi auch so eher, ich sag mal, halbherzig bei dem Plan des Brams dabei. Nee, hab schon, ähm, und des Morises. Ich hab schon verstanden, was sich hinter deinen Worten verbarg für einen Vorwurf. Das ist natürlich Quatsch, weil ich hab, äh, ich bin dabei, meine Truppen, äh, auch zu modernisieren. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ich hab hier gerade, äh, zwei Bombarden errichtet. Ähm, ich habe gerade die Terrakotta-Armee gebaut, wodurch ich meine Armee nochmal, ähm, mit Erfahrung, äh, versorgen kann. Also wenn das nicht sich für den Krieg rüsten ist, dann weiß ich auch nicht. Aber ich möchte lediglich sagen, ich vertraue meiner Armee, die seit Jahrhunderten im Felde steht. Man muss hier nicht irgendwelche frischen Rekruten aus den Haushalten, ähm, ziehen, ihren Müttern und Vätern, äh, vom Essenstisch die, die Gören wegzerren und sie auf dem, ähm, Marschierplatz auf, äh, marschieren lassen. Nee, nee. Deine Kriegswagen sehen aus wie Bollerwägen. Was? Ich hab keine Kriegsfähigen sehen aus wie so ein Bollerwagen. Ja, aber das ist doch völlig unnötig, dass du mir jetzt so über meine Armeen redest. Also, ich... Ich bin da nur neutral. Ich frag halt nur, was die Bollerwagen gegen irgendwelche Mauern da, äh, machen wollen. Aber das heißt ja, deine Bombarden. Ich wollt grad sagen, ich habe doch die Bombarden und die, äh, werden auch nicht Bombarden gehen. Puh. Okay. Ja, gut. Ja, gut. Äh, dann, äh, bin ich ja mal gespannt, wie du dann in Runde 110, äh, den großen Peter angreifen willst. Äh, ja, der selbsternannte Peter der Große, das ist doch auch, also wirklich... Peter der Große ist, äh, Sebastian. Ja, das ist ganz lustig, ne, dass, äh, dass es eigentlich völlig vertauscht ist, aber... Ja, ja, okay. Na gut, okay, 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 ich entlass dich mal wieder. Äh, ey, dankeschön. Serenstadt, wenn ich sie jetzt umbenennen könnte auch, um hier quasi einen, einen Gegensatz zu bringen. Aber kannst du nicht? Kann ich leider nicht, nee. So. Ich könnte das Militär von Akkad ausheben und ihnen befehlen, die Stadt zu stürmen. Wobei, wir haben, glaube ich, Freundschaft erklärt. Das heißt tatsächlich, äh, mir die diplomatischen Respektsgesetze, dass ich das auch noch tolerieren muss. Ja, ich weiß. Was? Sein Leben ist echt hart gerade. Es tut mir auch zu drei bis vier Prozent leid. Ja, das glaube ich dir. So klingst du. Ah, die habe ich da gleich, die Boys. Endlich. Das ist ja schwer ein Abgehauen. Ja. Gibt's auch gar nicht. Lalalalalalalala. Oh, das ist auch nicht schlecht, aber. Und Peter hat auch angefangen, um mit Touristen zu bekommen. Interesting. Wo habe ich eigentlich jetzt? Ja, der Kultur-Dude, äh. Ich zack zwar auch ein paar Touristen, aber ich habe das Gefühl, dass Peter das irgendwie ein bisschen stärker hat. Das ist halt echt das Beste. Nicht einmal in diesem Game bin ich auf Kultur gegangen, aber irgendwie. Ey, du warst die ganze Zeit Wunder, Peter. Das ist halt Kultur. Ja. Das stimmt. Also, Wunder sind schon nicht so oder. Und gibt's auch immer wieder. Shit. Wo kriege ich das denn? Wunder gibt es immer wieder. Oh, ist nicht mehr viel Zeit. Ei, ei, ei. Muss ich mich ein bisschen beeilen. Hallo. Hallo. Oh shit, oh shit, oh shit. Wo ist der Führer Schottlands? Er hört zurück. Oh Gott. Ich hoffe, die Reise war erfolgreich. Die Bramme voll am Speichel lecken ist voll nice. Nachdem diese Unfall, die Stadt ist ja immer noch nicht umbenannt, die heißt ja immer noch so. Oh, tut mir leid, das wird jetzt passieren. Ja, ja, ja. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, ich habe Tornado direkt über bei der Stadt. Die rippt ja alles. Oh, die shit das hat. Oh, was kostet das denn? Oh, nicht verarschen, ja. Watt. Achso. Hm, hm, hm. Ist okay. Ist okay, ist okay, ist okay. Kann ich mitleben. La 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 la. Mach die Penner mal endlich platt. Ja. So, kann ich das denn bauen? Nope. Hm. Okay. Oh. Ja, das kann ich da bauen. Hm. Hm. Oh. Oh, 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 oh. Ja, mach das doch. Oh, das ist ausgelaufen. Ausgelaufen ist nicht gut. Was ist ausgelaufen? Alles ist ausgelaufen. Ja, was bedeutet das? Ich glaube, das möchtest du nicht wissen. Doch. Wäre ich so sein? Doch, ja. Würde ich gern. Möchte bald. Sehr schön. Ah, das ist ja auch so lächerlich. So, den Namen finde ich schon deutlich besser für die Stadt. Ja, gerne. Sehr gut. Hm, hm, hm. Lalalalalalalalalala. Cheat, ey. Meine Hand hat ja gar nicht richtig zu tun. Alter, du hast schon das Ruhrgebiet. Halleluja, ey. Ja. Klar. Das könnt ihr halt. Mit wem redest du? Wer war's? Maurice oder Nils? Einer von den beiden drüben auf der Insel. Der Insel? Ja, auf der anderen Insel. Ja, auf der anderen Insel. Also, ich bin hier am Arsch der Welt. Ich weiß ja nicht mal, wo ihr seid. Ich hab euch ja nicht mal gesehen bisher. Ich bin weit, weit weg. Wo mich niemand findet. Das war mir wichtig. Was auch wichtig. Ein Wald ist nachgewachsen. Das ist doch schön, wenn das Wunder des Lebens sich verbreitet. Mir auch. Die Barbaren, die ficken mich hier so. Warum machen die das? Ah, weswegen mach ich das denn jetzt? Das kann ich nicht bringen. Was hab ich da? Das ist alles so voll. Alles schon so voll. Aber ich brauch... Brauch das mal. Oh. Eine Riesenchance beim Fußball. Oi! Hat er nicht gemacht. Mach das jetzt da. Brauch das jetzt. Ähm... Du machst mal... Man. Wohl doch. Du könntest das mal machen. Kostet alles Geld. Kostet alles Geld. Dann machst du das halt nicht. Kostet alles Geld. Kostet alles Geld. Aus. Hast du eigentlich die ganzen... Kultur-Leute noch im Blick? Äh, Religionsleute noch im Blick, Maurice? Äh, die haben sich jetzt tatsächlich verstreut übers Meer. wie so ein wespennest aber ich sehe noch eine sie bursteln immer noch hier über das über das meer herum irgendwo gelandet da ist ja schon wieder ein neuer kommen das ist ja nur noch lächerlich das ist ja nur noch lächerlich ach so aber das ist ja nur so ein tut na das soll mir egal sein gefährlich gefährlich die weltlage ist angespannt es ist voll krass dass wir schon über fünfeinhalb stunden am spielen sind ja das vergeht das geht recht schnell dieses spiel ist unglaublich was das angeht ja hatten die schon allerdings muss man sagen durchaus weniger action als letztes mal ja es ist alles ein bisschen weitgehend alle stadtstaaten abgearbeitet da 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 noch gilgamesch verursacht schon co2 ausstöße ja das liegt an der ernährung meines volkes weil die kohle essen ne die verbrennen kohle aber die essen halt ich glaube der gags klar geworden der weltkongress mal wieder diesmal versuche ich gar nichts wisst ihr stadtstaaten sind doch alle tot oder komm lass mal religion stadtstaat weg machen das finde ich eine gute sache ok das war ja wahrscheinlich schon alle sowieso alle stadtstaaten doch tot oder aber mh 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 kacke und über den ah da Wer von euch ist denn so an der Küste? Wer kann denn von den Überschwemmungen profitieren, die ich zu verantworten habe? Überschwemmungen würden mich schon nerven. Schottland wird davon wahrscheinlich hart getroffen werden. Oh, Campus wollt ihr richtig ballern? Ja, das find ich auch okay. Da hab ich noch nicht viel, da kann ich noch ein bisschen was bauen. Hä? Was? Krass. Krass, krass, krass. Brrrrack. Ich bin Rapper nebenbei, falls ihr euch fragt, was ich hier... Ich Rapper nebenbei noch ein paar... Gut gerappt. Ein paar Raps noch. Fertig. Oh, finally. Oh, endlich. Oh, ey, der 42.000-jährige Barbaren-Krieg. Hast du ihn, hast du ihn überstanden? Ja, ich hab ihn überstanden, glaub ich. Sehr gut. Glaub ich hab ihn überstanden. Bei mir greifen die immer noch an. Die rennen jetzt einfach durch mein Land. Da sind sie wieder weg. Da sind sie wieder weg. Hier, shit. Da, oder? Nee. Doof. Alles doof. Schon wieder eine Kriegsserie gekriegt. Okay. Das schwedet das ein bisschen. Zack. Also nein. Da vielleicht. Boah. Krasse Scheiße. Scheiße. Ach, was sollst du noch mal machen? Okay, du wartest. Ah, halt. Da. Ah, da muss auch was passieren hier. Nein, Dani, cool. Ich grüße dich nicht. Ich finde es nicht cool, dass du den Chat hier jetzt voll spammst. Ich möchte bitte, dass du damit aufhörst. Lass das bitte nach. Das ist sehr unhöflich. die renaissance das ist geil die renaissance 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 oh 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 die renaissance die renaissance so, so die renaissance die renaissance die renaissance das land die renaissance 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 das ist echt die renaissance die renaissance die renaissance die renaissance die renaissance wo wir Peter ist die renaissance 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 1,2, 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 1 Das war so. Ja, sieht schon ein bisschen besser aus. Das dauert auch noch einen kleinen Moment. Was war das? Was, das ist alles? Nee, das kann doch nicht sein. Aber die Sekunden laufen ab, ja dann macht das halt. So Leute, ich muss mal eben kurz für kleine Brauereipferde... Oh, das ist aber nicht so gut, aber viel. Was? Brauereipferde ist viel. Ja, aber ich hab ja gesagt ein kleines. Oder was? Mach doch ein kleines Pferd. Klingt jetzt irgendwie falsch. Äh, du weißt, was ich meine. Wo hat einer seine Einheiten geopfert? Nee, keiner hat seine Einheit geopfert. Alles klar. Ey, das ist... Ich weiß nicht, was das ist mit diesen Einheitenopfern. Ich kann sowas nicht gut. Da muss man auch schon sehr unmenschlich sein dafür. Oder? Ja, ne? Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ey! Alter! Ey, wüsstest du mich... Wieso? Nein! Ah! Was ist hier los? Du hast doch noch... Ach, der andere aber nicht. Ah! Okay, okay, okay. Verstehe. Du hast doch noch alle anderen. So. Ich brauche ein bisschen mehr Kohle, Leute. Das wäre ganz gut. Das geht auch. Aber ich mache natürlich ihr. Ja, ich weiß. I know, I know. Okay. 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 Und die, Sie können sich die Kc oberen. Die Kc das nicht 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 immer, wenn sie Oh, ihr wartet schon auf mich? Obwohl, ich wollte ja gleich noch mal. Ei. Okay, ja. So, jetzt wird es hier tatsächlich allerdings etwas bedenklich, was hier Russland tut. Russland ist an meiner Küste mit Bergen von Missionaren aufgetaucht. Ja, ihr habt die aufgescheucht. Ich weiß nicht, ich habe die da super friedlich auf dem Wasser gehabt und dann habt ihr die aufgewuselt mit euren Schiffen. So, 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 so. Hm, hm. So, so, so. So, so, so. So, so, so. So, so. Habt ihr halt auch, seit bei euch so warm geworden ist hier, ey? Das wird richtig. Ja. Puffi, ich mache jetzt mal meinen Ventilator an. Also, sorry, wenn es hier ein bisschen, wenn es hier ein bisschen windig wird hier in meinem Mikro. Oh, geil. Oh, ja. Oh. Uh. Hallo, Kumpels. Hi. Wie ihr da? Ich muss mein Kopfhörer aufsetzen. Das höre ich euch nicht. So, ah, lieben. Was geht ab? Alles. Ja. Beine hat. Außer Tische und Stuhl. So, nächste Runde. Ach, warten auf Sepp steht er hier. Ja, warte, weil jemand mal gerade gemerkt hat, dass er total dumm war, weil ich hier geklickert habe. Dann soll ich mich ja nicht beeilen. Dann kann ich ja direkt weitermachen drücken. Ja, hallo, Chat. Hallo, Leute. Da ist er wieder, ja. So. Heide GDL. Oh, heftiges Unwetter, Leute. Ach, was. Eins zu, eins zu. Da habe ich, ja, da kann ich so. Buris. Jawohl. Ich habe dir ein für uns beide eigentlich sehr gutes Angebot geschickt. Oh. Ressourcen, Ressourcen. Ja, das nehme ich doch gern. Ja, da kann ich echt auch drauf schmeißen. Oder? Ja, jetzt fängt er hier an, meine Städte zu bekehren. Was soll denn das? Ich glaube, das macht man so, oder? Das, äh, ist natürlich eine Dreistigkeit. Wer geht man denn am besten auf sowas? Nils, um Hilfe bitten. Was? Was möchtest du? Äh, an meiner Küste sind Missionare gelandet. Ernsthaft? Ja, die sind auch schon bei dir. Guck dir das an. Der ist bei N'Gasagamu. Oder wie deine Stadt auch heißt. Okay, ey, jetzt gibt es richtig auf die Fresse. Warte. Ja, warte, warte, warte. Bei Ungu oder Ungu? Bei der, die neben meinem Stadtstaat da steht. Alter. Sepp? Hm? Zieh die ab. Wo? Aus meinem Gebiet. Komplett aus meinem Gebiet. Möchte ich bitte, dass sie verschwinden. Ich glaube, du wirst auch tatsächlich darauf achten müssen, in meinem Gebiet, dass er dir die Städte nicht wegschnappt, die du dir missioniert hast. Im Schweiße deines Angesichts, wie ich anmerken möchte. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, das wäre ja auch jetzt aus deiner Sicht totaler Quatsch. Deswegen jetzt Krieg anzuzetteln. Wieso? Das ist richtig. Wie, wieso? Was gibt es denn dazu wie Sohn? Ihr seid doch weit weg von ihm. Ja, aber er will hier, er kommt hier mit seinem, äh, mit seinem Ketzer. Und meine Leute kommen auf dumme Gedanken. Was ist das denn bitte für eine Scheiße? Machen die jetzt, gehen die jetzt Riot? Naja, Sepp muss langsam anfangen. So lange Zeit hat er jetzt auch wieder nicht. Die gehen ins Riot, ja. Da fängt ja auch an, ich sehe es, bei dir Sachen zu konvertieren. In Bad Tibira hat er gerade was konvertiert. Das ist, der verarscht mich. Ich habe gar nichts geklickt. Ja, das möchte ich jetzt aber mal hier sagen. Oh, okay. Alles klar. Ich habe schon auf Weiter gedrückt. Okay. Bei mir steht Warten auf Bram. Also, ich habe hier gar nichts. Entschuldigung, ja, ich brauche noch ganz kurz. Das ist schon fast ein Affront. Muss ich echt sagen. Hätte ich nicht erwartet. Wenn du noch Glaubenspunkte hast, Nils, dann, äh, mach am besten, bereite ein paar, äh, tapfere Gegenmissionare vor. Damit er dich nicht kriegen kann. Denn solange du stehst, steht die Welt. Genau. Dankeschön. Vielen Dank. Jetzt kommen die original Nämlich echt Echt unangenehm. So. Leute. 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 Das bringt ja gar nichts. Das bringt ja gar nichts. Ach, Jay, Jay, Jay. Ja bitte, was kann ich für dich tun? Ich sage dir. Wenn man so viel Zeit hat, zieht man so viel auf dieser Karte. Ich zieh dich mal. Das interessiert mich jetzt, was du meinst. Oder möchtest du das allen erzählen? Nee, nee, nee. Das ist nix, was ich allen erzählen muss. Okay. Dann zieh ich dich mal. User left your channel. User was moved out of your channel. Der Weltkongress war wieder. Was ist denn hier wieder? Der Pete Smeet wurde von einer Naturkatastrophe heimgesucht. Wir sollten beim Wiederaufbau helfen. Stimm ich zu. Oh, Geldgeschenke an das Ziel. Ja. Ja, klar, Alter. Peter, mein Freund, natürlich mache ich das. Ja, mein Freund. Ich bin nicht geneigt. Ich bin dafür. Peter, mein Freund, Wieso wollt ihr mir nicht helfen, was soll das? Außer Sepp. Hm? Das war's? Schweine, ey. Bei mir ist jetzt noch warten auf J.P. Smeet. Ich weiß nicht, ob er gerade wartet, weil er mit Bram quatscht. Ja, wahrscheinlich. Oh nein, Überschwemmung. Ach komm, fick dich doch. Nicht so grob. Als ob. Wie abgelehnt. Oh, war's auch. Das ist aber nicht in meinem Sinne jetzt gewesen. Ja, 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 ja. Alles klar. Natürlich. Peter, tut mir leid. Ich hätte dir gerne geholfen. Ja auch. Ich bin auch mittlerweile dafür, dass du gewinnst. Warum? Einfach, damit die anderen die Scham haben, zweimal auf den Religionsträger eingefallen zu sein. Okay. Das wäre in der Tat ziemlich traurig. So, was willst du jetzt? Scheiße. Äh. Mein Spiel ruckelt gerade übelst hart durch diese Überflutung. BTF. Das geht noch. Oh, nö. Ich kann gar keine Handwerker mehr kaufen. Wie kacke ist das denn? So angenehm. Hey, das ist nicht okay, was du da machst, ne? Sepp. What denn? Ja. Ach, du bist blau-orang. Ach, hör doch auf jetzt. Nee, ich wollte nur zu weiß. Nee, jetzt ernsthaft. Wenn du das nochmal machst, muss ich dich komplett vernichten. Ja, nee, ich weiß. Ich verstehe. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob du das weißt. Oder ob du nochmal vielleicht eine kleine innerliche Lektion benötigst zur Erinnerung. Nee, nee, nee. Deine Farbe, respektiere ich, will nur die weiße Farbe hier reinwaschen. Die hat nämlich definitiv die falsche Religion. Ach so. Wer ist denn die weiße Farbe? Das bin ich. Das heißt, äh. Ja, ehrlich gesagt, äh. Ich meine, äh. Nils muss dann sein eigenes Land natürlich bewahren. Sepp gewinnt ja erst, wenn alle konvertiert wurden. Da, da sehe ich mich, äh. Nicht erpflichtet? Ja, vor allem als Spielball. Davor wurde ich ja konvertiert von dir. Also, es bringt ja halt auch nur Gutes, ne? Alter, zieht da deine Armleuchter da von meinem Gebiet. Das ist doch. Boah. Mein Ventilator ruckelt nicht. Also, mein Spiel ruckelt gerade so heftig. Ah. Warum? Mein Rechner ruckelt nicht, oder? Nee. Ich habe jetzt 10 FPS gerade. Nice. Dann kannst du mal die Überschwemmung da wegmachen. Ich glaube, die ist schuld. Shit. Das ist ja so lächerlich. Frage ist natürlich, Peter, warum lässt du denn eigentlich Sepp überhaupt gewähren? Ihr seid doch direkte Nachbarn und du könntest ihn einstampfen wie eine Sekte. Geht. Einfach sehr lustig. Peter ist von Anfang an auch ein Supporter dieser Religion gewesen. Das ist wie ein Sieg für uns. Für alle. Wieso habe ich eigentlich... Also, keine Ahnung, was hier abgeht, aber ich hoffe nicht, so und es wird weg. Das ist so dumm. Ach. Ersep. Wir müssen mal quatschen. Ich habe doch mal eine Frage an dich. Ja, Bram, du bist eigentlich die ganze Zeit nur am quatschen. Kann das sein? Ja, ich... Bist du langweilig? Ja, gerade ist mir noch ein paar Runden langweilig, ja. Ach komm, da ist noch mehr Überflutung. Du musst ja nicht, du musst ja nicht. Ja, ja, machen wir. Komm. Gönn dir. Ich hoffe, mein Spiel leckt jetzt nicht mehr. So, was mache ich hier eigentlich? Ich könnte auch da reingehen. Dann noch da oder so. So, Leute. Jetzt müssen wir nochmal richtig konzentriert sein. Und nochmal richtig Gas geben. Ja, voll. Das ist hier eigentlich ganz... Ich hätte ja am liebsten das. Ach, kann ich gar nicht. So, muss ich das nehmen. So, muss ich sagen. Das ist doch gar nicht schlecht. Was sind die? Dann machen wir doch das. 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 Das ist doch gar nicht schlecht. Das ist doch gar nicht schlecht. Nils, hältst du denn zumindest deine Zivilisation religiös? Ja, schwierig gerade. Wie sieht es denn bei deinen Städten aus? Gehören alle Städte dir? Nee. Dann wird es schwierig. Ja, das stimmt, aber ich werde jetzt, wenn Sepp noch einmal kommt, auf jeden Fall, werde ich ihm auf jeden Fall den Krieg erklären. Aber ich versuche jetzt, ich versuche gegen, ja, wenn du noch einmal kommst mit deinem Protestantismus, dann bist du auf jeden Fall, du hast die Saat des Dösen gesät, aber. Hör, ich war doch nur bei Maurice. Alter, du hast voll bei mir gepumpt, mein Freund. Was? In welcher Stadt? Überall. Nee. Nee, 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 nee. Diese Runde habe ich keine Stadt von dir missioniert. Diese Runde. Ja, aber davor. Ja, davor hast du gesagt, hör mal auf und dann habe ich gesagt, okay, ich höre auf. Also, ne? Ich halte mich an mein Wort. So. Nämlich. Nur Maurice. Der hat es nämlich verdient. Womit? Ja, du bist einfach der größte Heide, ey. Du musst mal gezeigt werden, was der richtige Gott ist. Das bin ich wohl, das gebe ich zu. So. Wieso kriege ich hier in dem Game nicht mehr als 10 FPS? Das ist doch scheiße. Hardcore belastend. Guck mal eben bitte, Maurice. Oh ja, das finde ich doch gut. Das kann ich da jetzt hinbauen, oder? Ich glaube, Bram möchte einfach mit Jonathan reden, habe ich das richtig verstanden. Ja, schein's so. Ey, das kann doch nicht sein. Was ist hier los, Rechner? Ist nicht mehr klar, oder was? Wie sehe ich schon hier zu krass geworden? Oh, oh. Und Cut wurde besiegt. Ja, nimm mal. Der Missionar von Sepp muss da weg. Wo denn? Ja, da, Anakad. Und auch, du, also, wenn du durch mein Land reist, eventuell könnte ich das noch, okay. Aber, also, da sind jetzt mindestens fünf Missionare auf meinem, ähm, Gebiet. Und ich muss ganz ehrlich sagen ... Gib mir eben eine Sekunde, ich hab leider auch nur 8 FPS. Ja, 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 ich sag nur. Also, wenn du da ... Du könntest natürlich jetzt alle auf einmal zünden. Und, äh, ich hoffe, dass du dich an dein Wort hältst, weil sonst muss ich dich tatsächlich einfach ... Nein, 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 nein. Ermorden, ja? Ja. Ich merke Ehrenmein. Ah, gut. Gut, gut. Dann schauen wir mal. Hm, kacke, ey. Ja, sagst du was, Sebastian? Kann ich, kann ich einfach die Grafikeinstellung umstellen und dann, dann ruckelt das hier nicht? Ich kann das das Spiel oder so nicht weiterspielen, das ist auch kacke. Leistungsauswirkungen. Oh, mal runter. Bestätigen. Ich hoffe, jetzt hat er keinen Schluck auf. Das kann doch nicht sein, dass das hier nur ... ... ne Frame-Party ist. Gucken, was hier passiert. Ich glaube, mein Spiel ist abgestürzt. Kann ich einfach nachjoinen? Äh, bestimmt. Okay, müsste dann wieder pausieren, aber es könnte sein, dass die Lobby dann wieder im Sack ist, ne? Also, wenn's bei ihm nicht mehr geht, müssen wir irgendwas probieren. Oder wir warten kurz. Ich weiß nicht, ich hab gerade die Grafikeinstellung umgestellt, weil ich hab halt nur so 5 FPS und damit kannst das Spiel halt kaum spielen. Ich hab mal pausiert. Und ... Oh, pausieren ist gut für mich. Dann kann ich kurz auf die Lille gehen. Das stimmt, ja. Peter freut sich über jede Pause. Dann hat er quasi beim Umstellen der Grafikeinstellung einfach diesen Schluck auf, den er gerade hat, wieder bereinigt. Weil alles andere, was ich ausprobiert habe, hat nix gebracht. Hm. Aber ... Über das Bestätigen-Fenster bin ich noch nicht hinausgekommen. Ich hab immer noch 7 FPS, das kann doch nicht sein. Aber mein Rechner ist null ausgelastet hier. Tja. Hm. Was macht man da? Ja, spiel mal mit 8 FPS weiter. Ist ja nicht schlimm. Bin ja nicht im Krieg. Ich muss ja hier nix machen. Kannst du auch reconnecten, Alter. Ja? Okay, Jay, dann pausierst du kurz. Ist pausiert. Ich hab Zeit, Zepp. Also, ich connecte mal ganz entspannt. Dein Hauptmenü geht nämlich wieder normal. Wir werden neu laden müssen. Warum? Weil trotz der Pause gerade sich selbst Einheiten überall bewegt haben. Ah, verdammt. Dann müssen wir neu laden, ja. Okay. Trotz Pause, richtig. Ist lustig, weil die Einheiten, die sich bewegt haben, kann das sein, dass es die Missionare waren, die sich von meinem Gebiet verzogen haben? Ja. Oder dem Gebiet näher gekommen sind. Nee, nee. Okay, sollen wir rausgehen, oder wie? Oder was jetzt? Ja, ja. Der Server muss neu gemacht werden. Okay. Geh' ich hier mal kurz auf meine... Spiel's? Hallo, Leute. Oh! Na? Zack, zack. Komm, wir starten das jetzt einfach mal komplett neu. Zum Hauptmenü. Zum Hauptmenü. So. So. Wie steht? Alright. Geil. Was geht bei euch so in meinem Chat? Was sagt dein Chat so, Nils? Hallo, sagt er, hallo. Dieses ganze Spiel kann ich überhaupt nicht mit dem Chat irgendwie reden. Ich kann ihn nicht lesen. Es ist alles so... Es ist ein sehr ruhiges Spiel für mich. Beim letzten Spiel hab ich durchgehend geplappert. Mich immer wieder gemutet, um dem Chat zu erklären, was ich tue. Ich übernehme das, glaube ich, ganz okay. Ja, glaube ich. Und der Rest auch. Mir fehlt's nur ein bisschen, ehrlich gesagt. Ich labere die Leute zu in den letzten zwei Stunden. Ja, dann labere uns doch auch mal voll, Bram, hier. Ja, das geht ja nicht. Nee, geht ja nicht. Warum geht das nicht? Das geht nicht. Talk doch mal so truß. Wenn du eine Audienz mit mir haben möchtest, kannst du das gerne haben, ne? Ja, aber da kann ich ja trotzdem nicht den Chat lesen. Das hilft mir ja auch nichts. Ja, das stimmt. Okay, ich bin da und hab immer noch nur einen FPS. Willst du mich verarschen? Hallo? Ah, bei mir geht's jetzt. So, okay. Okay, was ist das für ein dummer Fehler? So, Leute, ich hab mich immer gemutet eben. Hab ich volle FPS, wenn ich J-Join, ne? Da hat das Spiel auch neu. Hab ich gerade. Das ist ja der Clou. So, ich bin mal kurz raus. Leute, was geht bei euch? Was schreibt ihr denn? Kann Nils überhaupt noch gewinnen? Auf was spielt er denn jetzt? Ich spiel auf Sieg. Greift Bram an? Nein, das kann ich nicht machen. Wieso hat der BVB11 nicht bekommen? Ich hab's nicht gesehen, Leute. Ich hab... Nils, die Zeit läuft ab. Du musst mehr Gewalt einsetzen. Ja, das stimmt. Sepp gewinnt gleich. Tatsächlich möglich. Tu was gegen Sepp. Ja, ich muss Sepp gleich angreifen, glaube ich. Es ist leider nicht anders möglich, ne? Er ist sehr frech. Bisschen wenig Goldwirtschaft, oder? Ja. Ich müsste eigentlich mal seine Missionare alle platt machen, ne? Müsste ich tatsächlich eigentlich machen. Tja, ihr wollt Krieg sehen, ich weiß. Ich geh mal wieder zurück. Was geht ab bei euch, Jungs? Bei dir, dass du noch beitrittst irgendwie. Ja, bei mir auch. Ich glaub, ich mach mal neu abbrechen. Irgendwie scheint das nicht zu funktionieren. Mal gucken. Ah. Jawoll. Ich bin da, ich bin ready. Das sieht gut aus. Sweet. Ich glaub, diese Überschwemmung, die hat irgendwas bei mir kaputt gemacht. Okay. Okay. Er ist late. Ich dachte gerade, hä? Nope. Oh Gott, die Leiste. Okay, Spiel, gib mir Frames. Gib mir kein Standbild. Also ich bin wieder da. Das ist ja schon mal mit Abstand das Allerwichtigste. Ja. Ja, das sieht gut aus. Alter. Alter. Bist du wieder da? Ja. 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 Alles gut. Läuft wieder alles hier. Dankeschön fürs Neustarten. Ach, die Hilfe wird an Peter wohl abgelehnt. Das ist aber auch schade. Also ich hab' ich eigentlich gar keinen Sound mehr. Ich hab' mich hier. Ich hab' mich grad' keinen Sound mehr. Warte mal, warte mal, warte mal. Ach, ich bin ja so dumm. Ich hab' das schon wieder nicht umgestellt. Aber es ist nicht schlimm, ihr habt nichts verpasst. So. Okay, Leute. Wir haben quasi einfach nur neu geladen. Hätt' ich schon gewundert. So, jetzt habt ihr wieder in Game, Leute. Ähm. Also. Ähm. Kann ich mal, ey, ähm. In so'n Separee rein. Mit, mit Bram und, äh, Maurice. Jo. Jo. Gerne. Bitteschön. Bram, Maurice, Nils. Dankeschön. Ey, Leute, es ist folgendes. Sepp hat gleich gewonnen. Der hat schon drei von fünf Zivilisationen bekehrt. Mhm. So. Er hat jetzt ein paar Missionare bei mir auf dem Feld. Ich könnte zumindest zwei angreifen. Wenn ich mit ihm im Krieg bin, kann ich ja quasi ihn als Ketzer verurteilen. Mit jeder Einheit, oder? Ja. So, dass ich das, also es läuft drauf und auf, dass er es gewinnt. Wir können das nicht mehr verhindern. Von daher überlege ich, ob ich ihm jetzt ihm den Krieg erkläre und seine Missionare aus meinen Grenzen fernhalte in Hoffnung, dass ich mich so lange wie möglich äh, halten kann. Dann könnte ich meine Anti-Piet-Flotte zu ihm bewegen, aber das dauert eine Weile. Ja, wir müssen ja bei Ihnen einfach auch nur daran hindern, dass er seine Religion irgendwie weiter ausbreitet. Das heißt, also alle Missionare, die irgendwie kommen, egal wo es ist, einfach platt machen. Mhm. Weil sonst endet das so wie das letzte Mal, weil wir können sonst keinen Einfluss mehr nehmen. Ja, der hat halt über, äh, was ich, 150 oder, weil, keine Ahnung, was ich, Religion, die Runde. Wir sind halt tatsächlich so ein bisschen die Verlierer-Runde, weil wenn wir das machen, dann gewinnt halt Piet einfach durchs Nichtstun. Naja, wieso? Wir können ja trotzdem auf Piet gehen, aber wir müssen gleichzeitig selbst Missionare platt machen. einfach. Das stimmt. Also, sonst gewinnt halt einer von den beiden. Also, ich muss jetzt jedenfalls was unternehmen. Ich wollte euch nur sagen, ich freue mich, wenn ihr euch mir anschließt. Ihr müsst ja nicht direkt in den Krieg erklären, wenn ihr nicht wollt, aber wenn ihr Missionare bei euch in der Gegend habt, müsst ihr es machen. Ähm, sonst ist es bald vorbei. Ja. Ne? Was sagst du denn, Bram? 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 Ist er überhaupt da? Entschuldigung, ich war auf Toilette. Nielstadt hat einen sehr langen Vortrag gehalten, was wir tun sollten. Wir sollten ja bitte erklären, wenn der weiter hat Missioniert, damit er nicht gewinnt. Ja, und er hat schon, also er ist schon sehr weit und er hat auch bei mir jetzt, er hat natürlich so getan, als wenn das aus Versehen war, aber er hat bei mir schon Städte bekehrt. Er hat auch meine Hauptstadt bekehrt, ähm, mit meinem Tempel. Und, ähm, so dass ich jetzt einen anderen Tempel noch bauen muss, wo quasi, ähm, er noch nicht war, aber ich, äh, meine Meinung ist, ich muss jetzt im Prinzip, ich kann ihm jetzt auf einen Schlag zwei Missionare zumindest platt machen, ähm, und die anderen, naja, den einen wird er noch zünden, da kann ich nichts mehr gegen tun. Aber, äh, das ist sonst GG, glaube ich, wenn wir jetzt nicht seine Missionare platt machen. Deswegen, ich werde ihm jetzt den Krieg erklären müssen und, äh, ich würde mich freuen, wenn ihr euch anschließt, äh, ihr müsst ja nicht, also keine Invasion gegen ihn starten, sondern nur, damit ihr das Recht habt, seine Missionare platt zu machen. Verstehe. Und dann würden Brammen und ich militärisch weiter Piet angreifen, wäre das klar. Ja, ich habe ja auch meine, das funktioniert nicht. Ich habe meine Gockel ja auch, äh, was? Das schaffen wir doch nicht. Also ich bin auch jetzt unterwegs. aber das Problem ist, wir haben ja gar keine andere Wahl, weil sonst, er gewinnt ja sonst einfach durchs Nichtstun, also wir sind die im Zugzwang. Das stimmt. Dann würde ich doch einfach mal sagen, lasst es uns unser Bestes geben und lasst uns vielleicht jetzt mal hier Butter bei die Fische machen und eine militärische Allianz zu dritt eingehen, damit wir alle das auch formalisiert haben, damit sich jeder drauf verlassen kann. Und dann machen wir... Ich weiß halt nicht, ob das der klügste Weg ist. Was wäre der klügste Weg? Das weiß ich auch nicht. Der klügste Weg ist, dass ich am Ende gewinne. Das wird nicht mehr passieren. Das wird nicht mehr passieren. Ich weiß nicht. Ich entscheide damit, wer gewinnt, ob das Sepp ist oder Peter oder was. Ja, das ist das Problem, aber wir können den beiden zumindest ein bisschen was reinwirken. Wie wäre es damit? Ja. Also ich muss es machen. Ich muss jetzt einfach... Er hat jetzt die Missionare da bei mir auf dem Feld. Was soll ich machen? Ich muss ihn ja jetzt irgendwie angehen. Und was ihr... Ich kann euch jetzt natürlich keine Vorschrift machen. Ich habe aber... Ich schicke auf jeden Fall nach wie vor meine Pferde zu ihm hin. So, ich habe jetzt hier ein paar Kürassiere. Ich sehe, du hast ja auch da noch einen Ritter drin. Die mussten wir natürlich alle mal dann auch Richtung Grenze ziehen. Ich habe jetzt hier auch noch einen Ritter. Lass doch mal hier ein ätherisches Bündnis machen. Dann haben wir die... Dann haben wir die Sache fest. Ja, aber dann gewinnt Peter. Wieso? Wir würden ihn ja angreifen. Aber wir... Wir machen militärisches Bündnis. Wir erklären beiden den Krieg. Ja, aber wir haben nur noch eine Stunde 19. Das vergesst ihr immer wieder. Wir schaffen halt zehn, zwölf Runden in der ganzen Stunde nur. Ja, komm. Dann lass doch... Letztes Mal hat Peter gewonnen, oder? Ja, letztes Mal hat Peter gewonnen. Aber ey, nochmal gegen die Religion zu verlieren, ist auch das Schäbigste der Welt. Ey, wir gehen auf jeden Fall jetzt gegen Peter. Das müssen wir jetzt zu Ende machen. Ich finde, also auch Peter ist auch... Ich weiß, Sepp macht ja wenigstens Sachen. Peter hockt da rum und gewinnt durchs Passivsein. Versuchen wir doch lieber, den mal noch runter zu knocken. So. Bei der Voraussetzung musst du es ja wüten lassen. Ja, aber wir können ja bei Sepp zumindest versuchen, so ein bisschen auf Zeit zu spielen und ihn uns zu verteidigen. Aber wie du sagst, beide halten wir nicht mehr auf. Und ich würde sagen, bevor jetzt Peter zweimal gewinnt... Oder was meinst du? Oder musst du Pete gewinnen lassen? Also dann lass uns auf Peter gehen und ich beobachte das und wenn er seine Mission... Und du kannst... Ja, du bist ja eh schon erobert, aber dann... Ach, gehst du noch du, Nils? Ich bin auch nicht noch nur halb. Also wenn wir ihm beide den Krieg erklären. Aber das ist doch jetzt mal so oder so. Wir drei eine Allianz und den beiden den Krieg. Weil das müssen wir so oder so machen. Wir müssen es machen. Und Krieg gegen Sepp, nur gegen die Missionare, dafür brauchen wir nicht so viel. Und Krieg gegen Peter, wie gehabt, Truppen nach Osten, Stesten schieben. Okay, alles klar. Alle dabei? Ja, dann machen wir das jetzt. Dann ist das mal übrig. Dann kommt dann. Besser wird das auf einmal passiert, als wenn nichts passiert. Auf geht's! Dann schicke ich euch jetzt gleich das Angebot. Ja, okay, du schickst Angebot. Alles klar. Oder beziehungsweise, wir warten dann noch auf dich nicht. Dann brauchst du noch, bis du vor der Tür stehst. Ich bin jetzt da oben links, bei seinen Lissabonstetten. Kann da jetzt angreifen. Also jetzt, jetzt? Ja. Ja, okay, dann komm doch geschissen. Warum nicht? Dann passiert wirklich so was. Ja, auf geht's. Soll ich euch dann wieder runterschmeißen? Äh, ja. Hipp! Hallo zusammen. Hallo! Hallo! Hallo, ey, wir haben ja richtig Spaß gerade. Das kann ich mir vorstellen. Du nicht? Werden wir alle auf Nils warten. Was? Ach so. Immer noch! Ach, hab ich überhaupt nicht aufgepasst vor lauter Labern. Bitte, bitte mach das mal. Warte mal, was hab ich denn jetzt gemacht? Scheiße, nein, das wollte ich gar nicht. Oh, ich hab wieder Scheiße gebaut. Ich muss noch mal was anderes machen. So. So zum Spiel abgelehnt, zack. Ach Gott. Natürlich behalte ich diese Stadt. Ich baue jetzt sogar einen Staudamm da bei uns, dass der nicht nochmal überschwemmen kann. Ja, wie wir schon gemerkt haben, das hilft gar nicht, wenn du den baust, weil der ist für jede Stadt einzeln. Ich hab das halt bei Moskau, aber irgendwie. Ja, aber das ist ja ein anderer Fluss. Na ja, gucken. Ach, neppe. Ja, Okay, das kann sein. Er teilt sich ja und so. Das ist. Oh, das kann sein. Aber wenn wir neu geladen haben, ist ja kein Timer. Ach ja, ich sollte mich nicht beschweren. Wenn ich das richtig sehe, warte auf Bödefeld. Ja, ich hab jetzt bei dem ganzen Gelaber vergessen, meine Schritte zu machen. Deswegen mach ich das jetzt nochmal. Pass auf. Geht los. So, und du gehst jetzt mal schnulligst dahin. Ich kann halt nicht zurück. Das ist halt belastend. So. Ich kann ja noch was machen. Okay, sag mal, hast du die Sachen? Ich hab die weggeschickt. Ja, die sind auf dem Weg zu, äh, Maurice. Ja, aber, ja, aber, weißt du was? Ich find das, ich fand das ein bisschen schade, dass du von vornherein meine Städte so angegriffen hast. Hab ich gar, ich hab gesagt, ich lass sie in Ruhe, nachdem du mich da drum gebeten hast. Ja, gut, du musst dir jetzt auch wirklich alle da... die sind schon wegkommandiert. Die sind gerade auf dem Weg nach Stirling. Stirling? Ja. So in die Steine. Meine Hauptstadt! Du... Ist das deine Hauptstadt? Aber ich glaub nicht, dass der Maurice das gut findet. Und also... Das ist eine Unverschämtheit. Wenn Maurice... Der Maurice hat vorhin schon die Religion mit offenen Armen begrüßt. Ja, die andere Religion. Also wenn Maurice sagt, äh, das geht nicht klar, dann musst du die natürlich auch komplett wegziehen, ne? Ja. Also, das, da sind wir uns schon einig, ne? Ich kann aber nicht weiter drücken, weil, also ich kann nicht mehr stoppen und die woanders hinschicken. Weil da gerade drinsteht, wir warten auf dich. Aber wenn du auf Warte auf Blütefeld klickst, dann kannst du die doch wieder... Ne, kann ich nicht. Das geht sonst mal, das geht jetzt aber in der ersten Runde anscheinend nicht. Achso, geht in der ersten Runde nicht, okay. Weil sonst würde ich gerne noch meinen Schriftsteller hier in mein Atrium setzen, aber... Das sind die großen Entscheidungen des Lebens. Krieg endlich mal alle Schriftsteller weg. Die sind überall, ey. Ich hab so viel Kulturbandausen hier. Ich verdiene auch kein Brot, ey. So, jetzt. Zack, mach mal ein geiles Schriftstück. Ja, mal mal ein schönes Gemüse. So, Brahmin und Nils, ich schicke euch jetzt Angebote. Hauen wir doch mal, was hier passiert. Bram ist mit Sepp verbündet? Was? Er ist verbündet, ja. Wir haben eine Kriegsallianz. Ja, Bram hilft mir ein bisschen aus, wenn es dringend ist. Jetzt kommt also raus. Jetzt kommt das also alles raus. Na, das ist ja interessant. Das heißt, wenn jemand Bram angreift, ist der automatisch auch mit Sepp im Krieg und umgekehrt. Hm. Das ist eine sehr interessante Geschichte. Ich hab doch gar nichts gesagt, Sebastian. Nee, aber die wollen dich irgendwie zu irgendeinem komischen Konglomerat einladen. Ach, Sepp. Der kann ich nicht begrüßen. Du hättest die zwei Stunden bei J im Chat dabei sein sollen. Ich dachte, wir haben einen anderen Plan. Weißt du, ich hab alles dafür vorbereitet, weiß du. Gibt's doch gar nicht. Ist ja auch. Hier, im Moment, soll ich so meinen Chat schreiben? Das will niemand mit mir Pläne machen. Peter, wir haben doch Pläne. Die Weltherrschaft. Unglaublich. Ja, aber warum ist das dann ein Problem, für die anderen dabei zu treten? Das verstehe ich halt noch nicht. Ist okay. Sagen wir es so, die beiden haben jetzt es realisiert, dass deren Klickfähigkeiten zu langsam sind, um es hilft zu spielen, bis 0 Uhr. Ach so. Ja, gut. Was? Ja, dann, äh. Ja, gut, Bram, dann freue dich über deinen letzten Platz, den du tapfer, intrigant verteidigt hast. Ja, immerhin habe ich was getan. Was? Nichts? Oh, doch. Jetzt geht die Schuldzuweisung hier los. Guck dir den Stream nachher an. Ich habe dafür gesorgt, dass hier Sachen passen. Ich bin zufrieden. Gut. Ah ja, gut, dann, äh. Jetzt gehen die Schuldzuweisungen hier los. Ist denn was passiert? Oder passiert auch was? Keine Ahnung. Es ist eigentlich gerade eher sichergestellt worden, dass nichts passiert. Okay. Ey, Leute. Wisst ihr, das ist doch Quatsch. Also, das ist doch alles albern. Was soll das denn? Ja, dann reden wir doch mal ganz offen, Nils. Wir haben keine Ahnung, was hier abgeht. Also, ich habe das Gefühl, hier wird verschiedene Schauplätze gespielt hier. Okay, pass auf. Ich warte. Du hast doch 4 Minuten 30. Oh. Jetzt geht's los. Kein Bock auf diese Kacke hier. Nils hat mir den Krieg erklärt. Jetzt geht's los, aha. Ja, dann machen wir das doch noch. Schauen, wie weit wir noch kommen. Weißt du, jahrelang waren... Ja, du hast doch gerade schon wieder, du hast doch gerade schon wieder bekehrt, oder nicht? Das habe ich doch gesehen. Du wolltest mich doch angreifen. Alter, du hast original... Bram hier gegen mich verbünden, ihr Schweine. Ja. Wie, du original? Gerade? Ihr wolltet mich hier betreuen. Und da habe ich einfach, da habe ich einfach gesagt, nö. Okay, die Sachen haben sich schon wieder geändert. Maurice, was hättest du davon? Alter Schede, ey. Dass das endlich mal gemacht wurde von irgendeinem. Unglaublich. Hast du jetzt nur mir oder auch Sepp den Krieg erklärt? Ja, mir auch. Und Bram auch. Nee. Nein, Bram nicht. Er sagt Bram auch. Warum redest du für mich? Weil wir doch in der Allianz sind, oder nicht? Kriegen dann nicht alle das ab? Nur wenn wir den Krieg erklären, mein Freund. Achso, wieso hat Peter dann den Krieg gekriegt? Die sind doch separat erklärt worden. Das waren zwei Kriegserklärungen. Alter, Peter wurde... Was? Das ist aber auch eine absolute Frechheit. Also, was hier... Naja, du. Was wird wegen dem Krieg erklärt? Was hier dieses sumerische Reich sich da rausnimmt gegen die ganze Welt hier auf einmal zu stänkern? Ja, ich werde jetzt dir die Lektion erteilen. Ich meine, du wohnst natürlich echt weit weg, was dein Glück ist, ne? Gut für dich. Ja, gut. Ach, guck mal, hier der Nächste. Der Russe. Wirft da einen an den Stein. Wieso werden dann uns beiden immer die Kriege erklärt? Keine Ahnung. Bin ich jetzt auch im Krieg mit dir eigentlich, oder? Ja. Ja, weil du diese komische Allianz hattest, oder was? Ach, seid ihr auch im Bündnis, oder wie? Ja, aber Bram ja eigentlich auch. Aber wir sind einfach nur in einem ganz normalen, äh... Wir sind in einer Allianz. Wir sind in einer Forschungsallianz. Wir sind in einer Forschungsallianz. Und mit Bram bin ich in einer Kriegsallianz, ja? Ach so, ja. Also, so läuft der Hase hier. Wieso werden dann mit mir die Kriege erklärt? Naja, von mir aus. So. Schluss mit lustig. Ich weiß gar nicht, wie. Ich hab jetzt mit allen Krieg, irgendwie hab ich das Gefühl. Ja. Ist okay. Na ja, gut. Bram ist halt so der klassische, schleimige Kollaborationer. Ja, er ist Klimaschlanklinger. Der kein Problem hat, die kleinste Wurst auf dem Feld zu sein, solange er die großen Freunde hat. Das ist natürlich ein bisschen traurig, aber... Ja, ist schon traurig, wa? Solche Leute gibt's halt auch, muss man ja sagen. So wie Ski und so. Die braucht's aber auch in der Welt, oder? So, ich reich dir gerne beim nächsten Treffen ein Taschentuch. Aber ich hab dir gar nicht den Krieg erklärt. Mach mal weiter hier, du hast gar keinen Krieg. Bei mir steht oben, ich bin mit dir im Krieg, aber... Wir werden sehen. Ne, ich mein, mit Bram hab ich keinen Krieg. Achso. Mit Peter hab ich Krieg, ja. Aber mit Bram hab ich ja keinen Krieg. Das ist alles seltsam. Du musst ja auch durch mein Land durch, deswegen easy. Du hast sogar offene Grenzen mit mir. Ja, ist doch gut. Machst du eigentlich auch noch irgendwas, oder? Ne, ne? Ich glaub, Bram hatte Probleme in dem Spiel, da ist nicht viel gelaufen. Guck mal nach die eine Runde jetzt erstmal an, was jetzt genau passiert. Ich weiß auch noch nicht, was hier passiert. Ich hab gar nichts gemacht, und dann geben die mir alle auf die Fresse. Alter, du hast deine ketzerischen Ideen in meinem Reich. Aber dein Volk mag das anscheinend, da kann ich halt auch nix für. Vielleicht sollten wir dich einfach mal abwählen. Du willst mich abwählen? Ja, ganz demokratisch, weißt du, in deiner Diktatur da drüben, ja? Denke nicht, dass das möglich ist. Ihr Batibira. Was ist denn das für ein Name, ey? Was, woher kommt denn jetzt auf einmal dieser Hass? Wir nennen das in Cool City um, ja? Und dann wählen die Leute dich. So. Pass auf, jetzt kommen wir mit seinen Atombommern an. Jetzt komm ich mit meinen Atombommern an. Na, jetzt ist nicht so viel Spaß drin. Du musst... Wat? Oh Gott, jetzt hab ich ja auch noch einen Sturm gerade gekriegt, der mir eine halbe Flotte wegfickt. Was soll denn das? Du musst interessieren, hat irgendjemand geschafft bis Flugzeugen? Naja. Wenn, dann Peter, oder? Ja, wenn dann Peter. Peter ist so weit weg. Ihr seid doch vom Ding ins relativ ähnlich, oder? Ihr seid doch alle auf dem gleichen Stand. Ja. Oh ne, also keiner, aber gerade eben dabei. Ich hab noch keine Zweige im Bauch. Gut, dieser Sturm, hier hat tatsächlich jetzt gerade hier tapfere Flotte nämlich weggehauen. Ach. Ich glaub, jetzt wird tatsächlich nicht mehr so viel passieren. Jetzt wird wahrscheinlich der Religions-Sieg vom Sepp recht bald kommen. Naja, dann schauen wir mal. Wir müssen jetzt mal weiterklicken. Also das wird so lange hier nicht mal ein Sieg sein, wie hier nicht weitergeklickt wird. Boah, endlich sagt er mal jemand, ne? Ja. Weißt du? Ihr könnt jetzt zumindest seine Einheiten aus eurem Land verbannen. Einfach ganz simpel mit nem Klick. Ja, genau. Dass du die Info rausgibst, Peter, ist natürlich klar. Ich geb alle Infos raus, die ich hier mir selber erarbeitet hab. Ja, das ist schon okay. Oh. Das ist nochmal ein bisschen Action hier. Da passiert nochmal richtig was. Wo ist das denn schon wieder? Och, come on. Ernsthaft? Ist ja so licherlich. Scheiße. Allo. What? Du, 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 du. Okay. Ja, ich glaube, seid ihr eigentlich noch alle da? Ja. Ich glaube tatsächlich, also es gibt zwei Optionen, so wie ich das jetzt sehe. Entweder Sepp schafft es noch, seine Religion zu verbreiten, oder Peter wird das nach Punkten gewinnen. Das sind die beiden Optionen. Glaube ich. Das ist nicht so richtig, glaube ich. So, dass wir, wir sind noch Zünglein an der Waage, so ein bisschen. Ja, aber irgendwie ist das ja auch irgendwie sinnlos, ne? Ja, ist doch. Schauen wir mal. Was bist du? Ach was. Boah, ist das schön. Boah. Moritz, hast du gerade auf dem Land, auf dem Wasser, meine ich, allein schon 200 militärische Stärke verloren? Äh, tatsächlich habe, ich hatte sehr viel Glück, was Naturkatastrophen angeht, dieses Spiel. Oi. Jetzt ist direkt ein riesiger Orkan gespawnt in meiner Flotte und hat, äh, mir so richtig auf die Fresse gegeben. Ah, doof. Das ist nicht so freundlich von dem Orkan. Entsprechend, äh, ja, glaube ich tatsächlich, hier wird nicht mehr viel Action abgehen. Aber gut. Hattest du so krasse Schiffe oder was? Ich hatte recht starke Flotte, äh, die eigentlich zum Angriff übersetzen wollte. Das war ja Teil des Plans. Äh, der Plan, wie sich herausstellte, war nicht so optimal wie gedacht. Ähm, aber nun. Thor war auf meiner Seite. Offensichtlich. Ja, aber also bitte, du bist Römer. Ja, okay. Du hast deinen eigenen scheiß Donnergott. Ja, Jupiter. Jupiter war auf meiner Seite. Hm, hm, hm. Ja, jetzt ist die Frage, eine Stunde hat Sepp jetzt Zeit für den Religionssieg. Ja, also so wie das gerade aussieht, brauchen wir für jeden noch fünf Minuten. Ja, ich beeile mich jetzt auch mal ein bisschen. Also da werden eure Einheiten auch niemals bei mir ankommen. Das ist, äh, leider auch wahr, ja. Hm. Um ehrlich zu sein, ich habe ja gar nicht vor, ähm, deinen Heimatboden zu betreten. Ich wollte lediglich die Möglichkeit haben, deine Missionare zu bekämpfen. Ach so. Und. Du willst gar nicht rüberkommen auf Beef. Nee, ich will gar nicht rüberkommen. Das dauert viel zu lange. Ja, weil das dauert ja ewig und drei Tage, bis ich bei dir bin. Oh komm. Da wäre es aber mit gerechnet. Ja, wie soll das denn gehen? Ja, keine Ahnung. Einfach rüberkommen, weißt du? Ja, aber das dauert doch. Das dauert ja richtig lang. Aber es ist ein bisschen mehr erwartet hier. Ja, Alter, glaubst du, bis ich hier meine sieben Sachen, die gerade da, äh, äh, Ja, was machst du denn sonst mit deinen Einheiten? Wie, was mache ich mit meinen Einheiten? Die gucke ich mir an, die sind schön. Ja, dann ist cool. Peter macht Aure, Alter. Was er kann. Peter, ist dann der Vulkanausbruch. Das ist aber auch immer nur Pech da mit den Wundern. Geil, Dude. Wir können hier noch was machen. Geil. Bram? Ja? Nimm doch mal da deine, deine komische Baueinheit da weg. Was will die denn da überhaupt? Oh, Entschuldigung. Oh, Nils, du hast dein, dein Land zurückgewonnen, religiös. Ja, ich sag ja, ich musste Maßnahmen ergreifen. Reinigungsmaßnahmen, Säuberungsaktionen. Ja, exakt. Manchmal muss man das tun. Ja gut, meine komplett lädierte Sturmflotte würde jetzt auch nicht mehr viel reißen. Was ist da los? Setzt du dich noch zur Wehr da eigentlich, oder? Ich setze mich schon noch zur Wehr, aber ich kann jetzt nicht mehr viel offensiv machen. Deswegen ist es jetzt wirklich nur so eine Frage, lassen wir halt Pete oder Sepp gewinnen. Ja, also ich kann jetzt gegen Pete nicht so viel machen, aber was ich machen kann, ist, dass ich auf jeden Fall hier die Einheiten vom Sepp bekämpfe. Das ist auch mein Plan. So, das, was ich tun kann, das werde ich einfach tun. Bin aber nicht okay. Bin's nicht okay? Nö. Warum? Weil die haben euch schon nix getan. Naja, sie haben nicht mal Waffen. Naja, aber sie haben halt ihre ketzerischen, äh, weißt du, ne? Das halte ich ja für ein hardes Gerücht. Ja, da muss man schon gegen vorgehen, bin ich, bin ich ganz, ganz, ganz der Meinung. wie sieht's denn hier aus? Ja. Komm. Mach mal einfach. Mach mal einfach. Mach mal einfach. Verstöhnst du so? Wer stöhnt? Ach. Ich kann doch erstöhnen und nicht so gut auseinanderhalten. Also ich muss, glaube ich, irgendwann auch mal die Kirchensteuer einführen. Ich krieg einfach keine Kohle rein hier. Ich bin echt ein Samariter. Wir haben alle tiefes Mitleid mit dir. Ja. Steht halt auch nicht. Dann werde ich jetzt mittlerweile auch verfolgt hier. Das kann ich eigentlich nicht gut heißen. Na. Eine Sache, die du mit der richtigen Religion gemeinsam hast, ne? Wow. Was kann ich denn machen? Oh, geil. Oh, geil. Mal mir mal ein Bild. Was? Wer soll mir ein Bild malen, hier, der Dude? Ach, du hast schon wieder irgend so'n... Wir haben nur Künstler. Kleinkünstler. Oh. Oh, der, der ist... Pfff. Schreib mir was. Die Schöne mit den goldenen Haaren. Jo, cool. Schön heiß. Schöne Buch. Hm. Alter, du bist ja der... Du kackdreister Kerl, ey. Das gibt's ja gar nicht. Was? Der baut da ganz oben im Norden nix. Mitten im Schnee baut er sich so ne Schneefestung. Hallo? Kannst du mal bitte nicht so gucken? Hier. Was ist denn der Plan denn gewesen? Was willst du denn da machen? Willst du Religion spammen? Winter is coming. Oder was baust du da? Geil. Ich glaub, du willst einfach Religion spammen und dann mich von Norden platt machen oder sowas. Ja, das kann ich ja nicht auf mir sitzen lassen. Nö. Maurice, deine Grenzen muss ich jetzt aber nicht noch verteidigen, oder? Ich ziehe meine Truppen gerade wieder an Land zurück und versuche das. Ist auch noch weitgehend. Folgen sie entweder dem Buddhismus oder meinen primitiven, alten Kultglaubens. Der Buddhismus ist aber auch eine gute, faire Religion, von der jeder was hat. Ja. Das ist echt so lustig. Alter Schwede, ey. Der hat da wirklich klar... So, jetzt haben wir hier mal einen Ketzer verurteilt. Wie wär's damit? Ja, das ist ja gut gemacht. Ja, voll erwischt. Eier, mach da nur mit einem weg. Einen widerlichen Ketzer hier. Boah, jetzt komm ich gleich mit meinen Kung-Fu-Leuten, ja? Der uns hier seinen schäbigen, ekelhaften Glauben bringen will. Komm ich gleich mit meinen Kung-Fu-Leuten. Irgendwelche perversen, fremdländischen Riten. Das geht halt einfach nicht. Es gibt irgendwo Grenzen. Was ein anständiger Mann erdulden kann. Da bin ich bei dir. Ja. Und man erduldet ja viel, so im Interesse des Friedens. Aber. Aber. Aber nicht alles. Nicht alles. Das kann man auch verstehen. Ja. Mein Monitor will sich zum wiederholten Maler ausschalten. Da kann ich glauben, dass ich immer noch spiele. So lange schon? Beziehungsweise eigentlich musst du mal. Nee, dann mach mal. Uuh, entschuldigen Sie bitte. Hm. Ey, geilen Wasserpark. Dann ist aber meine Religion hier verbreitet. Spaß. Ihr hatet dagegen. War auch nicht gut. Wer hatet? Niemand hatet. Boah. Maurice. Was ist geschehen? Maurice ist nicht da. Maurice wurde dir entzogen. Aber jemand hat den Krieg erklärt. So scheint es mir. Ui. War nicht so gut für euch. So scheint es mir. Wege in diesem Spiel sind teilweise lang. Die Wege? Ja, die Wege. Nicht weit bis zu dir. Das ist ja so lächerlich. Gut, wie soll er denn auf mich? Oh, da zieht auch noch ein Unwetter auf. Na sowas. Hast du denn da schon? Oh, nein. Oh, nein. Ah, das ist ja so klar, dass das jetzt passiert. Was ist passiert? Ähm, ein Vulkanusbrook. Natürlich. Der jetzt original wirklich zur Unzeit kommt. Dieses mieses Schwein. Von einem Vulkan. Wo hab ich denn? Kann der denn eigentlich noch mal? Oh, ich bin ja so mega dumm. Ey, sag mir so was Böses. Ja, manchmal bin ich aber echt ein bisschen mega dumm. Es ist einfach... Kannst du nicht anders in Worte fassen. Ich bin zurück. Und ich habe einen weiteren Ketzer vernichtet. Yay. Das finde ich einfach nicht gut, was du da machst. Also, das ist ja auch toll, wenn man das macht. Dann werden in allen Städten drumherum wird diese Religion dann auch runtergesetzt. Das finde ich cool. Ganz genau. Also, das wird hier in Schottland, ja. Schottland bewahrt seine Unabhängigkeit. Wenn wir einem fremden Glauben anhängen, dann ganz klar den Buddhismus. Ja, Mann. Und selbst dem tatsächlich nur so zum Teil. Wir haben auch noch in... In Heddington verehren sie immer noch antike Steinkreise. Und in Kabul. Aber weißt du, da ist auch nichts gegen, äh, anzuwenden. Weil jeder hat seine eigenen Gedanken. Ja. So. Und das ist okay. Okay, was bauen wir denn mal hier? Aber dafür kämpfen wir ja auch, dass man weiter seinen eigenen Gedanken haben darf. Wenn alle hier selbst Religion anhängen, dann darf man das ja nicht mehr. Das ist ja bestimmt so eine totalitäre Unterdrücker-Religion, die sich hier gerade so parasitisch breit machen will auf den ganzen Planeten. Das würde ja eine Religion, die tolerant ist, nicht tun. Ich bin zu 100 Millionen Prozent auf deiner Seite. Ja. Ich höre nur rauschen. Ich glaube, dein Mikro ist kaputt. Mal Kabel rein, rausstecken. Wer ist denn? Mikro ist kaputt? Na, von Maurice. Achso. Siehst du, das ist wie, wie diese Religion, nämlich Dissens, äh, Dissens hier. Du musst das Kabel raus, ziehen und reinstecken, sonst hören wir dich nicht. Du bist ganz schön gemein, Sebastian, weißt du das? Ey, sind die auch, weißt du, die mobben mich hier voll. Weißt du? Wer mobbt dich denn? Das ist ja wohl, also, ah, das Wort. Das ist infam. Eher im Gegenteil, so die Leute, denen du jetzt seit acht Stunden lang ihr Pausengeld klaust, die schlagen jetzt mal ein bisschen zurück und schon fühlst du dich gemobbt. Das ist doch die Wahrheit. Ich klau doch keinem Pausengeld, also wenn ich Pausengeld klauen würde, dann hätt ich ja was. Ich hab aber nix. Ist das so ein Armutskosel Das ist hier 3,6 Gold, die Runde, ey. Da kann ich ja gerade mal von, von leben. Bitte dich. Jetzt wollen sie mir auch noch das Geld abnehmen, was ich gar nicht hab. Mr. Mega-Reich-Gilgamesh, ja? So, äh, muss mal ein bisschen beeilen hier. Brr, 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 brr. Bleib doch einfach mal so. Ah, das finde ich ganz gut. Oh. Oh, da passiert ja was. Oh, Industriezell, Alter, endet gleich. Oh, schlecht hier. Das ist schlecht. Hier habe ich immer noch einen Keulen-Barbaren bei mir, der bewacht ein Erdölfeld. Er hat sich seit der Steinzeit gehalten. Das muss man auch irgendwo respektieren. Das ist aber eine schöne Geschichte. Danke dir. Ich wusste, dass sie dir gefallen wird. So, also dann geh mal nach da hinten. Ich muss mich jetzt hier mal richtig beeilen. Geil, ich kann ein Riesenrad bauen. Awesome. Noch irgendein Religions-Kackerlaken rum. Hallo? Was ist das denn? Es herrscht bei dir keine Religionsfreiheit? Was ist das denn für ein totalitärer Staat? Nee, nee. In Schottland herrscht alle Freiheit außer Freiheit. Ja, ja. Da war schon das Feld-Funkgerät hier gerade. Alter. Alter. Das habe ich gehört. So. Gut, also meine Hauptstadt wird wohl tatsächlich, so schade es ist, Ketzern anheim fallen. Was? Warum? Aber weil da sammelt er gerade seine ganzen Missionare. Aber das Hinterland werden wir bis auf den letzten Blutstropfen verteidigen, wir Schotten. Ist okay. Scheiße, ey. Ich meine, das hat tatsächlich in der Regel nie was gebracht, wenn die Schotten sowas gesagt und gemacht haben. Weil sie eigentlich immer erobert wurden. Aber... Das macht dich aber auch nicht kleiner als du bist, ne? Das ist, glaube ich, das Problem von einer forschenden Religion. Die gibt ja aber gar kein Selbstbewusstsein. Ey. Wie dieser... Wie der plötzliche Entzug der offenen Grenzen meine Einheit gerade getötet hat. Ach, sterben die dann? Der Entzug der offenen Grenzen. Du darfst halt nicht in Königreich trampeln, mit dem du hier Krieg hast. Ja, ich wurde da reingedrängt, weil ich hatte offene Grenzen. Ich war auf Bramms Land und hat Bram mir die offenen Grenzen entzogen und dann wurde ich in dein Land reingeschubst. Ohhhh. Ohhhh. Ja, ich empfinde das auch als Affront. Ich hab dir ja nicht entzogen, das ist aber nur ausgelaufen. Ja, schmaufen, schlaufen. Das ist die Geschichte, wird das anders bewerten. Ich bin ein Pört für meinen Teil. Und ich überleg ernsthaft, ob mein Volk an Vergeltungsmaßnahmen interessiert ist. Dann komm rüber. Das Maul. Naja. Ihr seid schon so welche. Hast du mich gerade provoziert? Ich werd angegriffen. Oh mein Gott. Ich riste aus. Heilung. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich hier als friedliebender Mensch... Ach, Friede, Schmiede, Alter. Du warst doch der Erste, der hier, weißt du? Ja, der Erste, der was? Der erste Weise. Na, guck mal, ich kack dir mal so'n Kosacken dahin. Ha! Deal mal damit! Ich kack dir einen Kosacken dahin. Wir werden mal sehen, was hier passiert. Na, komm rum, Nils. Ja, Mann. Warte, das Spiel wartet auf mich. Ja, ich bin doch, ich bin doch hier am... Ich bin doch, ich bin doch richtig... Mach doch schon. Ich hab halt so viel zu tun. Im Gegensatz zu euch. Ja. Ja, scheinbar. Oh, hä, wie kommen denn da schon wieder die Barbaren her? Wieso existieren denn überhaupt noch Barbaren? Können wir nicht einfach sagen, die Barbaren gewinnen das Spiel? Wer sich so lange hält, hat's verdient. Wir haben uns alle so lange gehalten. Das stimmt. So gesehen... Da sind wir alle Sieger. Ist doch auch schön. Irgendwie. Auch wenn einer nur gewinnen kann. Hallo, aber hallo. So, und wieder ein Ketzer weg. Oh, hallo. Was? Also, ich glaube, die sind jetzt tatsächlich einigermaßen im Griff, was meine Nation angeht. Sie haben jetzt hier nochmal ein bisschen bei Sterling rumbekehrt. Frisch. Aber sie haben es nicht geschafft, sie vom Pantheon des göttlichen Funkens abzubringen, meine treuen Bürger. Deswegen, äh... Oh, was ist das denn? Shit. Bin ich da relativ optimist. Was natürlich nur eine gute Nachricht für Piet ist, der dann damit seinen Sieg einstreichen wird. Und einfach wirklich sich grad mega zurücklehnen kann natürlich. Äh, das ist auch eine bequeme Position. Hey! Ähm... Bram? Ja? Hm? Bram? Die Beleidigung gegen mein stolzes Volk ist einfach... Ach, gegen deinen Lappenvolk. Ist einfach nicht hinnehmbar. Ja, komm rum. Ist einfach... Es ist nicht hinnehmbar. Komm rum! Oh, falsche Einheit. Ach, beschossen. Oh. Und nochmal so einen kleinen von den Schurken da weggemobst. Nee, mach mal nicht. Ja... Komm rüber! Platt, äh! Ich habe Hunger! Solikamsk wird stehen! Watt? Ja, ja. Ja, ja, du weißt schon, was ich meinte. Doch, doch, du weißt schon, was ich meinte. Ich brauche gleich noch ein Belagerungstor. Der Tempel der Liebe. Ist ein guter Freund von mir. So. Jetzt mal hier ein bisschen... Den schnell machen. Oh! Da habe ich einen entdeckt. Der sich hier auf meinem Gebiet... Verlustieren will. Gibt's noch nicht. Für wen hält der Mann sich? Ich... Hier noch irgendwo... Ein Begrüßungskomitee... Parat. Oh! Oh! Äh... Oh! Moment mal! Oh! Was mache ich denn hier? Anzei... Das könnte nicht... Wer kommt denn jetzt? Oh, mir fallen gerade so dumme Sachen ein. Oh, mir fallen auch richtig dumme Sachen ein, oder? Oh, Entschuldigung. Das ist kein Problem. Ich verzeihe dir. Oh, wir haben Stufe 2 erreicht. Oh, wir haben Stufe 2 erreicht. Oh, jetzt hat er tatsächlich meine Hauptstadt bekehrt, der Schuft. Aber die anderen zum Glück nicht. Hier kommst du nicht durch. Hier ist, äh... Bödismus landen. Ja, ist okay. Cruel... Bödismus... Bödismus rule the world. Warte mal. Ah, jetzt kommen hier Piet's Stiffe auch noch an. Das ist ja drin. Ah? Wieso leuchtet das denn? Guck hier, Piet's Stiffe noch an. Geht nicht. Schade. Was ist denn hier noch drin? Was ist denn jetzt? Ach. Da flieht der Schuft. Hat er Angst bekommen hier? Mhm. Ist das ein Problem? Grundsätzlich nicht. Wieso? Was ist denn hier noch drin? Ach du meine Güte. Du bist hier noch drin. Ach komm hier, machen wir jetzt Action. Scheiß drauf. Aber jetzt wird er auch überschwemmt, ne? Ja. Meine Truppen überschwemmen. Das ist das, was passiert. Ist das, was hat Erinnern da? Das ist ja so bescheuert. Da unten hier noch auf einmal für eine widerliche Ketzerei an. Das gibt's doch nicht. Aus der Tundra kommen die russischen Apostel. Geschwärmt. Woher sonst? Ja wieder nicht. Das ist doch mein Gebiet, meine Hood. Durchaus passend, ja. Ja. Ich denke mal unsere Anti-Ketzer-Eingreif-Truppen ent... Mach mal nicht. Mach mal anders. Ach. Ach. Was ist denn jetzt hier los? Äh. Äh. Kacke. Alter Schwede, ey. Wo ist denn meine... Da. Was ist denn hier weg? Was ist denn hier weg? Tatsächlich ist jetzt auch anscheinend permanent der Meeresspiegel angestiegen. Das ist mir egal. Ich weiß nicht, ob das überall so ist. Bei mir hier in... In Nanmadol... Da wird der... Raum tatsächlich gerade ziemlich knapp. Ach, deswegen geht das nicht. Aha. Da. 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 hab ich hier viel zu tun jetzt was hast du eigentlich zu tun micromanagement der ganzen truppen hier dauert ewig so jetzt ich glaube ich müsste mir vielleicht mal angewöhnen so produktionsketten oder so einen auftrag zu geben ich drücke die ganze zeit irgendwas das ist wieder einen ketzer erwischt das läuft doch hier ganz okay auch wenn dafür der küstenkrieg hier er könnte besser laufen kann gar nicht warum du dich so stark mit mir beschäftigt also jetzt ist letztlich irrelevant mit dem ich mich beschäftige jetzt kann ich eigentlich nur noch hier meine schottische unabhängigkeit waren und das versuche ich wo der guru kann gar keine sachen weitergeben doch der guru der könnte wenigstens missionieren schlecht du bist eine schlechte entscheidung gewesen schlechte investition du bist einfach nur lame kacke ich glaube so spät war ich auch noch nie mit religion und noch einen erwischt der wollte bei dir rein nils aber ich habe ihn auch dort ab hier ist du bist der geist ihr seid ihr seid zu also ich habe jetzt zumindest das kann ich jetzt zum abschluss noch sagen ich habe diese diese ketzer hier den den habe ich glaube ich ganz gut heimgeleuchtet das finde ich gut ach ich bin also dumm habe ich das nicht direkt gemacht aber ich bin ja so dumm bau mir eine bank aus schweinskopf sülze ja wenigstens noch ein bisschen action gemacht du denn für eine miese mistkuh sind gerade miese mistkuh genannt und ich mein freund meine stadt wirst du nicht bekommen was ist hier denn was ist denn hier für ein peter deine stadt hat sich unabhängig gemacht jetzt gedacht dann wurde ihm doch zumindest mal noch eine stadt abgenommen im lauf dieses ganze ich finde sie war es ja cooler dachte ich jetzt habe jetzt meine arme wust hier angreift noch mal nicht ihr braucht alle ein bisschen mehr freude in eurem leben ich verstehe das ja meine leute die müssen wir machen die haben es satt hier in einer welt zu leben in der die waffen die sprache sprechen und der frieden geknebelt im keller sitzt aber ich habe es nicht zu verantworten das möchte ich an dieser stelle doch noch mal feststellen ja das stimmt wie kann ich denn nicht ach so weil doch jetzt geht's ich klicke und klicke und klicke ne ich weiß gar nicht wieso ich so viele einheiten habe oh gott im himmel wird gar nicht mehr auf ich habe das erste den religiösen angriff etwas zurückgeschlagen also den religiösen angriff haben wir glaube ich die zähne gezogen zumindest wenn ihr einfach nicht weiter klickt zieht ihr dem die zähne das ist auf jeden Fall richtig ich komme doch überhaupt nicht nach mit meinen einheiten ja weil wir sie alle extroazieren wie es sich geht ne also jein ich habe schon vier oder fünf von deinen unsäglichen das ist richtig aber da kommen ja eigentlich zehn jede runde neu weißt du ach so ja das kannst du mir so viel erzählen aber die kommen ja nicht da rüber dauert ja immer zehn runden bis da also eine stunde ich höre leichte kritik ne das heißt nur ich kann nicht gewinnen was ist das wieder für ein komisches gerät wollen wir bauen einen geilen hafen einfach alter du hast da was zerstört von mir du hast was zerstört was mir gehört joo mit welcher berechtigung einfach so ich habe das Gefühl ähm das ist also ich habe das Gefühl du willst nicht dass ich das habe was du nicht haben kannst so das ist ehrlich gesagt ein bisschen mein Gefühl bei der Geschichte aber vielleicht täusche ich mich auch so viele Kunstwerke das ist schon geil aber man sieht mal wieder dass nach all der Zeit der der Kultursieg wirklich immer noch in weiter Ferne ist also es scheint die meisten Siegarten scheinen ja aber weil wir auch sehr stark dagegen halten also ja darauf hätte ich mich aber an Bram, Peter und ich wir drei negieren uns kulturell komplett ja gut das stimmt ja sonst wäre das auch anders gewesen also jeder von uns ohne die anderen hätte gewonnen also easy nicht in der Zeit jeder von uns ohne die anderen was ist denn das ich habe vor einer Stunde oder so erst obwohl ich zwischenzeitlich also die letzte Runde als wir Fickstitzen noch gehörte war ich erster noch in der Kultur habe ich vor einer Stunde erst Jay als Spectator eingenommen die Grundkultur dahinter bis du die hast bis du die Anzahl der Touristen hast das dauert einfach länger als die hundertdreißig Runden die wir eigentlich nur spielen sagen wir mal so rum ja du müsstest einfach mehr Runden spielen das stimmt also sowohl Wissenschaft als auch Kultursieg sind keine Option für diese Art von Multiplayer Matches und Diplomatie ja auch nicht wirklich ne Diplomatie auch nicht aber witzigerweise also Herrschaft ja wirklich genauso wenig eigentlich auf der Größe du kommst also wenn ihr euch jetzt so denkt boah wir machen ja sehr platt ne dann sind wir drei Stunden später bis eure Einheiten überhaupt ankommen das war ja vorher auch genau das Problem es gab ja den Plan der ist auch in anderen Aspekten gescheitert aber es dauert ja ewig bis ich zu Piet überhaupt übergesetzt war waren es ja zehn Runden ja ist auch so und deswegen ist eigentlich tatsächlich du kannst Religion oder Punkte machen und musst dich eigentlich von Anfang an auf eins von beiden committen was auch eine ganz interessante Perspektive ist eigentlich Punkte sind also Städte sind Punkte und Städte kriegt man gut durch Herrschaft das stimmt das stimmt wobei es gar nicht also ich hab das Gefühl es bringt dir eigentlich mehr Punkte die aufzubauen im Lauf der Zeit als zu erobern weil wenn du einmal in der Stadt eroberst so viele Punkte kriegst du erstmal gar nicht ne das stimmt klar äh dann muss man irgendwann ein bisschen erobern ähm wobei wiederum die gute Zeit zum Erobern in dieser Art von Stream ist eigentlich der Anfang des Spiels weil sobald die ganzen Mauern stehen musst du eigentlich dahin forschen bis du wirklich Flugzeuge und Drohnen und den ganzen Scheiß hast ja bis du richtig kämpfen kannst um den Scheiß zu bombardieren und die Zeit in der wir jetzt sind ist die blödste für Belagerungsschlachten weil Mauern mega stark sind aber du hast nur diese lahmen Artilleriegeschütze die zwei Felder weit kommen sobald du Drohnen hast und drei Felder weit schießen kannst ändert sich die Gleichung schon ziemlich das ist richtig aber das ist meistens vorbei bevor man da hinkommt also die Panzer die Panzer von Nils die rollen ganz gut Richtung Westen oder so ja klar also genau aber die von Westen bist du ja auch schon an dem Punkt wo er auch wahrscheinlich Drohnen bauen könnte aber man sieht er hat die jetzt in der letzten halben Stunde des Spiels zum Einsatz gebracht ja ich hätte auch nicht damit gerechnet dass ich hier heute noch kriegerisch tätig werden muss aber manchmal geht es nicht anders oder wie? dauert das ewig ja manchmal wird man gezwungen durch Umstände boah habe ich mich hier gerade beeilt mit dem Klicken ey alter Schwede nice bin nicht letzter Nils holt ja sogar ziemlich gut auf muss ich sagen was Punkte angeht stimmt überholt mich sogar fast hier durch den Krieg wahrscheinlich ne ja also ich meine wenn es jetzt nicht noch nur 18 Minuten noch wären hättest du vielleicht noch eine Chance wobei wo ist denn der Krieg Leute 170 mehr das ist schon schwer ja äh hohohoh das ist natürlich nicht so viel Damage ich wo ich das ist ja was ich meinte ja du kommst hier mit fetten Kriegsschiffen an aber diese Stadt das kannst du komplett vergessen witzigerweise kann die nicht aufs Wasser schießen doch kann sie um ist es mhm kann sie nicht mhm au oh der Button ist nur irgendwie jetzt scheiße schon wieder Hochwasser Gott von einem fucking Panzerschiff kommt hier einfach so eine Tornado Familie wer hat die denn eingeladen das kann man mal keinen Stress da oben das kann man mal keinen Stress da oben das ist doch gar nicht mhm komm die Baban hier schon mit krassen Kanoten an mhm ach man ey was hab ich denn da noch für ach Spam Spam das geht auch nur da ach leck mich doch kann ich hier noch Spam auch nur an solchen ach lecker komm hier ja scheiß doch einfach drauf doch 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 ach Alter, ist doch gut. Oh, der Weltkongress schon wieder. Ja, was interessieren mich denn jetzt gerade noch Spione? Irgendwas halt. Ja, come on. Einer Dammbruch, geil. Und ja, also nachdem Peters Städte schon eh gegen ihn rebellieren, mache ich mal den Loyalitätsmalus noch auf ihn. Und ein Friedensnobelpreis. Den habe ich ja wohl gewonnen. Ich weiß ja nicht, ob das hier, ob wir den wirklich, ich meine, da würden wir uns, glaube ich, lächerlich machen, wenn wir das tun würden, als wäre das hier irgendwem wichtig. Äh, wieso kann ich nichts mehr machen? Hallo? Wieso kann ich nicht weitermachen? Ich kann aus irgendeinem Grund nicht weitermachen und I don't know why, muss ich irgendwas abziehen? Es ist noch eine dritte Einstellung ganz unten, du musst noch runterscrollen, es gibt jetzt mal drei Vorschläge. Oh, ey, come on, was war das denn? Aber das war der, das war der Nobelpreis. Alter. Ja, wir werden keinen Nobelpreis abhalten, schade. Wer hätte es gedacht? Ja gut, aber interessanterweise, Pete, daran sieht man auch, glaube ich, sinnlos umgekehrt auch mein Feldzug wahrscheinlich gewesen wäre, also. Potenziell. Du hast hier ja durchaus starke Militärsache am Start und kratzt halt nicht mal die eine blöde Stadt an. Hm. Du 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 du. Du 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 du. Hm. Hm. wieso ich check's nicht kannst es doch dann geh doch dahin ach kacke schon wieder so eine mistüberfludung jetzt habe ich glaube ich alle ketzer vertrieben alle alle ketzer haben eher ihre dinge aufgebraucht dass er keine einzige stadt bekehrt damit ich habe die andere religion weggemacht das ist auch schon viel wert eigentlich ist es gerade ein bisschen das stimmt aber ich habe ja auch irgendwie sechs exorziert oder sowas glaube ich zumindest habe ich habe ich erreicht dass du glaube ich in diesen zehn minuten jetzt nicht mehr den religions sieg einfahren wirst aber das ist natürlich auch nur ein leerer sieg in der hände reibende römer da drüben am anderen ende des ozeans arrogant lächelnd beäugt mir zu unterstellen dass ich arrogant lächle ich sehe dich ja tatsächlich gerade nicht aber es würde mich jetzt nicht wundern ich würde es an visa eine geschwindigkeit wettbewerb klick klick pass fertig nein doch nicht nur alles Liter Ja, kein Problem. Ja, natürlich. Das ist dumm. Wie funktioniert das eigentlich? Ja, wir haben das ja quasi nie wirklich ausgemacht. Ist es um 0 Uhr Schicht im Schacht oder wird die Runde noch zu Ende gespielt und dann wird rausgespielt? Ich glaube, die Runde wird noch zu Ende gespielt. Die Runde schon, denke ich, ja. Alles klar. Nur plus minus bei drei Minuten. Geil, Alter, kriege ich voll die fetten großen Werke hier, so Skulpturen und sowas. Ich bin begeistert von meinen Künstlern. Ihr seid die Zukunft. Könnt es da geben Punkte? Echt? Wieso gehst du denn nicht da raus? Das sagst. Es gibt mehr oder weniger, es gibt ja tatsächlich fast alles Punkte. Ja, genau. Alter, leck, oh mio, das ist so dumm. Ich hasse das so sehr. Ah! Was? Ja, weil man drückt was. Und dann... Ah, fick, oh mio. Es ist einfach so doof. Äh... Ja, ist das alles albern? Das ist doch Quatsch. Naja. Nun gut. 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 ja mach halt einfach meine güte klick 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 ja 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 Mach doch einfach hin Es dauert einfach Ich hab zu viele Truppen Ich glaube jetzt gehen wir dann gleich in die letzte Runde Nils Ja Ich kann nichts machen Hast du eigentlich In den Einstellungen aktiviert Dass du keine Animation hast von den Truppen Ja Aber ich hätte mal einstellen sollen Dass die nicht automatisch durchlaufen Alter Ich bin doch mit Einer der unsäglichsten Aspekte dieses Spiels Ist dass du jeder Runde jeder Truppe einen Befehl geben musst Ja das ist genau mein Problem Du kannst Steuerung Enter drücken Dann beendet der einfach die Runde Echt? Gut das hätte ich mal wissen sollen Ah Nils Ich sehe das mit Freude Wie du hier die Karte noch ein wenig Um malst Licht ist Ja Malerarbeiten sind etwas Gutes Ja voll Schottland hat auch seine erste große Schriftstellerin jetzt hier geschafft Nämlich Jane Austen Für Inkultur immer noch Echt? Nein Für Inkultur waren sowohl ich als auch die Ist ja diesmal ziemliche Barbaren Aber wir haben jetzt immerhin Stolz und Vorurteil geschrieben Entstand Ist doch auch schon mal was Oh fuck Ich brauche noch Öl Sonst kann ich meine Bomber ja gar nicht bauen Ähm Wo ist denn hier Öl? Wieso kann ich denn hier nicht plündern? Ja dann halt nicht lieber Bomber Mir egal infertale B Doom 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 heißt Rob Doom Doom Jetzt greifst du hier meinen armen Stadtstaatverbündeten an, der dir nie was getan hat. Ich tue einfach irgendwas. Der schippert hier mit seinem Musketieren im Segelboot übers Meer und du kommst mit einem Dampfschiff an und ballerst ihn in Grund und Boden. Das ist nicht okay. Ich hab ein Öl, das ich mir von nervigen Barbaren abtrotzen musste und ein anderes Öl hat sich tatsächlich der blöde Stadtstaat unter den Nagel gerissen. Ich war noch versucht, ihn anzugreifen dafür und hab in dem Moment sehr viel über weltweite Globalpolitik gelernt, woher dieser Impuls kommt. Gottfuck, auf meinem ganzen Bereich ist kein Öl. Alles ist bei Maurice und Nils, weil wir uns verarschen hier. So viel hab ich jetzt auch wieder nicht, ne? Maurice und Nils haben fünf Öl. Peter hat zwei Öl. Dafür hab ich kein einziges... Stimmt, hier ist auch noch ein Öl, aber ich hab tatsächlich auch wirklich Pech gehabt mit meinen Stadtplatzierungen, weil das Öl sehr oft dann auch direkt außer Reichweite gerade war. Ich weiß gar nicht, kann ich... Krieg ich das hier? WTF? Das hätte ich... Ganz reich hier. Das hätte ich... Alter, leck, oh mio. Das hier war dann gerade weg, ich weiß gar nicht. Dafür hatte ich kein einziges Salpeter. Das hat mich im Mid-Game ein bisschen verlangsamt, weil ich die ganzen Musketiere und so nur sehr langsam aufrüsten konnte. Hey, hey, goldenes Zeitalter. Yeah, goldenes Zeitalter. So viel Städte eingenommen, das kann nur ein goldenes Zeitalter werden. Ich möchte einmal festhalten, wenn wir zwei, drei Runden noch mehr spielen, dann wird Nils Punkte technisch vor Peter sein. Das ist echt respektabel, muss ich sagen. Das ist richtig krass. Wie viel er aufgeholt hat. Das ist wirklich hart. Nils, wärst du mal früher in den Krieg gegangen? Echt? Ja, das hätte ich mal machen sollen, ja. Das hinterher ist man und so, weißt du. Bei mir war es ja tatsächlich so, dass ich eigentlich der Einzige, den ich mit Gewinn hätte angreifen können, war tatsächlich Nils. Aber Nils war ja mein nobler Freund. Deswegen... Du musst Freundschaft doch mal brechen. Ich werde immer dein nobler Freund sein. Aus Ehrengründen war mir dieser Weg leider verwehrt. Mir blieb nur der lange Weg übers Meer, der dann im Desaster geendet ist. Es ist auch irgendwie eine Form der Nibelungentreue, ne? Ich bin lieber versunken, als die Freundschaft zu brechen. Ich weiß eigentlich irgendjemand, wie genau Kultur funktioniert. Wieso bin ich eigentlich immer noch Erster? Keine Ahnung. Naja, die wird dir ja nicht genommen, ne? Tourismus ist am wichtigsten, Bram. Hast du viele große Werke erzeugt? War einige. Bram ist Erster. Bram hat am meisten Touristen. Die werden dir einfach weiter ständig Kultur geben. Ich meine, gut, die werden auch in Städten ausgestellt. Die kann man dir auch abnehmen. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass es wirklich ... Liebe Leute, das ist hier die letzte Runde. Wir haben 0 Uhr. Das heißt, nach der Runde werden wir die Punkte angucken. Und dann gucken wir, ob es geschafft hat, Nils ... Also Nils echt nicht schlecht. Einmal durch, 72 Punkte aufzuholen in einer Runde. Also die danach spielen wir noch, oder was? Nee, die nicht mehr. Das ist die letzte Runde. Ich glaube, wenn wir die danach noch gespielt hätten, dann hätte ich es vielleicht geschafft. Ach, Nils. Ich wäre ja etwas versucht, dir jetzt einfach ein paar Städte zu schenken. Aber das ist natürlich der ehrloseste Weg. Nach dem Debakel des letzten Mals, ja. Wir nennen ihn den Mental Move, oder was? Die mentalische Schenkung, ja. Also ich bin versucht, den Mental Move abzuziehen. Ach, warte mal, habe ich nicht noch. Einfach, weil ich es toll fände, wenn du jetzt gewinnen würdest, Nils. Aber es wäre ja dann auch kein ... Wie fies für Peter. Ja, da habe ich ... Ich habe ja letztes Mal auch profitiert. Aber es wäre ja dann auch ... Ich meine, es wäre sogar karmisch, das stimmt. Weil Peter letztes Mal davon profitiert hat. Aber es wäre dann auch ein verschmutzter Sieg, den ich Nils damit schenken würde. Also mal ganz kurz, die nächste Runde spielen wir nicht mehr, sagt ihr, ne? Also das ist die letzte jetzt, oder die nächste ist die letzte? Das ist die letzte Runde, wir haben 0 Uhr 1. Du hast so lange geklickt die ganze Zeit. Alter, ich hätte es ehrlich nicht so lange geklickt, hätte ich es, glaube ich, wirklich geschafft. Komm, nimm es noch an. Dann hab ich es noch vielleicht nicht. Was? Bram hat den Mental-Move gemacht, okay? Hä? Was hat er gemacht? Wohin hat gar nichts gemacht. Wohin hat nur eine Stadt gegeben. Also wenn jetzt jemand den Mental-Move abzieht, dann ziehe ich nach. So viel sage ich gleich dazu. Ja, hier hat niemand ... Hier ist gar nichts passiert. Ich habe hier ganz Schottland zu verschenken. Rück endlich auf nächste Runde. So, pass auf. Ich greife jetzt hier nochmal an einfach, weil ich die Truppen dann nochmal benutzen will. Das wird leider nicht reichen. Aber, hab ich noch irgendwo eine rumstehen? Du wirst auch nicht mehr bis da kommen. Boah. Was meinst du, Peter? Feuer, Steuerung, Enter, soll einfach den Zug beenden. Ja, oder Alt, Enter, irgendwas kann man auf jeden Fall drücken, dass man auf jeden Fall den Zug beendet. Ist da jemand rausgeflogen? Ich habe es versucht und bin abgestürzt. Nee. Sehr gut. Ein gutes Ende. Gutes Ende, würde ich sagen. So, einen habe ich mir noch geholt hier. Gut. Oh, das könnte sogar wirklich reichen mit der Stadt. Glauben wir mal? Ich glaube nicht. Ist ja egal. Hier, repassieren wir. Ja, ich bin jetzt tatsächlich einfach aus dem Spiel raus. Ist komplett gefrashed, das Spiel. Warte, warte, warte. Ich habe ja echt. Warum, warum machst du denn sowas? So. Das war jetzt vielleicht auch, das hat mich jetzt davon abgehalten. Also, es hat mich der Versuchung entzogen, doch noch den Mental Move zu machen. Vielleicht war es ein Wink des Schicksals. Wie du noch deine letzten scheiße Missionare rüberschickst. Alter, meine ganzen verfickten Einheiten, das ist ja so schlecht. Kann ich das so irgendwie in den Korb bilden? Nee, du machst nochmal das. Zwei Minuten hast du noch. Okay, das war's. Wir haben das amtliche Endergebnis. Gewonnen hat Peter. BZ-R-Punkten. BZ-R-Punkten. Sehr gut Glückwunsch. Ich kann das. Halt aufgeholt, der Nils. Nils hat den zweiten Platz vor. Nice. Muss man aber echt mal hier Respekt zollen, dass Peter jetzt zweimal einfach gewonnen hat. Sehr gut, Peter, ja. Beim ersten Mal so durchaus so recht, also überraschend knapp dann doch noch. Beim zweiten Mal jetzt relativ souverän. Also die letzten vier Stunden ja eigentlich lässig auf seinem Thron herabgeblickt auf uns. War ein recht uneventvolles Spiel. Die Punkte prasselten ab dem Moment, wo die Action losging für alle anderen. Aber vorher haben viele Leute die Füße still gehalten. Ja. Ich sag mal so, wenn wir noch eine Runde oder zwei mehr gespielt hätten, ein Lech vor Bram gelandet. Oh mein Gott, was? Ich war da als Big Data, warum auch immer. Das ist so dumm. Ja, also Zweiter ist Nils mit 991 Punkten. Sepp ist Dritter mit 932 Punkten. Boris hat 644 Punkte und Bram am Ende 387 Punkte. Du hast aber auch noch ordentlich eingebüßt. Du warst ja schon mal auf 400, 500. Nee, du warst sogar schon mal auf 600. Also du warst fast, wir waren ja eine Weile lang fast gleich auf. Aber der Krieg mit Nils am Ende hat dich halt nochmal gut gekostet. Aber ich würde sagen, also verdient, das war karmische Gerechtigkeit. Hast aber Spaß gemacht. Das war lustig. Ich hätte früher, die karmische Gerechtigkeit ist, dass ich so lange gebraucht habe, ich habe mich wirklich beeilt, aber ich habe jedes Mal so lange gebraucht, dass ich am Ende mir selber die Zeit geklaut habe, die ich gebraucht hätte. Also ich glaube, wenn ich noch drei, vier Runden mehr gehabt hätte, hätte ich auf jeden Fall die anderen beiden Städte auch noch gekriegt. Also das kann gut sein, ja. Ja, ziemlich doof von mir selbst. Aber es war lustig. Noch schneller klicken. Noch schneller klicken. Der Voting-Endstand war tatsächlich, dass eigentlich die meisten Zuschauer, die konnten ja abstimmen, auf Brammen getippt haben, mit recht weitem Abstand, dass er siegen würde. 1.000 Stimmen für Brammen, 700 lagen aber auf Platz 2 für Peter und haben damit richtig getippt. Gut getippt. Das stimmt. Während Sepp, ich und Nils alle weniger Stimmen bekommen haben als Barbaren-J-Natur. Was ziemlich traurig ist. Okay, das ist aber hart. Also ich finde, gerade Nils hat nichts angestachelt. Ich habe nicht angestachelt. Das war irgendwann, vielleicht stand da plötzlich Ausrufezeichen J, die das wie sonst was rumgespammt haben. Die haben mich selber erst gewundert. Ja, das hat Spaß gemacht. Ich habe mir deine Dings hier nochmal angegriffen, einfach weil ich gerade noch konnte. Ja, gönn dir. Ja, schön. Zwönen. Dann vielen Dank, dass ihr dabei wart. Auch an Nils und Maries natürlich. Danke fürs Organisation. Ich dachte, wie weitest du die Zuschauer? Nee, ich werde mich bei den Zuschauern gleich nochmal selber verabschieden. Quasi. Also, werden ja wahrscheinlich Nils und Maurice ja ebenso bei ihren Zuschauern machen, logischerweise. Nee, wir sind, äh, was? Ja. Was, die? Also, äh, ja. Äh, viel, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Danke schon auch fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal, ne? Wir sehen uns, wir sehen uns wieder auf dem Schlachtfeld, eurer Landkarte. Gute Nacht, Jungs. Tschüss. Tschüss. Gute Nacht allerseits. So, ihr Lieben, jetzt sind wir alleine. Ähm, warte, ich mach nochmal. Können wir so machen? Äh. Aber wir machen mal so, oder? Ähm. Ja, also, das war, oh, ich nehm die Dinger mal ab. Das war Civilization, das hat Spaß gemacht. Ähm, ich hätte viel früher angreifen müssen. Ich hab, äh, das Bündnis mit Bram, ähm, zu lange respektiert. Äh, ich hatte militärisch auf jeden Fall derbe Ressourcen. Und Bram war mega schlecht, sodass ich einfach durch sein Land geflügt bin. Ähm, ja, ich glaub, ein, zwei Städte mehr und es hätte vielleicht am Ende tatsächlich gereicht. Von daher selber schuld. Aber es hat einfach mega Spaß gemacht. Es ist doch toll, dass es irgendwie, ähm, am Ende so knapp war, oder? Das ist so lustig, dass man, ähm, tatsächlich ein, zwei Runden hat, die das Ganze entscheiden. War das letztes Mal übrigens auch so, oder? Letztes Mal waren das auch irgendwie ein paar Runden, die dann diesen Religionsweg entschieden haben. Ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich werde versuchen, besser zu werden in diesem Spiel. Ich lerne jedes Mal wieder irgendwas Neues. Es ist tatsächlich sehr komplex. Und das nächste Mal werde ich mir neu angreifen. Und dann seid ihr hoffentlich auch wieder mit dabei. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ähm, vielen lieben Dank. Ich glaub, ich weiß gar nicht, ob irgendwer Timo oder irgendwer auch bei der Regie noch so lange, ähm, dabei war und diesen Stream betreut hat irgendwo. Vielen lieben Dank. Und euch jetzt eine gute Nacht. Ich guck mal eben noch kurz in den Chat, ob ihr noch irgendwas, ähm, schreibt. Naja, Herzen, vielen Dank für die Herzen. Ich herze euch auch, ihr Lieben. Also, macht's gut. Schlaf schön. Tschüss. Und auf Wiedersehen. Und auf Wiedersehen.